Hallo Happens, hallo Gengar, hallo Angel, hallo JJ, hallo Philipp, hallo Maya Wer flötet da zu später stund? Es ist der Marco mit seinem falschen Grund. Hallo Jonas, hallo Marco, hallo Pascal. Es wird Deoxd, Deoxidierung. Moment, heißt deswegen Deoxys, Deoxys, weil es im Weltall Deoxi, nein. Warum heißt De Deox eigentlich Deoxys? Wegen Deo, und dann Ochs, der Götter Ochse, nein. Wir werden es nie erfahren, denn googeln ist verboten. Wie viel fehlen noch? Zwei. JJ, das erste heute. Shiny. Igamaru, 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 Igamaru. Moulay, Mauslo, hallo. Hallo Dino, hallo. Ich wechsle immer zwischen Lurky und Dino, ne. Hallo Azrael. Mein erst viertes Shiny hier ever. Es ist auch nicht so wahrscheinlich. Einmal am Tag würfelst du einen 20-seitigen Würfel. Hallo Meguminar. Was willst du machen? Hallo. Du wechselst immer. Was präferierst du, wenn du mir das jetzt... Ich weiß, du hast es schon öfter gesagt, aber das ist das Mal, wo ich es mir für immer merke, bis dass der Tod entscheidet. Lurky? Verdammt. Aber ich lese zuerst Dino. Warum heißt du nicht Lurky Dino? Lurky Dino. Nein, Lurky. Lurky, 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 Lurky. Lurky, 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 Lurky. Lurky, Lurky, Lurky. Ich weiß ganz genau, ich habe für Lurky einen Bullen gezogen, in dem Moment, wo er Lurky genannt werden will. und es ist ein Kapu-Toro. Und Marku, du hast zwei dicke Eier herunterbaumelnd. Kein Pokémon passt besser. Ein Togekiss. Sie baumeln. Hallo Reel. Ach Gott, ich drücke immer aus Versehen L. Hallo Regirock. Gibt es eigentlich sieben Regirocks? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, es gibt sechs, ne? Du bist das siebte. Was ist das siebte Regirock? Fee. Normal. Okay, es gibt es schon. Ein Stahl gibt es auch schon. Boden. Feuer Regirock. Eigentlich Feuer, es hätte eigentlich von Anfang an, aber es kommt wahrscheinlich von irgendeiner Saga, Sage. Feuer, Wasser und Pflanze hätte es eigentlich von Anfang an sein sollen, oder? Togekiss my boy. Ciao, das perfekte Pokémon für dich. Schon die neue Diablo 4 Season gezockt? Ähm, natürlich. Ich habe es richtig genossen, wie ich mit der Teufelin selber spielen konnte in Season 4 und jetzt alle in mein Band ziehe mit dem Bubi-Angriff. Ja, weiß doch jeder. Was ist Diablo? Spaß auf Cap-Off? Okay, wir sehen uns in 30 Jahren. Wenn ich knappe volle 65 bin, hat das schon mal jemand eingelöst? Nein. Benutze einmal kurz die Basic Mathematik und dann siehst du, merkst du, dass das nie jemand eingelöst hat und niemals werden wird. Macht der Dioksidan Spaß? Jaaa, siehst du es nicht. Regimar, weil es im tiefsten Magma im Erdkern lebt. Regimar. Aber Regimar könnte man auch an Wasser denken, wegen Elmar. Regimar. Regi... Regiacqua. Regacqua. Gott, so wie Regice würden die das dann Regacqua nennen. Nicht Regiacqua, sondern Regacqua. Registeel, Regice... Regiterra. Regi... Regi... Was wäre Fee? Regi... Regi Glamorous. Regi Bute. Regi Brenn. Nein. Regi... Regignis. Regi Knutsch. Reg... 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 Reginald. Welcher Präsident hieß Reginald? Irgendeiner hieß so. Regi Dirt. Genau. Regi Gift. Regi Venom. Regi... Ich meine, die sind alle ziemlich eindeutig, ne? Das muss so eindeutig bleiben. Also Regi Venom wäre wahrscheinlich richtig. Oder Regi... Poisonous? Venomous? Was ist noch ein Begriff für Toxic? Reg... Joxic. Regan. Regan. Achso, ja. Regi Tox, genau. Regi Tox, Depony Tox. Mhm, 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 mhm. Warum habt ihr heute alle hellblaue Namen? Drei Leute, die hintereinander schreiben, alle mit der exakt gleichen Farbe im Namen. Diese Wahrscheinlichkeiten rechnen wir jetzt aus. Hallo! Ich bin gerade am SOS Shiny-Hunten. Habe ich noch nie gemacht. Wenn ich eine Runde zum Beispiel, weil mein Pokémon paralysiert ist, keines der beiden Pokémon kille, also dass das um Hilfe ruft und auch das, dass es gerufen hat, bricht dann die Chain ab. Sorry für die komplizierte Nachricht. Sie ist wahrscheinlich gar nicht kompliziert, aber ich habe keine Ahnung von Gen 7 und Gen 6. Shiny-Hunten noch nie gemacht. Wahrscheinlich auch... Ja doch, ich werde es irgendwann machen wegen den Ikognitos, die ich alle fangen will. Da ist es in Gen 6 und 7 am einfachsten. Wobei, in Gen 7 weiß ich gar nicht, wie es da ist, aber in Gen 6 ist es, glaube ich, am einfachsten. Hallo Sakura! Hallo Cynthia! Hallo Zink! Wusste gar nicht, dass man da chainen kann. Doch, 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 du machst SOS und dann ruft das Pokémon immer mehr herbei. Und umso öfter du das hintereinander schaffst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt und die ist verdammt gut irgendwann. Ich glaube aber, 1 zu 99 ist das Beste, was passieren kann. Ich will ein Original Alola Raichu, sonst würde ich mich die Gen 7 auch nicht ansetzen. Und du hast keinen Bock, das Geschenk zu resetten. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob man es resetten kann, aber ich dachte schon. Oder war das in Let's Go? Ne, in Let's Go kann man es nicht resetten, aber ich glaube, das Alola Raichu Geschenk kann man, glaube ich, resetten. Aber ja, dann musst du halt Pichus, Pichus farmen. Aber ich habe keine Ahnung, wie da exakt die Regeln sind, aber da gibt es bestimmt ganz viele YouTube Videos dazu. Reggie Fly, genau. Ah, ist ja auch lustig, wie ein Reggie aussieht, wenn es fliegen könnte. Vielleicht schwebt es einfach nur. Reggie, Reggie Hover. Reggie, was heißt schweben? Hover. Reggie. Reggie Fall. Was eben nicht fliegen kann, sondern es fällt einfach nur. So wie Buzz Light hier. Ich fliege nicht, ich falle. Mit Style. Oder wie es auf Deutsch ist. Meguminar. Du bist ein Keldeo. Das kommt von den Kelten und dem Gott. Keldeo. Mhm. Jap, jap, jap. Ich weiß alle Herkunftsnamen. Wenn ich jetzt Keldeo sehe, ich habe gestern den ganzen Tag hart benutzt. Hart benutzt der Tag. Der Tag wurde so hart durchgenommen. Ich habe das komplette Gen-5-Skript geschrieben. Und es ist nur 15 Seiten lang. Nee, 17. Es ist nur 17 Seiten lang im Vergleich zu Gen-4, was 22 Seiten lang war. Aber ich habe erst mal, also ich habe noch nie das an einem Tag geschrieben. Weil es eben 17 Seiten sind. Aber diesmal habe ich einfach, wir nennen es Buchstabenkotzerei. Nee. Ich habe einfach die Gen-5 aus mir rausgekotzt. Dankeschön. C-M-S-K-U-N-K-P-1-K-U-N-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. Dankeschön. 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 Wir wissen alle, wo sich das Abo lohnt. Bei Anisodak. Nee, was? Sorry. Ah! So aktuell der Leo. Im Trend. Ich habe schon bestimmt 50 Mal Spirit-Pokémon gemacht, aber noch kein Shiny. Vielleicht habe ich genau bei deinem Namen eingestellt. If Megumina, then never shiny. Denn Sub zählt nicht. Dann musst du einmal den Stream neu laden und auf Teilen drücken. Auf im Chat kommt dann so eine Nachricht. Da steht dann, du bist so lange Sub. Möchtest du das teilen? Und dann sagst du teilen. Und dann kommt eine Nachricht. Denn Sub bist du so oder so? Weil du ja wahrscheinlich ein cooler Phillip bist und den Sub weiterführst. Du hast das letzte Mal gesagt, du bist bei 24k Deoxys. Geteilt durch 3 bist du bei Odds aktuell. Äh... War das 24? Eigentlich sollte ich erst bei 12.000 bei Odds sein, aber kann sein, dass die paar... Ah ne, 9, 8, 7, 6 ist schon um einiges weiter. Echt, ist das schon Odds jetzt? Soll ich nochmal rechnen? 10, 900. Hä, wann habe ich denn jetzt 100 Resets gemacht? Okay, 10, 900 plus 9, 8, 7, 6 plus 4, 3, 1, 9, glaube ich. Ist gleich 25.000. Und... Geteilt durch... Aber ich habe erst 2 gefunden. Ich habe doch erst 2 Shinies gefunden. Achso, aber ich such gerade das dritte. Stimmt. Geteilt durch 3. Das 8... 8, 3, 6, 5. Ja. Wir sind jetzt über Odds. Über Odds im Schnitt. Das Butter Chicken Seed seit gestern mache ich bald fertig, bin gespannt wie das Rezept schmeckt. Ey, tausende Menschen hier, die wegen mir ein großartiges Gericht fabrizieren und es genießen. Und während sie das Chicken in ihren Mund stecken an mich denken müssen. 24 durch 3 ist 8. Ja, so kann man es auch schneller rechnen. Aber wir machen es halt genauer. Philipp, Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Megumina, erzähl wie es dann war. Ob es einfach zu machen war und ob es geschmeckt hat. Hallo Kiyo. Benutzt ganz viel Ingwer. Die Geheimzutat. Hallo Draroth. Toasty. Geronimatz. 1 zu 273 ist übrigens Shiny Chance bei SOS Schiller Pin. Dann meinte ich bei 1 zu 99 meine ich glaube ich das Radar Chaining in Gen 6. SOS in Gen 7 ist 1 zu 273. Okay. Was auch Sacken gut ist, oder? Tiny, du bist ein Saganabis. Der Name kommt von Sagan. Weiß mich nicht. So wie Sand am Meer. Das ist halt so ein Spruch, den man sagt, die heutige Jugend. 99 hat auch BDSP. Ja, wenn du eine 40er Chain hast. 30. 40. 30. 39. 30. 29. Was 30 oder 40? 40. 39. Ja in der 40er Chain, genau. 39er Chain. 40. icação. 42. Diomu. 45. athi baite? 42. 39. 41. реаль Werbe. 44. treff in der funktion? 43. 44. 44. 45. kapitel geschrieben und warte was 39 ist noch 1 200 nein ja aber da steht die neun die du bist in der 40 chain oder aus die 40 noch nicht geschafft weswegen es reicht dass da oben 39 steht wenn wenn in deinem kleinen pocket dings da 39 steht dann bist du in der 40 runde und deine chance ist 1 zu 99 habe ich recht oder habe ich nicht recht hallo dino max ich habe auch immer bis 39 gemacht ich habe nur bis 17 gemacht weil die chance zu zu quasi die chain zu brechen ist nach 17 so hoch dass es sich zeitlich gesehen nicht lohnt über 17 zu gehen ich habe immer nur bis 17 gemacht und habe so ein paar schein ist gekriegt wie kleinstein und plauder guy ich habe sehr schnell aufgegeben auf 39 zu gehen als nervig ist aber die 119 19 erst ab 40 nein vielleicht auf jeden fall habe ich das gen 5 skript rausgekotzt und jetzt werde ich heute nacht da nochmal komplett drüber gehen und in jedes kapitel versuchen einen witz witzle ein spaß einzubauen und es ein bisschen schöner zu schreiben und wahrscheinlich werde ich auch viele sachen rauskürzen die lame sind wobei ich hier und da schon echt naja viel weggelassen habe aber gen 5 ist echt mehr als ich wieder dachte das gibt es doch nicht ich meine ich rede aber auch darüber es sind halt auch zwei komplette spiele ich rede darüber wie ich den ersten teil durchspiele und den zweiten teil durchspiel also was passiert ist aber nicht viel nur dass ich bei zwei arenen probleme hatte und dass der champ mich dann besiegt hat und beim ersten teil ich so viel gegrindet habe aber ansonsten es ist trotzdem einfach einiges mariko dankeschön für 15 monate warum habe ich resettet 1 2 3 4 hallo mr devos dankeschön mariko für den prime habe jetzt geht immer wie wäre es mit sowas wie kd o more like kd o dies nut toge kiss man den hätte ich bringen sollen warum konntest du den nicht schon früher bringen marco der hätte in gen 4 reingemusst glaubst du gen 6 wird schwer sein jetzt müssen wir erst mal gen 5 fertig bringen also das video nee ich glaube gen 6 wird sehr einfach und ich wüsste auch nicht wie ich mir das groß schwer machen soll ich habe keinen bock wieder versteckte fähigkeiten zu suchen und selbst wenn wäre das zu langweilig wegen diesen safari dingern was nicht so interessant anscheinend sein soll also das einzige interessante ist quaffaff aber da ist die konsequenz dass ich sage geht nicht pokémon go blablabla nach ägypten so zeug hoffnung auf legends sah und das einzige hauptthema wird vivillon sein und das könnte ich mir sehr schwer machen würde das video nicht interessanter machen weil ich sage es trotzdem im video man kann sich drei verschiedene ds kaufen und drei verschiedene spiele aus den drei verschiedenen regionen um alle vivillon zu holen oder man modded sein ds so dass du dir die region in der software einstellen kannst und dann kriegst du alle vivillon natürlich werde ich das machen anstatt dreimal x zu kaufen in japanisch amerikanisch und europäisch und drei ds systeme das ist das ist also das werde ich ja erwähnen und das interessanter ist eh dass du es mit einem mod umstellen kannst was ich noch rausfinden muss wie genau das geht hallo butzi regi ritalin schreibst locker 20 seiten skript in einer nacht regi ritalin was ist das für ein typ ist das typ fehl oder ist das typ das ist typ gift regi ritalin ist regi ritalin ist typ gift ich fühle das schein die deoxys heute ich fühle dass du nicht weißt was das ist was das man hat fast das gefühl ist aus dem anime und es sagt seinen namen typ psycho gift regi ritalin oder es hört sich doch so an als würde es was sagen knackner rack knackrack ne hallo benny plauder geil nein plauder geil macht so mimi so huthut noch nicht huthut sondern macht so gibt es in oras etwas für den origin decks nein aus euch fällt was ein was ist denn in oras gibt es in oras irgendwas sowas wie übertrage das um das zu kriegen level 1 ledgy ich glaube nicht krawaloro irgendein vogel mega pokémon es gibt mehr es gibt ein paar zusätzliche mega pokémon das stimmt aber mega pokémon kann ich nicht übertragen auf pokémon home es gibt keinen unterschied also für eine origin decks ist das irrelevant ich bin auch kein riesen fan von mega pokémon weil es eben nur im kampf gibt wenn es dann eine tatsächlich entwicklung wäre die bleiben würde wäre ich riesen fan aber da es nur im kampf sich ändert ist es mir egal restladero nicht okay zählen wir alle auf die es nicht sind mewtwo hallo stabilo wie geht's denn taurus tut jeder reset weh du meinst ob er weh tut mir es ist wie 10.972 kleine nadeln die mich gestochen haben gleichzeitig als ob ein kaktor mich angegriffen hätte du bleibst bei plauder guy es ist ein wolbeat wer hätte das gedacht ich ich wusste es nämlich natürlich das passt nicht zu einer kleinen fliege die leuchtet wie heißen die dinge nachts leucht glühwürmchen das passt nicht zum glühwürmchen weil es über den 8.192 chance ist ja aber es geht so schnell dass seit 20.000 fange ich an genervt zu sein glaube ich habe lange keine anderen games angerührt nach dem eldenring grind und du hast platin gemacht ne hast du gemeint geil vor allem dann freust du dich ja jetzt riesig wenn bald das dlc rauskommt dino max du bist ein ist das ein plussel ja ne minon steht anders da ich glaube das ist ein plussel oder ist das minon ne das ist ein plussel ne rot ich meine ich könnte natürlich sagen ich sammle alle mega evolutions steine um die items zu haben die jedes pokémon potenziell mega fizzieren wie heißt es eigentlich mega entwickeln können so dass ich streng genommen jede mega form haben kann auch wenn sie nicht angezeigt wird aber ist das cool gibt es ich meine wenn es so was wie ein mutu wie heißt sie eigentlich mutu luit diese steine keine ahnung gibt es irgendwelche steine bei denen es also gibt es also sowas wie halt sowas wie die wir jetzt mit keldeo oder mit mit hier zorroa gemacht haben mutu need gibt es halt sowas wie okay übertrage aus gen 5 ein ein zorroa oder ein ein was hat mega ein pinsier und mit diesem pinsier gehst du dann in diese höhle und eine riesige katzchen list aus und dann kriegst du am ende das pinsier need gott heißen die echt alle einfach nur mit need am ende pinsier need items geh nicht nach home ja eben ich sage nur ich würde quasi ein spiel so durchspielen dass ich das potenzial habe in dem spiel alle zu entwickeln ja hauptsache content ich habe genug zeug was ich machen kann wir müssen nichts herauszögern im gegenteil bei 1 zu 8000 ist der vorteil man erwartet es irgendwie nicht weil es so selten ist anders als bei 1 zu 512 ja weswegen wenn wir streng sind in gen 9 shinies schwerer zu handen sind weil man schneller frustriert ist und genervt ist weil es nicht so schnell geht genau es gibt nie genug content ich habe so viele projekte dass ich wahrscheinlich vorher einfach ins gras beiße bevor ich alles schaffe also egal wir müssen immer noch überlegen wer meinen meinen home account erben soll windbeutelkönig du bist ein kubuin hallo prani du bist ein schmeckmack schneckmack schneckma smagma slagma 11.000 11.000 ich kriegs gar nicht mit 11.111 aber die können wir leider nicht erreichen du bekommst alles zelebis das spiel war schon ziemlich nice ellenring aber ich habe mir auch spiel wie rise of the ronin leider madic gemacht damit habe es letztens gestartet und auf fünf hunden wieder ausgemacht weil es einfach nichts so gut gemacht ist wie das og souls game vielleicht musst du einfach crab souls spielen also hier a craps treasure leum altenheim und so habe ich den origin dex von gen 28 voll vollständigt und dann kommen die dann kommen die 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 caretaker angerannt mit zehn spritzen und sagen wir müssen ihn wir müssen ihn sedieren er redet wieder stoß keiner hat das jemals geschafft gibt es nix y alle die man mega entwickeln kann oder muss man aus anderen spielen welche holen ich weiß es nicht aber es gibt halt in oras welche die es nur in oras gibt er ist wieder out of seine mind genau voll knäuel sockenbart du bist ein sonn flora mariko regi ritalin regitalin regi stil alle 6062 pokémon gefangen in gen 29 ich glaube nicht dass sie das jemals so weit treiben werden irgendwann ich könnte mir vorstellen ich würde so machen dass nach gen 10 gibt es ein reset von allem irgendein system irgendein neues universum keine ahnung die können nicht ewig weit es geht du kannst du kannst nicht sagen oh in 20 jahren sind wir in gen 28 es geht nicht gibt es da nicht was von regio farm regio farm heute bist du aber heute hast aber ein clown gefrühstückt meine güte mir fällt also ich kenne xy nicht so gut dass ich jetzt schon weiß ob es irgendwas schweres gibt es wäre cool wenn es da sowas geben würde wie halt die selebi und raubkatzen zoroa keldeo sachen meluetta sachen die wir machen können um das irgendwie interessant zu machen gen gen 6 aber die megas gehören halt nicht zum origin dex dazu weil sie keine form sind wenn pokémon home irgendwann items erlaubt dann ich meine wir könnten gen 6 mit quasi mit dem gedanken dass home irgendwann erweitert wird und die megas angezeigt werden und ablegbar sind spielen und sagen ja wir müssen uns jeden lead holen steinolid viel spaß mit pokusan das ist kein problem was ist daran schwer die habe ich alle kann ich auch alle nochmal machen das ist kein problem x und y sind meine lieblings pokémon spiele ich weiß das hast du jetzt schon dreimal gesagt auch wenn ich sie nie gespielt habe okay jetzt 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 ist deine aussage ohne gravur wie kannst du sagen dass es deine lieblings gen ist wenn du sie nie gespielt hast spiel sie mal vielleicht fällt dir auf dass das dumme roller skaten super cringe zu machen ist weil der einfach gegen jede wand skatet gen 1 anspielung in gen 6 wie zum beispiel roman oder die kanto starter weil das etwas weil die etwas besonderes sind ich habe keine ahnung von was du redest aber was ist das hallo agiraya jagen wir immer noch nummer drei ja wäre krass wenn nicht weil dann wäre ich so krass schnell wieder auf 11.000 gekommen mit 30 gamecubes gleichzeitig eigene stromversorgung eigene 10 generatoren am haus hängen glaubt ihr wieviel gamecubes kann man an eine steckdose anschließen bis das haus abbrennt zum beispiel drei legendäre vögel kanto starter das habe ich gesehen dass in gen 6 gibt es die legendären vögel als roma das wäre cool um okay das können wir machen weil gen 6 hat keine roma es ist die erste gen ohne roma gen 5 ist die letzte gen wo neue roma eingeführt wurden außer wir nehmen in arceus halt hier die kleine putte die schildkröten putte leos nächste wohnung direkt neben den stadtwerken mit direkteinspeisung ah und dann auch direkteinspeisung internet das machen ja viele streamer die kriegen für horrende preise vom internetanbieter eine direkte leitung gelegt so wie das militär wahrscheinlich ninja hat das zum beispiel das dann also ich weiß gar nicht wie hoch wie schnell dieses internet dann ist wahrscheinlich aber ein gigabyte holt ihr noch ein feuerrot dann geht es schneller aber ich habe keine gamecube mehr und keinen platz noch ein filmtes bild rein zu machen ich meine wenn dann müssen wir in zweier schritten gehen oder hallo schrick ab wann was abfackelt hängt im zweifelsfall an den leitungen im haus einfach nicht ausreizen aber woran merke ich es dass ich es ausreize glühen die so leicht dann also wenn die anfangen zu glühen kann ich sagen okay jetzt keine mehr denn mimigma plüsch ist runtergefallen während shiny pichu es sollte ein baby mimigma geben was pichu nachmacht und dann sollte es ein raichu mimigma geben mimigma braucht auch mal eine entwicklung mega mimigma wäre doch voll cool gewesen irgendeine entwicklung wo man dann sieht was da drunter ist quasi wo es stolz ist sich zu zeigen und es ist so ultra hässlich oder noch lustiger es ist ultra hübsch vielleicht ist es hübsch durch die entwicklung geworden und dann traut es sich stromleitung schmoren erstmal das riechst du ach wirklich oben drauf ist gamecube und dann das spiel kaufen hat wir brauchen nicht mehr als vier das ist sowieso schon krank mimigma ist so schon cute ja das was du siehst aber das was es wirklich ist da würden wahrscheinlich unsere augen schmelzen das ist dann die indiana jones szene wo einfach unsere haut schmilzt guck nicht ins licht mal darf nicht unter den rock gucken tun wir auch nicht das macht ja mit mir alles aus freien stücken apropos oh Gott wir schauen gerade euphoria an holy shit was für eine harte serie bei der man jeden charakter so hasst euphoria ist eine mischung aus train spotting sex education und vor allem hier wie heißt der eine krasse drogenfilm mit dem mit dem banger lied ah wie heißt dieser der krasseste drogenfilm den augen ah blow der ist auch geil aber ne den meine ich nicht blow ist cool okay schau nicht ins licht oh oh ist okay fear and loathing in las vegas den meine ich auch nicht aber der ist auch den hasse ich fear and loathing in las vegas hasse ich der ist mir viel zu ich mag train spotting auch nicht wo vor fall street okay ist nicht wirklich also es ist zwar drogen aber es geht nicht wirklich um die drogen requiem for a dream dankeschön den meine ich euphoria ist eine serie mit zendaya wo es darum geht sie ist 17 und drogenabhängig und alles mögliche und alle um sie rum sind naja sicario auch ein geiler film ey es gibt viele drogenfilme aber ich meinte requiem for a dream mit jared leto leto ähm ja und euphoria die serie 20 folgen ist ein mischmasch aus vor allem requiem for a dream und so sex education und ey jeder andere drogen und sexfilm warum ist denn der überall weil sie eine gute schauspielerin ist ich mein warum war ein den 90ern und nullern brad pitt überall es gibt halt einfach zeitabschnitte ich mein hier ähm wie heißt sie der name ist so kompliziert joy taylor joy joy die fury jetzt mad max frau joy joy taylor joy taylor die ist auch überall anja taylor joy die ist auch überall also wirklich überall nicholas cage ist schon seit 30 jahren überall und zendaya ist gar nicht mal überall die hat gar nicht mal so viele filme die ist halt spider-man und dune daher kennen sie halt alle und euphoria ist halt eine krasse serie ist so krass dann ist nur sich deswegen morgen machte ich sowas wie train spotting nicht weil du guckst einfach dumm leuten zu wie sie ihr leben zerstören und euphoria ist so abnormal das ist noch viel krasser du bist so nein hör doch auf nimm doch nicht die droge bist du doof aber darum geht's cage ist alt und trotzdem bringt er jedes jahr irgendwie 10 filme raus oder mit sich halt ist in 10 filmen drin der letzte war dieser traumfilm den habe ich auch noch nicht gesehen wo er so ein random dude ist und auf einmal die ganze welt fängt an ihn in ihren träumen zu sehen voll witzig also der trailer sieht witzig aus ich glaube sie hat viel mehr filme als wir kennen klar aber zendaya ist populär wegen spider-man euphoria und dune aber klar die hat ganz viele filme ist nicht auch the weekend dabei bei euphoria wir haben jetzt die ersten zwei folgen gesehen und es ist es ist hart wir schaffen es nur eine folge am tag anzuschauen weil es einen echt fertig macht so eine stunde einfach nur zugucken wie menschen ihr leben das verstören ist schwierig anzuschauen aber es ist sacken gut gemacht und du siehst so viele penisse oh mein gott und bubas oh mein gott ich habe im gen 7 nie gespielt tatsächlich selber deswegen vielleicht wird es was geben und vielleicht werde ich ein video darüber machen aber dieses video ist halt wenn da nichts lustiges interessantes passiert dann wüsste ich nicht was ich da groß berichten soll so viele euphoria ist auf ist hbo also es ist auf sky auf now kann man sich das anschauen und wir haben noch now und müssen da durch um nicht weiter now zu haben weil es ist das teuerste von allen und so viel gutes zeug gibt es auch nicht gibt es schon viel zeug aber Netflix ist immer noch das was ich seit habe ich jetzt gesehen weil Netflix hat ja wieder ihre preise preise erhöht um ein um ein euro dann steht immer dabei du bist kunde du bist bei uns seit 2015 what seit 2015 seit Netflix glaube ich in deutschland existiert habe ich das einfach weil das angebot ist irgendwas gibt es immer was du da gucken kannst während auf disney und auf den anderen ist immer so ein zeitraum wo du alles gesehen hast und nichts kommt was dich interessiert Netflix hat immer irgendwas Ultra Warpoles sind ganz cool dazu könntest du vielleicht ein gen 7 video machen äh ja aber gibt es denn in Ultra Warpoles einzigartige pokémon die du nur dort fangen kannst aus der gen 7 kann sein dass es die Ultra Bestien die es in Ultra gibt nur da gibt ich weiß es nicht aber ich werde kein eigenes video über Ultra Pforten in gen 7 machen wenn gen 7 einfach 10 Jahre alt ist ich mache mein Origindex Projekt und alles was außen rum passiert ist also was soll ich denn über Ultra Löcher erzählen was nicht schon in 1000 Videos erzählt wurde ich habe sie nie gemacht vielleicht gibt es da irgendwas cooles ja vielleicht gibt es aber wenn ich es nicht interessant finde dann mache ich kein Video drüber der Sound von Sicario ist der Hammer ich habe den zweiten Teil nie gesehen oder ist der noch gar nicht draußen ich glaube es gibt Sicario 2 ich glaube der wird noch gemacht ich glaube der wird noch gemacht aber Blow ist so cool der Film auch auch tragisch natürlich aber ich liebe einfach die Stelle wie er oder halt diese berühmte Stelle wie er zu Black Betty wie er da durch den Flughafen geht und so großartiger Film habe ich den in meiner Liste drin habe ich den bewertet bestimmt oder Ausruhzeichen Movies um zu sehen um alle Filme zu sehen die ich jemals geguckt habe und wie ich sie bewertet habe Blow Blow ich habe den nicht bewertet Blow 4,5 Sterne natürlich wow der war nicht in meiner Liste großartig was hören wir nun für Musik wir hören gerade übrigens Hotline Miami Soundtrack aber Metal Cover das sind alles das kennt man wahrscheinlich Hotline Miami Songs Hotline Miami ist auch ein grandioses Spiel Sacken schwer Sacken trippy apropos Drogen einfach aber der Soundtrack oh mein Gott man fühlt sich so Gangster wenn man zu so geiler Musik einfach durch diese Level sich metzelt habe ich irgendwelche Sachen verpasst nein 1 1 1 4 4 es wird Zeit aber 17 Seiten Gen 5 mhm zu lang das sind halt 4 Spiele Hallo Black Snake na kennst du mich noch? nö wer bist du? das sage ich immer wenn jemand sagt kennst du mich noch weil warum warum solltest du diese Frage stellen? Akuma Akuma Psyogon und warum bist du? nö und warum bist du? nö und warum bist du? hey 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 ich habe mich sogar gestern rausgesetzt während ich das Gen 5 Video geschrieben habe ich saß draußen und ich hatte eben so ein Video angeschaut wo YouTuber bei einem Teil erklärt haben wie sie Skripte schreiben und da haben sie auch gemeint manchmal sitzen sie zwei Stunden lang an einem Satz dachte ich mir okay so lange sitze ich jetzt nicht an einem Satz aber dann hat eine von denen auch gemeint aber manchmal musst du einfach alles raus kotzen um dann zurück zu gehen und alles besser zu machen da dachte ich mir genau das mache ich jetzt auch und habe das ganze Skript raus gekotzt einfach nur um die Struktur zu haben aber da ist nichts interessantes dabei das muss alles noch da müssen da müssen Witze rein wo sind die Witze? Gen 5 1 2 3 4 5 was ist lustig an der 5 bist du 5 das ist mein Go-To-Satz wenn jemand sich wie ein Kind verhält bist du 5 aber wir haben nur 4 Gamecubes ich hatte 5 bis eine Happens bekam die er wahrscheinlich immer noch nicht spielt der Trödelbub hat frei und könnte die Gamecube komplett auseinander nehmen und Double Dashen alles spielen wahrscheinlich hat er sie noch nicht mal angeschlossen ich kriege diesen Salz, diesen Geruch nicht aus dieser Flasche warum? wie kriege ich eine Glasflasche noch sauberer ich meine es ist Glas Glas kann doch keinen Geruch annehmen kann Glas Geruch annehmen wahrscheinlich weiches Glas so so jetzt müssen wir was anderes hören wir hören jetzt Lo-Fi Ghost Metal weil das haben wir gerade gehört den Soundtrack von Requiem for a Dream dann wisst ihr mal falls ihr den Film nicht gesehen habt dann wisst ihr woher das Lied kommt weil das Lied kennt jeder weil das Lied kennt jeder oder gibt es das auch in normal? gibt es das auch in normal? nein warum hat Spotify nicht das originale Lied? Hans Zimmer? der hat das auch nicht gemacht von wem ist Requiem for a Dream? Howard Shore nein Requiem for a Dream Title Song oder so ach der Track heißt ganz geil der heißt anders ah 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 ok Lux Eterna aber das ist auch was anderes der Theme war reorchestrated for the Lord of the Rings und ist known by the name Requiem for a Tower genau daher kannte ich das als erstes dass es in zwei Türme benutzt wurde aber 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 wer hat das wer hat Lux Eterna gemacht? wer? Clint Clint Mansell ok performed by the Chronos Quartet ah ne das ist es dann ah das ist das richtige Lied ja hmh hm hmh hmh hm ich glaub saw das saw Lied ist so ähnlich aber es ist nicht das gleiche oder? das saw Lied klingt aber ähnlich es hat ne ähnliche ähnliche Spannungsmaus hm Pinkel doch mal rein, stimmt das sollte es neutralisieren. Ich glaube dieses Ding was jeder mal hört, dass man wenn man von einer Qualle gestochen wird, sagt man da gestochen eigentlich, ich meine im Endeffekt sind das kleine Nadeln glaube ich die einstechen. Soll man auf die Stelle drauf pieseln, aber das ist anscheinend ein riesiger Mythos. Die Schweine, gestochen, man wird immer gestochen, selbst Brennnessel stechen ein, wir haben früher Brennnesselsuppe gegessen sogar, hat aber nicht gebritzelt. Imagine, du schneidest ein Körperteil ab. Ich lese nicht weiter, wir bleiben dabei. Um ein Handy zu erreichen, wenn du einfach mit der Säge das Handy herziehen hättest können. Ich glaub das war aber, ich glaub das war aber nicht, also ich hab mir, ich hab Saw oft gesehen. Der erste Saw ist mein absoluter, einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, nicht alles was Bear Grylls sagt stimmt, ja okay der macht das halt aus Spaß und dann denken alle, oh ich sollte das machen, dabei hat er einfach nur Spaß dran. Äh, aber ich kann mich nicht dran, ich mein Saw hat viele Stellen wo man sagen könnte, hey mach doch lieber das. Aber im Endeffekt, die werden ja da verrückt. Ich mein, die können ja nicht mehr gerade denken, so wie die da verrückt werden in dem Raum. Ähm, aber ich hab mir nie gedacht, von wegen du hättest das Handy her, ich glaub das ging nicht. Haben die das nicht probiert? Das haben die doch probiert, die kamen da nicht hin. Und irgendwann schmeißt der auch die Säge weg, um den anderen zu bewerfen damit. Saw 1 ist großartig. Tatsächlich ein, ein, ein Twist den man nicht vorher sieht, find ich. Saw hat allgemein, Saw 1 bis 3 sind gut. Und danach kann man sie in die Tonne schmeißen. Sith Trooper Nick, hallo. Der erste Saw war schon super, vor allem war der super, der hatte ja schon Schauspieler die man kennt wie, nicht Danny Glover, wer ist der andere? Danny, oder ist das Danny Glover? Nee, Danny Glover ist, doch doch das ist Danny Glover. Wie heißt der andere, der Rapper? Er ist Childish Kabino? Auch Danny Glover? Nee. Es gibt Danny Glover und Glover Danny. Childish Kabino heißt, heißt doch auch Danny Glover. Nee. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt Danny Glover, dann der Arzt, ist ja auch ein bekannter Schauspieler. Okay, das war's. Die zwei. Und dann trotzdem, der ganze Saw-Film wurde, glaube ich, für eine Million gemacht. Was nix ist für so einen Film. Man hat ja irgendwie 200 Mal so viel eingespielt. This is America. Oh, das Lied. Das ist jetzt aber... Genau, das ist Interstellar. Was passiert, wenn man Saw eingibt? Saw-Soundtrack. Genau. Hello, Sepp. D-dü-dü. D-dü-dü-dü-dü. D-dü-dü-dü-dü. Saw-Spiral, oder? Saw-X. Die kamen, glaube ich, ziemlich schnell hintereinander raus. Saw-X war okay. Die ganz neuen habe ich nie gesehen. Der letzte, den ich gesehen habe, war quasi der, der alles beenden hätte sollen. Was, glaube ich, Saw-3D war. Also, wo... Ne. Wo am Anfang, glaube ich... Ne, das war wieder ein anderer. Es gibt einen mit Chester Bennington im Auto. Wo er ins Auto geklebt ist. Und dann gab's den, der super low-budget war. Dafür gab's auch einen Grund. Und der hat dann quasi alles so zusammengebracht und aufgelöst und fertig gemacht. Und dann haben sie trotzdem weitergemacht. 3D hätten sie nie rausbringen müssen, sollen. Aber das war wenigstens so, das hat das Ganze... Das war ja eigentlich so dann komplett. Und dann haben sie trotzdem... Dann gab's eine ewig lange Pause und dann haben sie wieder weitergemacht. Ich mag eigentlich alle Saw-Teile, aber mich nerven diese unfassbar nerfigen Plot-Twists Teil 1 ausgenommen. Ich werde hier nicht spoilern, aber ihr wisst, welche Twists ich so meine. Eben, der erste hatte halt einen richtigen Twist, wo man sagt, oh wow, hab ich nicht kommen sehen. Und dann ist man so gewöhnt, dass man nur noch nach Twists sucht. Und Saw ist dann irgendwann nicht mehr kreativ gewesen und hat so gezwungen, Twists versucht einzufügen. Sodass man sie gar nicht kommen hat sehen, weil sie nicht logisch sind. Oder sie waren so offensichtlich, wie das der eine Polizist und so. Aber hey, das ist ein Franchise. Es klingt doch genauso. Okay. Und... Schon unterschiedlich. Es hat den gleichen Style. Ich habe halt so an Saw, den ersten, habe ich halt auch so eine geile Erinnerung, weil wir uns da bei einem Kumpel getroffen haben. Und wir haben gesagt, wir gucken eure Filme durch die Nacht. Und wir haben wirklich abends angefangen und sechs Filme hintereinander geguckt. Ich war der Einzige, der komplett wach geblieben ist durch alle durch. Aber ich weiß nicht, ob ich alle aufzählen kann, die wir angeschaut haben. Aber es war eben Saw. Ich glaube, der erste war Saw. Und ich war so, oh mein Gott. Was war Saw? Texas Chainsaw Massacre. Der mit Jessica Biel. Den ich immer noch nicht schlecht finde. Der war ja immer nicht schlecht. Dreamcatcher von Stephen King. Oh, was waren die anderen? Drei Stück. Hills Have Eyes. Nee, das kam erst viel später. Was waren die anderen? Drei Filme noch. Dreamcatcher, Texas Chainsaw und Saw. Oh, Freddy vs. Jason glaube ich. Ein paar habe ich mitgebracht. Ich kannte Dreamcatcher schon und dann haben wir Dreamcatcher angeschaut. Mann ey. The Grudge. The Grudge. Tatsächlich vielleicht, überleg gerade. The Grudge habe ich mit 16 in Nicaragua gesehen, alleine am Strand. Ich war jetzt random, aber es war so. Und ich fand es schrecklich. Und dann das Remake mit Sarah Jessica Parker. Nee, mit Sarah Michelle Gellar. Buffy halt. Sarah Michelle Gellar, glaube ich. Mit Buffy. Was ja auch nicht schlecht war. Aber viel später. Es könnte sein, dass wir Grudge angeschaut haben. Nee, haben wir nicht. Nee, das war wann anders. Sextus Chainsaw fand ich auch gut. Da gab es ja wieder aber dann seitdem mehrere neue Teile. Aber ich habe nur den mit Jessica Biel gesehen. Und halt den Originalen aus den 80ern? 70ern? 80ern? Das ist also von Final Destination. Der erste und der fünfte gehören zu meinen absoluten Favorite Films. Ich habe nur eins, zwei und drei, glaube ich, gesehen. Und dann gab es noch einen mit einer Achterbahn oder so. Ich glaube es war der vierte. Den habe ich nur mit einem Auge gesehen. Eins ist natürlich Kult. Eins ist Kult. Eins ist großartig. Zwei ist auch noch okay mit der Autobahn und so. Dann haben wir jetzt Soundtracks. Oh, Infected Mushroom. Ewig nicht mehr gehört. Oh mein Gott. Infected Mushroom, Leute. Kennt ihr die noch? Ja. Final Destination ist auch so ein Franchise geworden. Der, glaube ich, inzwischen neun Teil hat oder sowas. Ich habe auch nur die ersten, an die ersten zwei kann ich mich erinnern. Und die sind gut. Vor allem der erste. Aber ich, damals habe ich die halt mit Augen gesehen als, keine Ahnung, 15, 16, 17-Jähriger. Und es war so, oh wow. Heute blicke ich zurück auf den Film und denke immer noch so, oh wow. Aber ich weiß, dass der Film eigentlich nur ein dummer Teenie-Horrorfilm ist. Weil am Ende ist es nichts anderes als Scream oder Scary Movie. Aber sowas wie Scream oder Friday, The Third, Teens, wie heißt er, Elm Street und so. Aber die Idee von Final Destination ist halt einfach cool. Ich glaube es gibt nur fünf. Ich glaube vier war eine Achterbahn. Ich dachte es gab erst letztens einen. Kann sein. Irgendwann war es nur noch Comedy. Ich meine, der erste ist auch Comedy. Der eine stimmt an Zahnseide. Schafft es mal. So auszurutschen, dass sich zufällig genau die Zahnseide da aufspannt und da aufspannt, dass du genau so fällst, dass du erwürgt wirst von der Zahnseide, aber nichts dagegen tun kannst. Oder? Das war doch Zahnseide im Bad. Ja, aber der war noch cool, weil da waren wirklich Sachen, die du nicht vorhersehen konntest. Es gibt viele Filme, die ich einfach mag wegen der Idee dahinter. Aber dann die Ausführung ist halt dann so... Oft ist dann das Problem, dass die Filme werden dann irgendwie den letzten 20%, wo es dann irgendwie einen krassen Bang geben muss. Oder irgendeine Auflösung geben muss, die das Ganze logisch macht. Und oft ist die Logik dann übernatürliche Kräfte. Was ich immer nicht mag. Das ist ein Grund, warum ich Jeepers Creepers nicht mochte. Ich habe gedacht, Jeepers Creepers ist voll der coole Film mit so einem Serienkiller. Auf einmal ist es ein Ungeheuer. Was übrigens kein Spoiler ist, weil das passiert direkt am Anfang. Aber ich dachte halt von Anfang an, ich dachte halt, oh, voll der coole Serienkiller Film, so realistisch. Und dann ist es einfach ein Dämon. Also Jeepers Creepers ist halt ein Dämon. Heißt das Viech eigentlich Jeepers Creepers? Aber es gibt viele Filme, die halt so eine coole Idee haben, wie zum Beispiel Final Destination. Oder aber auch, wo ich gestern einen Trailer gesehen habe, weil ich mich erinnern wollte, ob ich ihn gesehen habe. Und ich habe ihn gesehen. Flatliners. Flatliners ist auch ein Film aus den 90ern mit Jessica Roberts und sowas. Und den haben sie dann geremaked mit Elliot Page und so weiter. Und der ist, der hat halt eine coole Idee. Einfach Medizinstudenten, die sich halt flatlinen, also die sich quasi umbringen. Und dann die anderen halt außenrum aufpassen und die dann halt wiederbeleben. Was halt dafür sorgt, dass sie in Ekstase kommen und Sachen sehen und sowas. Aber das ist dann auch eine coole Idee, finde ich, als Anfangsprämisse. Aber dann wird es halt am Ende, keine Ahnung, übernatürlich. Und dann bin ich halt so... Konntet ihr nicht irgendwie einen realistischen Weg finden? Hallo Sirup. Hallo Krokel. Hast du die Follow-Serie schon gesehen? Nee, ich habe keinen Amazon Prime. Ich will nicht immer mehrere Abos gleichzeitig haben. Ich hole mir mal ein Abo und dann gucke ich da alles, was es gibt und dann hole ich mir das nächste. Und gerade habe ich keinen Prime. Weil Prime in diesem Land hier bringt nichts. Weil in Irland gibt es kein Amazon, deswegen hätte ich keinen Vorteil... Also es gibt hier keinen... Nein, ich kriege keinen umsonst Shipping. Und dann ist halt Prime schon... teuer. Und so viel gibt es auch nicht. Aber ja, Fallout will ich, klar, will ich sehen. War das nicht vom Duschkopf? War das nicht Zahnseide? Ja, so wie ich... Genau, das ist halt zehn Jahre später, sieht man das dann irgendwie anders. Ich meine, du hast halt Nostalgie. Aber du weißt... Aber du kannst halt dann, weil du so viel anderes Zeug gesehen hast, kannst du es halt objektiver betrachten, vor allem weil du so viele Vergleiche hast. Und dann auf einmal kackt so ein Final Destination ab gegenüber einem Horrorfilm, der tatsächlich Substanz hat und dir tatsächlich Angst macht. Wie, mein Lieblingshorrorfilm, den Namen ich vergessen habe. When Evil Lurks. Spanischer Film. Der ist grandios. Perfektion. Aber der geht halt unter die Haut. In Final Destination einfach nur, haha, Zahnseide, haha, ein Klavier ist auf dich gefallen. Das war kein Klavier, das war, glaube ich, eine Scheibe. Das ist einfach nur dumm. Aber du kennst die Lösung für das Prime-Problem. Äh, Account-Sharing. Ja. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich... Wir schauen gerade Now. Und wir wollen halt alles gucken auf Now, um dann Now zu deabonnieren. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich nicht Prime abonnieren könnte. Es geht darum, dass ich meine ganze Zeit auf Now gerade geht. Damit Now sich lohnt. Selbst wenn mir jemand von euch Prime schenken würde für einen Monat, würde ich jetzt nicht die Fallout-Serie anschauen, weil ich Now ausnutzen muss, solange ich das habe. Ich habe neulich einen Film gesehen, wo ein Swimmingpool Leute umbringt. Den kenne ich nicht. Heißt der Swim? Das ist so, wie es erinnert mich an, den habe ich aber auch nie gesehen, an Rubber. Wo Kondome, nein Schmarrn, wo ein Reifen Leute umbringt. Was aber auch eben ne geile Prämisse ist, weil man kennt diese Videos von Autobahnen. Wenn auf der Autobahn ein Auto ein Reifen verliert, oder durch einen Unfall einfach der Reifen los düst, dieser Autoreifen ist unaufhaltsam. Bis er irgendwo reinkracht und komplett stoppt. Und das ist, ähm, ich glaube darauf basiert dieser Horrorfilm, dass einfach ein Reifen, keine Ahnung, irgendwie halt anfängt Leute umzubringen. Aber es sieht schon echt beängstigend aus, wenn sowas in Wirklichkeit passiert, weil diese Reifen sind krass. Es sind wie... Ne, es sind Reifen, ja. So Leute schmeißen ja oft auf Reifen so einen Berg runter und dann siehst du diesen Reifen so bum 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 und das ist einfach so krass. Baby Reindeer ist auf Netflix sehr zu empfehlen, hat nur 7 oder 8 Folgen und ist sehr krank, da es eine Stalking-Serie auf wahren Begebenheiten ist und die Person, die im Real Life alles erlebt hat, spielt die Hauptrolle. Ich weiß, was noch krasser ist, die haben alles versucht, um die Stalkerin so anonym wie möglich zu halten, haben es nicht ganz geschafft, weil die haben die Original-Nachrichten gezeigt, ähm, also Wortlaut, Original-Wortlaut von den Nachrichten, die die Stalkerin geschrieben hat. Und dadurch haben die Leute, wie auch immer sie es geschafft haben, die echte Stalkerin gefunden, die jetzt natürlich ohne Ende fertig gemacht wird. Jetzt kann man sagen, hat sie verdient, jetzt kann man aber auch sagen, sowas hat niemand verdient, jetzt kann man aber auch sagen, was ist, wenn das alles gar nicht stimmt und alles nur gemacht ist für Netflix. Und das ist ein Comedian und dieser Comedian, der das eben, also ein Comedian hat erlebt, wie er, ich glaube, drei Jahre lang gestalkt wurde, ich habe die Serie selber nicht gesehen. Ähm, der wurde drei Jahre lang gestalkt mit 10.000 E-Mails und halt die Person, schau, ist auch immer zu ihm gekommen und sowas. Und die war einfach ein Fan von ihm oder ist ein Fan von ihm, keine Ahnung. Und das ist ein Comedian und er hat auch diese, diese Erfahrung in sein Stand-Up eingebaut. Und jetzt hat Netflix mit ihm daraus eine Serie gemacht und der Hauptdarsteller ist dieser Comedian, der gestalkt wurde. Ähm, und jetzt haben die eben, das ganze Internet hat herausgefunden, wer tatsächlich die Stalkerin ist, die das tatsächlich gemacht hat. Und die natürlich ist jetzt ins britische Fernsehen gegangen, weil es eine britische Serie ist, ins britische Fernsehen gegangen, ich glaube, es in London passiert wahrscheinlich, ähm, zu einem der bekanntesten Journalisten und hat halt da als einziges ihre Seite erzählt. Und natürlich sagt sie, sie kennt ihn gar nicht. Sie kennt ihn gar nicht und sie weiß gar nicht, äh, was das soll. Sie hat ihn vielleicht dreimal in so Comedy-Stand-Ups gesehen und sie hat nie E-Mails geschrieben, nie sonst irgendwas gemacht und sie wird jetzt umsonst gehetzt ohne Ende. Ich wette, dieser Comedian hat genug Beweise. Deswegen weiß ich nicht, wie legitim das ist, dass sie das sagt. Ich habe jetzt da nicht noch weiter geforscht, ob das stimmt, was sie sagt. Aber ich meine, es ist... Ich finde es, ich, 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 vielleicht will ich es irgendwann mal anschauen, aber ich finde es zu real, um das zu enjoyen zu können. Ich werde im Hintergedanken, dass da tatsächlich so eine Frau dahinter sitzt und es vielleicht, wahrscheinlich, ob ich es wahrscheinlich alles wirklich so gemacht hat. Ist ja fast eine Doku. Aber laut ihr ist es keine Doku, weil das alles nie passiert ist. Weiß nicht. Und wenn das nicht passiert ist so, dann ist es echt asozial. Weil, selbst wenn sie das alles gemacht hat, würde ich an ihrer Stelle jetzt Netflix so krass verklagen, dass die es nicht geschafft haben, das deutlicher zu verheimlichen. Aber wahrscheinlich kann man da nicht klagen, weil sie nie... Weil das Internet einfach zu mächtig ist. Internet wird es wahrscheinlich rausfinden, auch wenn... Keine Ahnung, weil irgendjemand kennt die Geschichte, irgendjemand kennt die Menschen und plappert dann weiter. Du kannst wahrscheinlich das gar nicht verhindern. Wird schon stimmen, aber ja, die Frau hat halt auch Rechte, die geschützt werden müssen. Ja. Ich meine, jetzt wird die gestalkt. Aber nicht nur von einem Menschen, sondern von 10.000 Menschen oder 1.000, keine Ahnung. Hallo Dave. Jetzt ist Netflix nicht besser als das, was sie gemacht hat. Nur, dass Netflix damit Millionen von Geld macht. Keine Ahnung. Finde ich immer hart. Sowas wie das in Amerika, glaube ich, ist es immer noch... Also hier in Deutschland muss man, glaube ich, wenn jemand eines Verbrechens angeklagt wird, darf man nicht den vollen Namen nennen in Zeitschriften und sowas. In Amerika wird es ja ständig gemacht. Einfach nur, wenn jemand einfach verdächtigt ist eines Verbrechens, wird der volle Name in den Medien überall plakatiert. Ich denke mir so, what the fuck? Aber es gab, glaube ich, jetzt die Diskussion, dass sie das abschaffen in Amerika. Aber wahrscheinlich auch nur auf Staat, jeder Staat, wie er es möchte. Ich sage ab nochmal. Ich schau mal vor, euer Name und euer Bild ist auf einmal in der Zeitschrift für etwas, was ihr wahrscheinlich gar nicht gemacht habt. In Deutschland, glaube ich, darfst du nur den Vornamen... Aber darfst du auch das Bild, glaube ich, zeigen, was schlimm genug ist, weil Leute kennen dich, ja. Wie machst du das alle gleichzeitig resetten? Mit einem GBA, der ein spezielles Spiel drin hat, der vier Gamecubes gleichzeitig steuert. Die Serie war auf jeden Fall sehr gut, die Backstory kannte ich jetzt gar nicht so. Ich habe das nur auf Netflix gesehen, halt Stellen aus dem Interview... Äh, auf Netflix. Auf TikTok gesehen, Stellen von dem Interview, wie sie halt sich verteidigt und sowas. Und halt behind the scenes Sachen. Was haben wir noch? Wir haben doch auch chillige Sachen von Infected Mushroom. Leo, wegen dem Geruch der Maggi-Flasche, leg den Deckel mal über Nacht in Zitronensaft. Okay. Dave, Dankeschön für 10 Monate. Verrückter Dave. Aus der Schwitz. Ich könnte über Filme und wahrscheinlich Musik, vor allem Filme und Serien, stundenlang, tagelang reden. Und ich glaube, jeder YouTuber macht das. Und das ist gefährlich. Weil man kann heutzutage aus jedem Hobby, aus jeder Leidenschaft quasi was machen, indem man das einfach postet. Die Meinungen, Reviews, was auch immer. Aber diesen Gedanken habe ich auch mit allem. So, oh, das mag ich. Wie schaffe ich es, daraus Content zu machen? Und jetzt mache ich Content aus dem, was tatsächlich am einfachsten ist. Einfach da sitzen und Knopf drücken. Aber ich glaube, das ist gefährlich. Weil wenn ich jetzt über Filme anfangen würde, Videos zu machen, was glaube ich eine schlechte Idee ist. Weil es viel zu viele Leute gibt, die Film-Essays oder was auch immer Videos, Content machen. Ich will jetzt nicht sagen, dann wird aus einem Hobby-Beruf. Aber dann könnte ich kein... Mir fällt es sowieso schon schwer, Filme anzuschauen. Ohne dauernd zu denken. Wie haben sie das gemacht? Wie haben sie das gemacht? Wie haben sie das gemacht? Aber dann würde ich mir auch noch... Ich bin ja jetzt schon so, wenn ich einen Film gucke, denke ich mir deswegen so, oh, das werde ich im Stream so erzählen. Und das ist voll krass. Das darf ich nicht vergessen, dass ich das im Stream erzähle, wie ich das fand. Aber wenn ich dann wirklich Videos draus machen würde, dann würde ich ja mich zu Tode... Also mein Gehirn würde während dem Gucken den Film gar nicht mehr mitkriegen, so ungefähr. Aber Filme sind so gut. Ich verstehe nicht, wie nicht die ganze... Ich meine, die ganze Menschheit ist sehr fixiert auf Hollywood und Filme und sowas. Weil es ist eines der besten Medien, um unterhalten zu werden. Und um großartige Botschaften zu verbreiten und so weiter. Ich habe letztens wieder an American History X denken müssen. Einer der besten Filme, die es jemals gab. Oh mein Gott. So gut. Meine Fris. Ich schaue tatsächlich wenig Filme, entweder zocke ich oder schaue YouTube. Aber du könntest auch während dem Zocken Filme gucken. Ich finde es so unfassbar, dass es... Dass Leute nicht... Filme gucken. Weil es gibt Filme, die einfach... Die verändern dein Leben. Die lassen dich so über Sachen nachdenken, über die du nie nachgedacht hättest. Lesen auch. Das bereue ich auch sehr, dass ich nicht mehr lese. Ich habe ja als... Als... Jahres... Wie sagt man... Voraussetzung... Wie sagt man... Mein Neujahr... Vorsatz? Vorsatz. Als Vorsatz habe ich sechs Bücher zu lesen. Ich habe erst zwei gelesen dieses Jahr. Das heißt, ich bin hinterher. Aber schaffe ich. Ich schaffe sechs Bücher dieses Jahr zu lesen. Manche lesen sechs Bücher in einem Monat einfach. Oder in einer Woche. Ah ja, Filme, Bücher auch. Bücher... Bücher sind halt das Ultimative, glaube ich einfach. Und ich habe viele Bücher schon gelesen in meinem Leben. Aber deswegen... Bücher sind wirklich das Beste, weil du machst dein eigenes Ding draus. Du hast das Grundgerüst vom Buch, aber... In deinem Kopf passiert bei jedem was anderes. Aber... Was es halt so schwer macht, Bücher zu lesen, du kannst währenddessen nichts anderes machen. Und ich kann während einem Film das hier machen. Und somit verschwende ich nicht meine Zeit, einen Film zu gucken. Natürlich verschwende ich nicht meine Zeit, einen Film zu gucken, wenn ich einen guten Film gucke. Aber ich kann so halt auch schlechte Filme anschauen. Oder Filme, denen ich nicht meine volle Aufmerksamkeit schenken würde. Und bei einem Buch musst du halt komplett zu 100%. Du kannst nichts anderes machen. Deswegen ist es so... Es ist einfach krass zeitintensiv, ein Buch zu lesen. Shades of Grey, dann hast du dein Ziel. Was? Ich soll alle... Ich soll alle Fifty Shades of Grey Bücher lesen? Passt schon. Hast du alle gelesen? Ach, sechs Buch. Achso. Sechs Bücher. Wir können auch nur sechs Bücher lesen. Kleine Erotik-Novellen, Novella. Hörbücher regeln? Ja. Hörbücher regeln. Das stimmt. Ich habe auch viele Hörbücher schon. Ich hatte damals einen Job, wo ich einfach nur Photoshop gegrindet habe. Für einen Online-Shop. Und währenddessen habe ich zum Beispiel die komplette Mockingbird... Als komplette... Alle Mockingbird-Bücher gehörbucht. Oder auch Der Schwarm. Wovon es auch eine super Serie inzwischen gibt. Der Schwarm. Der Schwarm ist ein super Buch. Und das Hörbuch ist auch großartig, weil es ist kein Hörbuch. Es ist ein Hörspiel. Und ich habe immer dann danach geguckt, was gibt es denn noch für Bücher, die tatsächlich verhörspielt wurden. Und nicht nur Hörbuch. Hörbuch ist, wenn einfach ein Typ liest. Oder eine Frau liest. Hörspiel ist, wenn jeder Protagonist im Buch einen eigenen Sprecher hat. Und auch Geräusche im Hintergrund laufen. Das heißt, er lief noch da, aber dann hörst du Schritte und sowas. Also ein Hörspiel. Das war ein richtiges Erlebnis. Der Schwarm, ja. Der Schwarm hat eine richtig geile Serie gekriegt. Ich weiß nicht, wo die läuft. Ich habe die im Flugzeug gesehen nach Japan. Die Serie ist auch gut gemacht. Natürlich ist das Buch besser, wie immer. Aber die Serie ist gut gemacht. Vor allem, es ist so eine Deutschland, Frankreich, Japan, was nicht alles Kooperation. So wie bei Dark. Oder vor allem bei diesem 1988 Film. Serie, die abgesetzt wurde. Oh ja, die Sachen sind auch oft richtig geil, wenn so mehrere Länder in einem Film arbeiten. Und das ist so eine Serie. Oder Serie. Schwarm ist super. Hat auch eine gute Message und so. Ja, Hörspiele sind... Weißt du, die Qualität ist krass. Aber es gibt sau wenige. Es gibt sau wenige. Und anstatt ein Hörbuch höre ich dann lieber einen Podcast. Ich weiß, das ist lang nicht so... Podcasts sind super schnelllebig. Also du hörst ein, lachst ein bisschen interessant und sowas. Aber dann hast du ihn auch wieder vergessen. Und nächste Woche ist eine neue Folge. Nächste Woche ist eine neue Folge. Es ist halt wirklich so momentares, also Content für den Moment, der aber nicht hängen bleibt. Außer ganz kleine, seltene Sachen. Aber ein gutes Buch, gutes Hörbuch, guter Film. Die bleiben für immer. Aber schnellliebiger Content. Schnell gemacht. Einfach gemacht. Gut konsumierbar. Her damit. Fastfood-Unterhaltung, genau. Was hast du Schönes gelesen? Auch da Horror. Mein Lieblingsgenre überall. Ich meine, Metal kann man ja auch als Horror-Musik bezeichnen. Überall. Jedes Medium ist bei mir Horror. Shiny-Handen? Nee. Mein Ziel ist es, irgendwann in meinem Leben jedes Stephen King-Buch gelesen zu haben. Ich liebe Stephen King. Ich liebe Oma. Wie er schreibt die Themen. Und viele Stephen King-Sachen sind noch nicht mal Horror, sondern einfach gute Thriller. Oder so Science, also nicht Science-Fiction, aber halt so Fiction-Sachen. So Fantasy. Ich weiß nicht, was wir hören sollen. Äh, 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 äh. Wie heißt er? J. Okay. Hallo, cozy Kurkuma. Hast du einen Favoriten von King? Natürlich der dunkle Turm. Der dunkle Turm ist der beste Epos, den ich je konsumiert habe. da kackt Harry Potter ab, da kackt sogar Herr der Ringe ab und Star Wars erst recht. Der dunkle Turm von Stephen King. Wo du einmal versuchst zu verfilmen mit Matthew Coney und schrecklicher Film, hat nichts mit dem Buch zu tun. Es passieren auch nicht mal Sachen, die ein Buch ist. Es hat nichts mit diesem geilen Buch zu tun. Du hast nicht der dunkle Turm gelesen? Oh! Stell dir vor, einfach ein Universum, ein Fantasy-Universum wie Herr der Ringe, halt sowas eher so mittelalterlich, aber sehr gemischt trotzdem. Mit mehreren Charakteren, also wie so ein Herr der Ringe Epos, nur über sieben Bücher, jedes Buch wird immer dicker und wenig Horror, also es ist eins von diesen Stephen King Sachen, die nicht wirklich so Horror sind wie Carrie oder keine Ahnung, Shining und so. Sondern eher Fantasy. Bisschen brutal natürlich, aber vor allem die, oh Gott, der hat das über, ich glaube, 30 Jahre geschrieben oder so. Oder über 25 Jahre hinweg hat er das geschrieben. Das erste Buch ist sehr slow, aber dann ab dem zweiten Buch geht es richtig ab und dieses Universum baut sich auf, baut sich auf, baut sich auf und das ist, kurz gesagt, Story, ein Revolverheld, genannt Roland. Er sucht den dunklen Turm und du begleitest ihn auf dem Weg, den dunklen Turm zu finden. Und dabei kriegt er natürlich Gefährten, Gegner, Nemesis und so weiter. Und vor allem ist es sehr gut, wenn du schon andere Stephen King Sachen kennst. Ich kannte viele andere Stephen King Sachen in dem Moment noch nicht. Ich habe das vor 15 Jahren gelesen oder vor 10 Jahren. Ich kannte noch nicht viele Stephen King Sachen und Stephen King baut ja immer Sachen ein aus anderen Büchern, in seinen anderen Büchern. Und der dunkle Turm ist halt wirklich voll mit, keine Ahnung, da kommt Brenn Mussalem drin vor, da kommen halt Geschichten vor aus anderen Universen, die er geschaffen hat. Und dann ist es, glaube ich, erst recht nochmal richtig geil, wenn du auf einmal Charaktere sind, wo du denkst, Moment mal, du heißt so und du verhältst dich genauso wie der Charakter aus dem Buch? Du bist es. Und du hast nicht der dunkle Turm gelesen? Pflicht. Großartig. Schwarz ist echt ein bisschen, schwarz ist aber auch das dünnste Buch, das erste Buch. Das ist sehr slow, weil du, weil du bist so wirklich nur bei Roland, dem Hauptcharakter und die Reise beginnt und du kriegst Backstory von Roland und so. Und dann erst beim zweiten Teil geht es so richtig ab, wo er dann Freunde findet und das ganze Universum sich ausbreitet. Die lange Reihe hatte mich bisher abgeschreckt, aber ich stand schon öfter davor, klingt echt gut. Oh, es ist so gut. Ich könnte dir so viele Sachen sagen, aber es wäre alles Spoiler. Oh. Es ist unfassbar. Selbst Rosa fand es gut, aber wir sind nie über das vierte. Wir haben immer mal wieder der dunkle Turm als Hörbuch gehört, im Auto, bei irgendwelchen Reisen, Roadtrips oder sowas. In Island haben wir damals, glaube ich, angefangen. Und sie fand es auch richtig gut. Aber wir haben nie weiter gemacht, nach Buch 4, glaube ich. Dolores habe ich, glaube ich, gelesen. Aber Dolores kommt auch im dunklen Turm vor. King habe ich in meiner Jugend viel gelesen. Er beschreibt es unglaublich gut. Okay, der dunkle Turm auf jeden Fall. Aber ich glaube, mein Lieblingsbuch von Stephen King ist Sie. Oder halt auf Englisch Misery. Und der Film ist gut. Grandioser, einzigartiger, historischer, also wirklich in die Geschichte eingegangener Film, Misery. Aber das Buch ist so viel besser, weil es aus seiner Perspektive geschrieben ist. Und du bist in seinem Kopf drin. Während der Film ist quasi God-Mode. Also du siehst alles, wie es so passiert. Aber es ist viel spannender und viel intensiver, wenn du alles nur mitkriegst aus seiner Perspektive. Und wie er, wie er zwischen Schmerz und dem Keiner und Valium hin und her schwankt und rein und raus kommt aus Schmerzen und eben Valium und sowas. Und dann oh, hallo Igor. Misery ist so gut geschrieben. Misery ist echt sehr gut, der gibt die Emotionen so gut wieder und diese Aussichtslosigkeit, ja. Und ich glaube, das Ende ist auch anders im Film als im Buch. Ja, ich glaube, Stephen King mochte nicht, was aus dem Film gemacht wurde. Aber was habe ich da letztens, habe ich doch letztens erst erzählt? Es gab irgendein Stephen King-Ding, wo Stephen King danach sagte, ah, Nebel, genau. Wir haben letztens über Nebel geredet. der Nebel, der Film, der neueste Nebel-Film, nicht die Serie. Wo Stephen King nach dem Film gesagt hat, er wünschte, er wäre auf dieses Ende gekommen, weil es so viel besser ist als sein Buchende. Ich habe nur den Film gesehen und das Ende ist so genial. Heute ist der Film Serientalk, gefällt mir. Das ist sehr oft hier so, nur selten schreiben Leute zurück, was ich aber auch verstehe, weil es ist schwierig, bei so Themen quasi einen Dialog zu führen, weil du super viel schreiben müsstest. Weil ihr könnt ja jetzt nicht sagen, ja, ich finde das und das ist gut, weil das und dann hast du so einen Absatz geschrieben. Anstrengend, nervig. Deswegen fühle ich mich bei den Themen oft alleine, wie ich vor mich her labere, welche Filme ich mega geil finde und warum. Aber wenn euch das gefällt, ich kann über Filme und Serien so viel labern, weil sie so gut sind. Aber es ist halt auch schade, dass man nicht spoilern kann, weil viele Sachen sind halt an den Sachen nur gut, wenn man spoilern würde. Wenn man darüber redet, was tatsächlich dann die Auflösung ist. Monolog Leo. Immer. Das Mädchen ist auch gut, ja. Ja, ja, ja. Wo sie im Wald war, ist quasi nichts passiert, aber im Kopf purer Horror. Ja, 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 ja. The Stand ist auch großartig. The Stand. Vor allem die alten Sachen. Die neuen Sachen habe ich nie gelesen, aber ich will unbedingt die Serie auch mal anschauen von Mr. Mercedes. Mr. Mercedes. Mr. Mercedes. Davon habe ich aber auch das Buch. Mr. Mercedes ist quasi, du bist im Kopf von einem Attentäter, der mit seinem Mercedes in eine Gruppe von Menschen reinrast. Und du bist quasi auf seiner Seite, also nicht auf seiner Seite, aber du erlebst es von ihm aus. Aber mehr weiß ich nicht. Das wurde auch zu einer Serie, glaube ich, gemacht. oder The Dome würde ich eigentlich auch gerne mal anschauen oder lesen. Ah, der Typ schreibt ja, was habe ich da, Interviews, der Typ schreibt ja 5000 Wörter am Tag. Einfach als, selbst wenn daraus nichts wird, aber das ist sein tägliches, quasi seine Routine, jeden Tag irgendwie 5000 Wörter zu schreiben. Der bringt ja auch ein Buch jedes Quartal raus, ist so krass. Aber die OG Bücher von damals aus den 80ern, 90ern sind halt auch die, die ich am besten finde und auch gelesen habe. Das Stand ist großartig. Brennen muss Salem habe ich nicht gelesen. Ah doch. Warte mal. Brennen muss Salem. Doch, natürlich habe ich das gelesen. Doch, natürlich. Das war das eine Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Ich habe gerade gedacht, ich habe das noch nicht gelesen. Klar. Aber das Brennen muss Salem war ein Problem, weil Brennen muss Salem ist heute als Geschichte, so die Grunderzählung von Brennen muss Salem ist einfach nur, zwei kommen in die Stadt, da leben Vampire und die Vampire verbreiten sich immer mehr und eine Gruppe von Menschen oder eine Hauptperson versucht diese Vampire zu stoppen. Und davon gibt es inzwischen viele Serien und Filme. Die beste, die mir einfällt, ist The Midnight, Mass auf Netflix. Großartig. Oh mein Gott. Midnight Mass. Die Midnight, die Mitternachtsmesse ist so gut. Oh mein Gott. Die, die eine Stelle auf dem Boot. Oh mein Gott. Midnight Mass von, von, wie ist der mit F? Jimmy, der nur Horror-Serien macht. so ein guter Horror-Serien- und Brennen muss Salem ist halt quasi das. Und deswegen ist es komisch, das dann so spät zu lesen, weil man sich denkt, hä, die Geschichte kennt man doch. Am Endeffekt, die jede Geschichte kennt man schon, weil es ist sehr schwierig, heutzutage noch neue, frische Geschichten zu erzählen. Weil es gibt sieben, war es sieben oder siebzehn? Ich glaube sieben. Es gibt sieben Archetypen an Geschichten und jede Geschichte, jeder Film, alles, was ihr jemals konsumiert habt, ist eine von diesen oder ein Mix vielleicht von diesen Archetypen. Sei es, Gott, was waren die? Ich habe die alle in der Uni natürlich gelernt. Die sieben Archetypen der Geschichtenerzählung. Das eine ist Gut gegen Böse, was Star Wars ist zum Beispiel, Gut gegen Böse. Das andere ist eine Reise, die Heldenreise, genau, einfach nur die Heldenreise. Jim Jones? Nee, 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 der heißt anders. Heldenreise ist eins, also sowas wie dann eine Heldenreise, sowas wie Herr der Ringe wahrscheinlich. Herr der Ringe wahrscheinlich ist auch Gut gegen Böse natürlich, aber Herr der Ringe ist eher eine Reise, ne? Frodo muss diese Reise hinter sich bringen. Es gibt noch mehrere und mehr gibt es nicht. Und diese Archetypen sind schon vor Dekaden definiert worden und aber du musst auch nicht da rauskommen können, weil es ist halt sehr allgemein definiert. Aber trotzdem Filme, die halt irgendwie was anderes probieren, was meistens A24-Filme heutzutage sind, schaue ich halt viel lieber als den dritten Spider-Man. Oder Mike Flanagan, ich sage doch mit F, habe ich mit J gesagt? Mike Flanagan. Mike Flanagan hat Haunting of Hill House gemacht, Midnight Mass und das eine, was ich nicht mochte, war Blythe Manor. Das war scheiße. Wegen den Schauspielern. Die konnten nicht schauspielen. Vor allem die Kinder. Nervige Kinder. Aber Haunting of Hill House und Midnight Mass sind grandiose Netflix-Serien für Horror-Liebhaber. Oh mein Gott, so gut. Aber ich habe letztens Matrix 4 angeguckt und ich habe erwartet, dass ich das hassen werde. Und ich fand es gar nicht so schlecht. Also es ist natürlich der, habe ich das schon erzählt eigentlich? Es ist auf jeden Fall der schwächste Film von den vier. Es ist jetzt definitiv nicht der beste. Ich finde alle drei davor, aber sie sind quasi immer schlechter geworden. Eins, zwei, drei, vier. Aber sie sind alle gut, finde ich. Ich habe jetzt super, weil alle immer sagen, wie schlecht er ist. Einen super cringe, unlogischen Film erwartet. Aber ich fand ihn relativ logisch. Ich meine, klar, sie übertreiben es ein bisschen mit ihren Powers. Aber im Endeffekt, du bist in einem Computerspiel. Du bist in einem Computerprogramm. Deswegen ist eigentlich alles möglich. Aber ich fand es schön, mit so Liebesgeschichte zwischen Trinity und Neo. Keine Reefs kann ich schauspielen. Ich glaube, daran haben wir uns alle gewöhnt. Deswegen ist er in John Wick so gut, weil er da nicht wirklich schauspielern muss, sondern einfach nur ein grimmiges Gesicht haben muss und ballern muss. Aber, ey. Ich verstehe aber auch nicht, wo das herkommt, weil Matrix 1 und sowas, ich erinnere mich nicht daran, dass ich mir je gedacht habe, oh, Keine Reefs spielt aber schlecht. Aber inzwischen, jeder Kerne Reefs Film ist so von wegen, Alter. Du, 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 du. Was hat er in Matrix 4? Keine Ahnung, es ist so, ah ja, er hat eine Erdbeere gekriegt, in die Hand gekriegt und dann, und dann, dann hat er da reingebissen, um die Erdbeere zu probieren und er hat hier wirklich so, hm, er hat halt 1 zu 1 so wie ich gerade gespielt, so, und dann so gekaut, so, hm, das war, hä, Schauspieler doch ein bisschen natürlich. Keine Reefs hat, ich weiß nicht, war das schon immer so? Vielleicht sind es die langen Haare. Nee, aber ich fand die Action geil, ich fand die Effekte sahen relativ cool aus und ich fand auch diesen, diesen, also diesen Trinity Moment so und so, das fand ich schon cool. Es ist halt Matrix, wenn man das mit den anderen Matrix vergleicht, die sind auch komplett abgefahren. Ich meine, in Matrix 2 sind sie auf der Autobahn. Was da alles passiert, ist abnormal, was sie für Stunts machen, die komplett unlogisch natürlich wären. Oder in 3, 3 war eigentlich schon echt cool, wie sie da hauptsächlich in der echten Welt sind. Aber ich fand 4 nicht so schlecht, wie alle gesagt haben. Barbie, der war grottenschlecht. Im Gegenteil, zu was alle gesagt haben. Bei mir hat Keine Reefs den menschlichen Bonus, aber er spielt oft das Gleiche, stimmt schon? Ja, es ist halt, ich weiß nicht, ich finde auch nicht mal das Gleiche, aber er kann einfach nicht Schauspielern. Wobei ich auch, ein bisschen hat mich an Matrix gestört, weil Keine Reef kommt rüber als der krasse John Wick Typ, der die krassen Stunts macht und sowas. Ich glaube, in John Wick ist es halt besser darauf fokussiert, wie er Stunts kann, weil er es ja auch alles selber macht. In Matrix war es mal so, ja, wir verstehen, du bist alt. Trotzdem befinden wir uns gerade in der Matrix, also warum kannst du nicht ein bisschen cooler kämpfen. Immer wenn Neo tatsächlich so gekämpft hat, hat man gesehen, dass es Schauspieler Keine Reefs ist, der so blockt und ausweicht und halt Choreografien macht von Kämpfen und es sah nicht sehr, es sah nicht so krass wie in Matrix 1, 2 oder 3 aus. Aber klar, Keine Reefs ist alt. Das Problem ist halt, wenn du in der Matrix bist, sollte es keine Rolle spielen, weil du sein kannst quasi wer du bist. Du kannst dich einfach jünger machen, du kannst einfach krasser sein, als du wirklich bist. Das war ein bisschen komisch. Aber wie willst du es auch machen? Nur ein Stuntmanage die ganze Zeit zeigen. Du hast Game of Thrones nie gesehen, wurde mir unbedingt empfohlen und habe Staffel 1 bis 8 in einem Monat geschaut. Das ist sehr schnell. Wenn man bedenkt, dass wir jedes Mal, glaube ich, zwölf Folgen haben oder zehn, jeweils eine Stunde. 80, mindestens 80 Stunden. Das sind zwei Arbeitswochen, zwei gute Arbeitswochen. Das ist gut, gut, gut gemacht. Ja, Game of Thrones ist nicht schlecht, natürlich. Das Beste an Game of Thrones war, dass dadurch jetzt mehr Serien existieren, die tatsächlich Risiken eingehen oder wie sagt man halt. Also Game of Thrones hat alle damals überrascht, weil keiner war sicher. Selbst der krasseste Hauptcharakter konnte einfach sofort sterben, ohne dass du es kommen siehst. weswegen auch die letzten zwei Staffeln von Game of Thrones Schrott waren, weil es da auf einmal nicht mehr so war, weil die Schreiberlinge kein Vorbild mehr hatten, weil der J.R.R. Tolkien, wie heißt er, weil der auf einmal Martin, weil er nicht mehr jemals wieder weitergeschrieben hat. Und dann mussten sie selber ihre Hollywood-Kacke da machen, wo Jon Snow einfach auf einem Kriegsfeld steht und von Gott selber berührt wird und jeder Pfeil ihn zufällig verpasst. Da denkst du, Alter, in Staffel 1 bis 5 wärst du gerade zehnmal gestorben, lieber Jon Schnee. Aber seitdem, und es gab auch schon Serien davor, sowas wie Dexter oder Sopranos hat auch einen Scheiß drauf gegeben, ob es ein Hauptcharakter ist oder nicht. Wenn er sterben musste, musste er sterben. Aber es ist populärer geworden jetzt einfach nicht mehr dieses, oh, das ist ein Hauptcharakter, der kann nicht sterben. Der muss da bleiben, weil alle lieben diesen Hauptcharakter. Aber gerade weil Sean Bean, Sean Bean, Sean Bean, doch, Bean schon, Sean Bean einfach knackst die rüber ab. Spoiler. Selber schuld. Genau deswegen war das so gut. Aber, wenig vergleichbares. Ich meine, was, House of Dragon? Das ist auf Pro... Nein, House of Dragon ist auf Now. Und ich habe irgendwie keinen Bock anzuschauen. Ich finde, es in mich interessiert ist, Game of Thrones Universum irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob House of Dragon gut ist. Ich habe gehört, dass es sehr kompliziert ist, weil du triffst 20 Charaktere, alle heißen gleich, alle sehen gleich aus, weil es alles irgendwie Targaryens sind. Und du bist die ganze Zeit nur wer, was, wo, was, dieses typische Game of Thrones Feeling, wenn es um Politik geht. So wer? Aber CGI sah krass aus. Serie ist sehr gut. Freue mich schon auf Staffel 2. Ist das gut? Muss ich mir das geben, solange ich noch einen Now habe? Sean Bean ist da sterben gewohnt, ja. Aber ich glaube, er ist nicht der Charakter, der am meisten in Filmen gestorben ist. Da habe ich letztens eine Auflistung gesehen von Main-Character oder von Schauspielern, die am meisten in ihren Filmen gestorben sind und es war nicht Sean Bean. 132 Rollen, 25 Tode. Ah, schau, du weißt es. Echt 139? Das klingt so krass viel, ne? Aber wenn man bedenkt, dass der sein Leben lang Schauspieler... Hallo, dumm guy. Gucke ich eigentlich, ob die grün-gelb sind? Ich glaube schon. 1, 1, 5, 7, 6. Wir haben heute schon... Haben wir schon 1000 geschafft? Ne, wir haben bei 1, 10, 800 haben wir angefangen. Ich wollte gerade sagen Christopher Lee, aber dann dachte ich mir nicht, dass das stimmt. Ich wollte einfach Christopher Lee sagen, weil der in so sacken vielen Filmen war. Seit den 40ern oder sowas. Aber ich wusste nicht, ob der in so vielen gestorben ist. Aber ist Christopher Lee Platz 1? Ja, aber es liegt einfach nur daran, dass der 282 Rollen gehabt hat. Wow. Ist auch sehr alt geworden. Der hat auch in beiden Weltkriegen, glaube ich, gekämpft. Wobei, glaube ich, nur im zweiten. Und war deswegen er auch so gut Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und sowas kann. Weil er... Also da habe ich so Interviews mit Elijah Wood und sowas gesehen, wie er erzählt, was Christopher Lee alles erzählt hat. Und der war ja für England quasi... Wie heißt der Geheimdienst von England? quasi KGB nur Englisch im zweiten Weltkrieg und er erzählt nichts davon. Aber man weiß, dass er quasi ein MI6... Nee, aber ich glaube, im zweiten Weltkrieg hießen die nicht MI6. Das war halt für den Krieg damals. Und hat anscheinend... Er war wirklich Spion damals. Sagt man. MI5? Er war Spion einfach und hat Leute so wie wahrscheinlich The Americans hat er wahrscheinlich Leute abgekehlt. Und dann spielt er auf einmal Dick Van Doe... Wie heißt der? Wie heißt der in Star Wars? Der gegen Yoda kämpft. Qui-Gon? Nee, das war der andere. Und dann ist er auf einmal ein Sith Lord, ey. Und hat tatsächlich... Und war tatsächlich ein Sith im zweiten Weltkrieg. SIS? Das kann sein. Doku? Aber nur Doku? Wenn du das Beste was GOT die Serie hinterlassen hat, ist das Wissen, dass keine Serie ein Selbstläufer ist und man mit einer einzigen schlechten Staffel alles an gutem Willen verspielen kann. House of the Dragon hat zum Glück ein festes Ende. Achso, echt? Weil das einfach Zeug ist aus einem anderen Buch? Ich dachte, es ist alles neu erfunden. Und stand jetzt bis zum Schluss aktiv mit dabei und geht nicht wie bei Geotena Staffel 4 und lässt die Showrunner mal machen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also was ich da alles gehört habe, gelesen habe, was... Warum Game of Thrones so schlecht war, keine Ahnung, ob das alles stimmt. Das klingt halt alles immer logisch, wenn man es so liest. Aber... Nervig. Aber es war jetzt... Ich fand... Die letzte Staffel hat viel kaputt gemacht, natürlich. Aber ich fand es jetzt nicht... Es ist halt das Ende. Es ist jetzt nicht... Es war jetzt keins... Ich finde oft... Die Leute übertreiben oft, wie schlecht es war. Es war halt im Vergleich schlecht. Aber es war trotzdem kein schlechtes Fernsehen, fand ich. Es war schon okay. Hallo, Mauredi. Even Count Doku vom MI6 zu MI Sith Lord. Ich gucke gerade mit Rosa ab und zu Dexter. Wir haben die erste Staffel durch. Und es gefällt ihr. Ich hatte Angst, dass es ihr nicht gefällt. Und oh boy, ist Dexter alt. Also nicht der Charakter, sondern die Serie. Ich habe es auch schon vor über 10 Jahren oder so gesehen und damals war das relativ neu. Und jetzt, wenn man sich das so anguckt, man sieht einfach an der Kameraführung, an der Qualität, wie seltsam das war. Alle sind so extrem... Das hat man damals gemacht. Alle sind so extrem nah gefilmt. Das ist... Der ganze Bildschirm nimmt das Gesicht ein. Du siehst jede Pore und jede Szene ist wirklich so hier dran zum anderen Gesicht. Reaktion hier dran und so. Geh doch mal weiter weg. Heute wird alles viel weiter gefilmt. Was viel cooler ist. So wie Mr. Robot. Alles sollte wie Mr. Robot gefilmt werden, aber dann wäre alles artifatig und dann wäre es alles wieder normal. Die best gefilmteste Serie, die ich je gesehen habe, ist Mr. Robot. Oh mein Gott. Aber Dexter... Ich meine, es ist hier und da echt cringy und so Klischee. Aber trotzdem die Twists und die Wir aus Sachen rauskommt. Es ist einfach... Oh, es ist so spannend. Und ich würde Rosa am liebsten... Aber bei einer Sache ist sie schon draufgekommen, ohne dass ich was gesagt habe. Sie hat dann gesagt, das ist der und der. Und ich so... Ich konnte mir das grinsen. Ich war verkneifend. Und ich so... Ich wusste es. Ich war mal gespannt, auf was für Sachen sie noch kommen. Weil es sind so krasse Sachen bei Dexter dabei, die dann passieren. Weil Dexter hat auch nicht... Ähm... Quasi den Hauptdarstellern... Also da sind auch Hauptdarsteller auf einmal einfach draufgegangen. Ohne dass du es kaum gesehen hast. Surprise, motherfucker. Genau, die Stelle war schon. Und Rosa so... Leonardo Di Cabrio. Oh, 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 oh. Hier stand auch gerade Dexter. Ernsthaft? Wo seid ihr? Ist es nicht geil? Ich meine, es ist... Es ist... Es meinte ich. Es ist irgendwie... Damals war das cool. Heute ist es ein bisschen so... Ah... Komisch gealtert. So wie die auch reden und so. Was für Wörter die benutzen manchmal. Aber die Story... Trotzdem, diese... Es ist ein bisschen wie Sons of Anarchy, dass wirklich jede Folge ist so... Spannung, Spannung, Spannung. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, wie kommt er da noch raus? Aber in Sons of Anarchy ist es noch krasser. Da kommst du echt... Da geht keine Folge vorbei, wo du nicht... Denkst... Wie kommt er da noch raus? Hallo Itachi. Ich habe in letzter Zeit einige Zac Efron Filme geschaut. Und mein Bild von ihm hat sich so geändert. Kann Filme wie Extremely Wicked und The Iron Claw nur empfehlen, wenn man auf die Art von Dramafilm steht. Ich kenne nur Iron Claw. Ich habe den aber nicht gesehen. Ich habe so Wrestle Filme nie angelacht. Ich habe auch nie Rocky wirklich gesehen. Ich habe The Wrestler gesehen. Und ich schätze mal, dass es so ein Drama ist wie The Wrestler. Also hier mit Mickey Rourke. Ich weiß nicht, ob ich Iron Claw jemals gucken würde. Irgendwie interessiert es mich nicht. Aber es ist krass, wie er aussieht in dem Film. Aber mir fallen nicht wirklich gute Zac Efron Filme ein. Die ich gesehen habe. Ich verwechsel oft Zac Efron mit dem einen Typen aus... Wonder Woman. Die nicht gut sind, die Filme. Aber Wonder Woman ist doch sie und dann er. Und er ist irgendwie Chris Pines. Ich verwechsel gerne Chris Pines und Zac Efron. Die sind schon ein ähnlicher Typ. Aber ich muss dann immer denken, nein, Zac Efron ist der aus High School Musical. Baywatch ist Zac Efron. Und Chris Pine ist... Keine Ahnung. Hallo Piano, Benni. Auf 12.000 gehen wir safe noch. Kann nicht sein. Deoxys. Kam schon das dritte Shiny? Nein. Ich bin ein riesiger Wrestling-Fan, aber auch für Nicht-Wrestling-Filme ist Ironclaw sehr stark. Glaube ich, glaube ich. Er steht halt nicht sehr oben auf meiner Liste. Aber wenn er irgendwo mal... in einem Abo zu sehen ist, was ich habe, gucke ich den sofort. Das ist eine wahre Begebenheit einer Wrestling-Familie aus den 70ern, 90ern, die sehr, sehr viele Schlimmes durchmachen mussten? Hm. Ich glaube, das Einzige... Ich habe... Es gab diesen einen Film, hieß der Southpaw mit Jack Gyllenhaal. Das war halt ein Boxer-Film. Ich glaube, den fand ich richtig gut. Ansonsten habe ich kaum... Ich meine, ich habe auch all diese... Wie heißen diese Neuen mit Michael B. Jordan? Creed habe ich nie gesehen. Interessiert mich einfach null. Aber Southpaw, Southpaw... Fand ich cool. Aber ich will auch jeden Jack Gyllenhaal-Film sehen. Ich habe Ding noch nicht gesehen. Roadhouse. Ich musste immer an Family Guy denken. Roadhouse. Roadhouse, Roadhouse. Roadhouse habe ich noch nicht gesehen. Southpaw ist auch cool. Das habe ich auch ewig nicht mehr geguckt. Bestimmt zwei Staffeln nicht gesehen. Pass auf, dass du das Shiny nicht weglickst. Ach, Quatsch. Als ob ich das jemals könnte. Was für ein Abschaum hast du jetzt wieder kreiert? Einen Moment. Einen Moment. Maud Siegel. Das ist süß, dass die Münze Feuer ist. Maud Siegel. Maud Siegel. Foizzi. Das ist kein Abschaum. Das ist süß gewesen, ja. Das ist Foizzi. Team Rocket Starter. Das stimmt. Hast du Vikings gesehen? Ne, ich habe einmal Vikings in einem Flugzeug angefangen und dachte mir nur, oh mein Gott, ist das low budget, weil alles sah super es sah so aus wie so eine keine so eine CSI Serie die auf Masse produziert ist, weißt du wo du so viel produzierst, dass du nicht darauf achtest, dass die Kamera gut ist oder dass die Schauspielerei gut ist es sah so krass massenproduziert aus, dass ich nach ein, zwei Folgen nicht mehr weiterschauen wollte, aber ich weiß dass es besser wird, weil sie wahrscheinlich höheres Budget gekriegt haben und dass die Story halt auch krass wird ich weiß, aber es war nie etwas, ich kam irgendwie nie dazu Season 1 ist ganz okay, aber dann wird es viel besser ich glaub's, ich glaub's aber ich habe Norseman gesehen den Film und der ist krank mit spielt er nicht auch Taylor, Joy, N N, Joy, N N, Taylor, Joy was spielt die da nicht auch mit? auf jeden Fall die Sarsgard Brüder spielen da auch mit der Mr. Sarsgard hat seine ganze Familie inzwischen in die Filmindustrie gepackt Hallo Daniela bin gerade bei Better Call Saul und hab'n Hänger meinst du ein Hänger im Sinne von, dass du nicht weiterschauen willst, was langweilig ist? Better Call Saul finde ich spannender als Break, naja nee, es ist nicht spannender als Breaking Bad Better Call Saul hat halt einen krassen Moment am Ende von jeder Staffel und zwischendrin baut sich alles auf aus diesem einen Moment aber du weißt, dass es bald explodiert ich mochte das Ende von Better Call Saul sehr auch Breaking Bad hatte ein perfektes Ende die bauen gerade das Labor Stimmt, es ist eigentlich ich hätte gedacht dass bei Better Call Saul sich die beiden Storylines, also die Drogis und die Anwaltis dass sie sich mehr vermischen aber das läuft die ganze Zeit relativ parallel und manchmal geht's so ein bisschen kreuzen sich die Geschichten eigentlich sollte die Serie Better Call Saul und Nacho heißen nee, wie heißt der Kleine? nicht der Kleine, aber der Drogentyp Nacho? Better Call Nacho so sollte die Serie heißen ja, ja, das ist cool wie wir das Labor bauen echt, und da hast du einen Hänger drin? das war eigentlich ziemlich cool die ganze Zeit aber Better Call Saul ist wie Breaking Bad es ist einfach sehr viel Character und Worldbuilding und dann irgendwann kracht's Varga? ja, aber der heißt doch mit Vornamen Nacho oder so quasi halt der mit der Glatze der Hauptdarsteller aus dem Drogenbereich Basti Multi hallo der in Breaking Bad ja, der ist der in den Knast kommt aber das wird nur in der ersten Folge kurz erwähnt den Charakter haben sie genommen und der ist in Breaking Bad von vorne bis hinten der wird ja gesagt irgendwie Jesse Pinkman sagt da irgendwie oh man Nacho ist in prison now I have to now I have to do his job und der Typ ist der der die ganze Zeit in Breaking Bad in Better Call Saul die Deals macht Breaking Bad und Better Call Saul sind zwei der wenigen Serien die von Staffel zu Staffel besser werden ja oft hat eine Serie irgendwann den Höhepunkt erreicht und dann wird die Marke ausgeschöpft und diese Gefühle haben wir haben mir die zwei Serien nicht gegeben ja, weil ich der festen Überzeugung bin dass bei solchen Serien von vornherein feststeht was passiert von vorn bis hinten Nacho wird in Staffel 1 erwähnt wenn nicht sogar in der ersten Folge weil das ist der Grund warum Jesse überhaupt oder warum diese oder in der ersten Staffel weil die erste Folge von Breaking Bad fängt doch so an dass sie mit dem RV durch rumdüsen und zwei Leichen sind zwei Leichen sind im RV hinter ihnen und rutschen so rum und das sind ja die zwei sind nur da weil Nacho im Gefängnis ist oder sowas und das ist der Nacho der in ganz Better Call Saul da ist und die nehmen auch mehrmals seinen Namen in den Mund hallo Damnness aber es gibt finde ich viele Serien die haben das jetzt oft deswegen das meine ich mit es gibt halt diese Serien die Massen produzierend sind die darauf aussehen so viele Folgen wie möglich rauszubringen solange es geht wie Walking Dead zum Beispiel wobei da haben sie auch Quellmaterial wie halt den Comic aber sowas wie Breaking Bad und Better Call Saul sind halt von Vince Gillingen gemacht von vornherein glaube ich war klar was passieren wird natürlich schreiben sie dann Sachen um je nachdem wie erfolgreich manche Sachen sind ich glaube zum Beispiel dass wie war das Jesse Pinkman hätte in der ersten Staffel sterben sollen oder sowas sie haben es nicht gemacht damit weil alle Jesse Pinkman so geliebt haben und sie gesehen haben wie geil er die Rolle spielt und dann wurde halt das Skript geändert so dass er ein Hauptcharakter ist ich glaube irgendwie sowas gab es da was übrigens auch der Fall war bei Spike aus Buffy kennt ihr noch Buffy der blonde Vampir der Spike der sollte auch nur in einer Folge vorkommen und dann gekillt werden oder sowas und dann haben auf einmal alle gesagt wie geil er ist und dann wurde er zum Hauptdarsteller Henriette du bist ein Pygraulon kennst du doch oder Standard Pokémon jetzt habe ich wieder Bock auf Better Call Saul ich finde Breaking Bad und Better Call Saul Better Call Saul sind ist nichts was ich mehrmals anschauen kann weil ich weiß was passiert und weil ich weiß was passiert ist all die Zeit wo nichts passiert einfach nur langweilig damals war es nicht langweilig weil Leute wissen oh was passiert jetzt könnte jetzt was passieren könnte jetzt was passieren und jetzt weiß ich halt oh fünf Folgen lang passiert rein gar nichts es gibt viele Serien die inzwischen so gemacht sind dass sie von vornherein ein Ende haben und mein Lieblingsbeispiel was zu wenig Leute glaube ich gesehen haben ist Mr. Robot Mr. Robot ist auch eine Serie die sie richtig lang in die Länge ziehen hätten können aber gesagt haben ne die Story von Mr. Robot ist hier vorbei und es ist eine runde Geschichte mit glaube ich vier Staffeln die einfach boom zu Ende ist es gibt viele sehr preisgegründete Sachen die so sind jetzt was wir gerade anschauen eben Euphoria hat zwei Staffeln und ist dann fertig Succession hat glaube ich vier Staffeln und ist fertig weiß nicht und ich glaube das wurde von vornherein alles so geplant dass es einfach eine Geschichte ist die fest steht und die wird halt erzählt über Jahre hinweg du hast es nie geschafft die Serie fertig zu schauen Better Call Saul das wird immer besser Better Call Saul wird immer besser weil er sich immer mehr verstrickt in sein ich meine es dauert ja ewig bis er überhaupt Saul wird ich glaube es vergehen drei Staffeln bevor er sich überhaupt Saul nennt oder? zwei Staffeln mindestens das ist also das war schon immer Slow Cooking gab aber richtig krasse Edge of Your Seed Momente einfach der Shoutout mit Hank und den Zwillingen auf dem Parkplatz ja eben es gibt diese Momente die Breaking Bad hat und die erinnern sich alle aber wenn du es jetzt nochmal anschaust und ich habe es probiert wenn du es nochmal anschaust langweilst du dich so sehr zwischendrin wegen diesen wegen diesen Stellen wo einfach nur politisch geredet wird was denn hier was denn da und alles wird aufgebaut was damals geil ist aber am zweiten Mal gucken bist du nur so ja ich weiß zu was das führt mach es doch jetzt wo ist das Shooting Itaco Dankeschön für 18 Monate du hast jetzt den Quickball ne den Beastball den Ultraball ja das sollte jetzt mal endlich kommen das Huhuhu hier die Oxus will nicht es langsam erzählt aber ich stehe voll drauf ja aber deswegen sind die Sachen finde ich nicht mehrmals anschaubar weil sie halt so slow sind Itaco Tentok bei 1820 kommt es bei 18820 schauen wir mal ja die Fliegenfolge ist warum existiert diese Fliegenfolge ist das ein sogenannter Filler in der Nicht-Anime-Szene die Fliege muss doch eine Filler-Folge sein die kann doch nicht absichtlich die kann doch nicht geplant sein die war doch so langweilig die Fliegenfolge was habe ich letztens geguckt wo es das auch gab und ich mir dachte was ah ja Carol and the End of the World so ein Zeichentrick Netflix-Ding da gab es auch eine Folge das war wie die Fliegenfolge aber auch nichts passiert nichts wird vorangetrieben einfach sinnlose 30 Minuten und ich denke mir warum habe ich mir das gerade angeschaut bye Maya die Fliegenfolge ist der geilste Filler mit dem krassesten Stunt aber auch wie er da auf den auf dieses riesige Fass drauf fällt ich habe mal gehört die Fliegenfolge war als es einen Streik gab ah das kann sein das kann sein weil ich glaube es gab ja letztens den Streik und ich glaube vor 10 Jahren gab es das letzte Mal so einen krassen Strike das kann gut sein da wurde auch Scrubs glaube ich von betroffen damals aber Scrubs ist viel älter als Breaking Bad wir haben beim Rewatch die Fliegenfolge übersprungen ihr braucht euch nicht schämen ich meine der Schluss ist halt ganz nice nicht spoilern äh Unipa du bist ein Skorgler nur spoilern von den ersten Folgen seitdem ich Walking Dead 7, 7 und 8 gesehen habe ich win kleines Traumata von Filler folgen ja weil die kompletten Staffeln einfach Filler sind gibt es nicht 11 Walking Dead ich habe alle gesehen ich glaube 11 gibt es ne und Walking Dead war einfach nur peinlich in der Mitte so Staffel 6 5 6 7 war einfach nur peinlich langweiliger geht es nicht ich weiß noch diese eine Stelle wo Michonne und wer ist der Hauptcharakter Rick so auf eigene das war genau das war so ne Filler Folge Michonne und Rick gehen einfach auf so halt suchen Zeug im Wald und es ist nur die beiden zusammen ihre Beziehung quasi aber super cringe und einmal fallen sie dann durch so ein Dach durch und dann liegen sie einfach nur da und lachen und das war aber die ganzen drei Staffeln drumrum haben sich so angefühlt und dann am Ende wo die ganzen also nicht am Ende aber so die letzten zwei drei Staffeln war ja dann wo auch dann diese was ne coole Idee einfach ist aber was heißt Idee das kommt alles aus dem Comic wo halt dann diese Walker kommen die quasi Menschen sind die sich nur als Walker verkleiden und mit den Walkern walken die waren das war dann wieder coole Antagonisten oder zwischendrin ist was so kotzelangweilig wo Rick seine Identitätskrise hat Whisperer genau trotzdem glaube ich werde ich niemals einen Spinner von Walking Dead anschauen auch wenn es mich interessiert aber ich fand es wurde so das Walking Dead ist das die Äquivalenz von Attack on Titan es ist nicht schlecht aber es wird alles so herausgezögert um Kohle zu scheffeln um Hype zu erzeugen äh sodass es also quasi wird so ein riesen Hype umgezeugt indem es herausgezögert wird aber der Hype ist nicht gerechtfertigt für das was dann tatsächlich kommt und ich ich war froh als ich alle Walking Dead Folgen angeschaut habe und sehr traurig als ich gemerkt habe im Moment nichts hat ein Ende und sie machen alle Stricke zu eigenen Serien oh Definition von Geldstaffeln die letzten zwei, drei Staffeln von Walking Dead sind dann wieder besser ja da geht es dann wieder um was da sind dann wirklich Charaktere wieder dabei die du magst und wo du Angst hast dass sie drauf gehen und so womit ja Walking Dead angefangen hat du lernst Leute kennen und keiner ist sicher jeder könnte drauf gehen und das ist dann irgendwann weggegangen weil alle Charaktere dir kackegal wurden und jetzt die letzten aber ich habe halt das live geguckt also immer dann wenn es rauskam und das war das war so wie bei Attack on Titan eben weil die haben glaube ich die letzte Staffel die dritte Staffel die elfte Staffel von Walking Dead haben sie unterteilt in drei Teile und zwischendrin ist ein halbes Jahr vergangen und du hast wirklich vier Folgen geguckt musstest ein halbes Jahr warten vier Folgen geguckt musstest ein halbes Jahr warten vier Folgen Schluss das war so oh Gott könnt ihr nicht einfach alles auf einmal rausbringen bitte das war halt Attack on Titan da war es ja noch schlimmer Walking Dead ist beendet ja aber du wirst nicht zufrieden sein mit dem Ende denn es ist kein Ende denn sie haben beschlossen dass jeder Charakter der überlebt am Ende kriegt eine eigene Serie das heißt es gibt jetzt ich sag nicht mit wem aber es gibt halt eine Serie mit denen es gibt eine Serie mit denen es gibt eine Serie mit denen ich glaube es gibt vier Serien jetzt die geplant sind oder schon gemacht sind und so das heißt ich habe halt die ganze Zeit gewartet dass diese eine diese eine Sache kommt die offen ist und ich so komm schon ihr habt nur noch eine Folge Zeit und dann okay und dann habt ihr mir hier erzählt ja ja die machen aus allem Spin-Off nervig sehr nervig aber wenn man Walking Dead liebt ist es natürlich großartig weil dann gibt es noch mehr davon ich bin eher der Mensch wenn ich was mag ich habe nichts dagegen wenn es einfach beendet wird weil es ist stets einfach da als eine perfekte gemachte Sache so wie Mr. Robot oder andere Serien so wie Breaking Bad oder Better Call Saul das ist eine Sache die einfach in sich geschlossen gut ist und immer wenn sie Spin-Offs machen und es rauszögern ich meine gab es jemals hat die Vergangenheit jemals bewiesen dass es eine gute Idee ist Spin-Offs von etwas zu machen ich will lieber eine gute Geschichte in 10 Folgen als in mittelmäßigen 3 Staffeln es gibt genug Sachen die 3 Staffeln haben und saugut sind aber wenn es halt dann 10 Staffeln werden und dann nach 11 Staffeln immer noch kein Ende da ist sondern aus den 11 Staffeln dann auf einmal 5 Side-Stories entstehen die alle ihre eigene Ableger bekommen bei einem Anime kann ich da sagen okay dann lese ich halt den Manga genauso könnte man bei Walking Dead sagen dann gehe ich jetzt auf den Comic die Negan-Doppelfolge mit dem Cliffhanger damals fand ich so verdammt gut aber danach war es irgendwie aus weiß ich gar nicht mehr welche ja weil Negan war cool aber danach Negan ist doch Rick in so eine krasse Depression gegangen dann war alles so oh come on Rick hör auf rumzuheulen dann irgendwann hat er einen Snap gemacht und Rick war wieder normal aber es hat ewig gedauert dass Rick aus seiner ich kann nix ich bin voll doof dass er da rauskommt wo sie alle im Kreis sitzen ja das ist aber das war keine Doppelfolge egal mit ROT kann ich die Splittung wenigstens noch nachvollziehen was kannst du nachvollziehen der einzige Grund ist Geldmacherei der Grund ist nicht weil zum Beispiel der Manga also das ist auch irgendwie ganz cool aber der Manga ist einfach also bei Attack on Titan ist das Ende vom Manga relativ kurz und schnell gemacht und die haben aus diesen paar Seiten drei Staffeln gemacht beziehungsweise die letzte Staffel gemacht und die in drei Teile geteilt das ist so wie vergleichbar wie sich die Leute beschweren dass das kleine Buch der Hobbit zu drei jeweils drei Stunden Kinofilm wurde das haben sie mit Attack on Titan gemacht das Quellmaterial ist einfach nur oh Kampf bumm bumm fertig dann haben sie eine komplette Staffel mit drei Spielfilmen draus gemacht in Attack on Titan und es war cool gemacht aber ich finde sie hätten trotzdem das als eine Staffel veröffentlichen sollen auf einen Schlag und uns nicht fünf Jahre warten lassen mehr Zeit weil Manga einfach krass erorbitet war ich habe kein Problem damit zu warten ich habe ein Problem damit extra Cliffhanger zu bekommen um den Hype zu erhöhen nur dass wir dann wieder zwei Jahre warten bis die nächste eine Stunde veröffentlicht wird ich meine klar ist ein Grund dass die zu viel zu tun haben und deswegen sehr lange brauchen das zu machen da habe ich aber überhaupt nichts dagegen ihr könnt meines jeweils 20 Jahre brauchen aber macht es als ein Ding weil dieses ganze oh jetzt kommt der eine Teil und dann die Namensgebung oh mein Gott Staffel 5 Teil 1 Finale Staffel Teil 2 das Finale der dritten Staffel im fünften Quadrant des Mondsichels Spektrum Nummer 3 Alter bring das Finale raus wo sind die Zeiten hin dass einfach ein Anime rauskommt und man kann ihn anschauen und es ist fertig warum müssen wir zwei Jahre warten auf eine Folge Final genau Final Season Chapter 1 Final Season Chapter 3 Final Season Chapter 3 und das Chapter 3 wurde doch noch mal in 3 unterteilt dann das ist Marketing das ist ein Hype erzeugen was ja auch geklappt hat der Hype wurde deswegen um einiges größer um diese Serie aber es ist so exhausting einfach ich hab ich hab dann den Manga einfach gelesen was auch ein Win-Win für die ist weil dann lesen die Leute den Manga und schauen die Serie wenn sie rauskommt zwei Jahre sind gar nichts One Piece ging jahrelang nicht weiter aber das hat einen guten Grund One Piece ist ja was anderes One Piece ist ein Long Time es ist eine Serie die über lange Zeit rauskommt über Jahre hinweg über Dekaden inzwischen und natürlich müssen die Filler rausbringen wenn der Manga noch nicht so weit ist ich mein One Piece ist trotzdem rausgekommen es liefen halt nur Filler folgen oder lief gar kein One Piece gab es jetzt zwei Jahre Pause dass gar kein One Piece kam das wie bei den Marvel Filmen die wurden so kacke und das Einzige warum Leute teilweise weitergeguckt haben waren die Teaser in den Post Credit Marvel Scenes ja ich mein ein Grund warum Marvel so gut ist ist weil es halt ein Universum ist ein Grund warum Leute Captain Marvel angeschaut haben ist weil es wichtig ist für die Geschichte der Film ist aber kacke es ist halt es ist halt es ist halt Marketing es ist halt gut nachgedacht gut durchdacht von denen bei CMS tschüss 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 aber ich weiß nicht was ich lieber hätte ich mein ich konsumiere One Piece eh nur am Stück ich hab jetzt ewig nicht mehr geguckt irgendwann reißt es mich und dann gucke ich 50 Folgen hintereinander oder so aber ich weiß nicht was ich lieber hätte dass One Piece wöchentlich kommt oder dass One Piece in einem 20 Folgen bringt und dann zwei Jahre lang ne Pause macht was ja inzwischen der Standard ist für Anime du bringst 24 Folgen raus oder nur 12 oder nur 10 und dann kommt drei Jahre lang nix ich hätte es gern so wie es damals war du bringst einfach am Stück alles raus nix mit Staffeln nix mit komischen Arcs sondern am Stück kommt alles raus dann ist es ein geschlossenes Ding 100 Folgen Monster und dann kannst du dir 100 Folgen Monster anschauen du freust dich dass bald The Boys weiter geht ich habe letztens den Trailer dafür angeguckt und da ist mir glaube ich aufgefallen dass ich nicht mal Staffel 3 gesehen habe da habe ich schnell den Trailer ausgemacht weil ich nix gecheckt habe und ich dachte Moment mal ich glaube ich habe eine Staffel verpasst ja Beuys ist genial aber ich habe kein Prime erst mal aber dafür kann ich dann alles am Stück gucken aber Beuys hat ja auch schon einen Spin-Off und ist dieser Spin-Off gut ich weiß es nicht wahrscheinlich nicht ich hoffe aber auch dass sie das beenden bevor es sich abnutzt also es ist ja mit unter anderem von Seth Rogen und seinem Schreiber Kumpan Feige ne wie heißt er und die haben ja auch davor haben die Preacher gemacht was auch auf Amazon ist nur zu empfehlen Preacher großartig lustige spannende Serie und Preacher hat auch glaube ich fünf Staffeln und es war auch fertig dann einfach und das hätten sie sicher auch auswringen können ich meine ich glaube Seth Rogen ich weiß nicht wie viel Macht er dann bei sowas hat wenn da ein riesiges Filmstudio vielleicht dahinter steckt aber zumindest hat sich in der Vergangenheit bewiesen dass der eher Sachen zu Ende macht damit sie gut sind und nicht damit sie Geld bluten machst du dann so einen richtigen Serienmarathon wie meinst du klar ich habe letztens die die zweite Staffel Westworld halt geguckt und es hat glaube ich eine Woche gedauert bis ich die fertig geguckt habe ich gucke halt dann so beim shiny hunting zwei Folgen meinst du dass ich dann am Stück zehn Folgen gucke zehn Stunden nee ich bin jeden Tag hier drei Stunden online kann das gar nicht machen nein ich gucke Sachen nicht hintereinander habe ich keine Zeit Jen V war wirklich stark okay kann jemand die Fallout Serie empfehlen ja die komplette Menschheit kann die Serie Fallout empfehlen gerade es gibt glaube ich keinen der sagt dass sie schlecht ist Wochenende du meinst das Wochenende wo ich auch die ganze Zeit streame und Sachen mache also nein ich habe schon lange nicht mehr gebinge watcht ich weiß nicht was binge watchen kann auch heißen dass du drei Folgen hintereinander guckst das kann passieren aber ich gucke keine Serie mehr am Stück wie früher ich weiß gar nicht was ich am Stück geguckt habe und ich gucke Wir sind gleich bei 12.000, das ist immer eine wichtige Zahl, ich hab das Gefühl viele Shinies kommen um die 12.000 rum, immer wenn ich so Tweets sehe, 12.000 dies und das. Deoxys will nicht, 11.888, 11.892 Ich hab schon ewig kein Shiny mehr gefunden allgemein, Zeiten sind vorbei wo dieser Counter rechts unten einfach jeden Tag um 3 gestiegen ist. Das ist das zweite Resetter der Deoxys richtig? Ich hab in diesem ganzen, in dieser riesigen Hand hab ich 2 gefunden, 1 gefailt. Mir fehlen noch 2, weil ich hier 1 RNG manipuliert hab. Und weil ich das eine gefailt habe, hab ich kein Problem damit das RNG manipulierte dazu zu zählen. Das ist quasi der Ausgleich dafür, dass ich 1 gefailt hab. . Untertitelung. BR 2018 Hattest du das RNG manipuliert denn? Im Pokéball? Äh, nee. Das hab ich, glaub ich, direkt im Meisterball gefangen. Ich wollte es nur einmal vorführen. Und da ging's nicht groß drum, da jetzt was draus zu machen. Hallo, Frit. Wow, ist das Chicken-Rezept lecker von dir? Das ist nicht von mir, das ist aus dem Internet. Ich erweitere nur euren Horizont, dass es auch was anderes als Schnitzel und Ketchup-Nudeln gibt. Du hast es empfohlen, ja. Äh, aber hast du das jetzt schon gemacht? Hast du, hast du, hast du, hast du jetzt so schnell gekocht? So früh vor allem. War es besser, früh zu essen. Schläft man besser. Hab auch schon allen erzählt, es ist von dir. Gestern eingelegt und jetzt fertig gemacht. Ich hab das, ich hab das ja vorgestern auch gemacht. Mal wieder, wie immer wöchentlich. Und ich hab sogar das Eingelegte nur eine Stunde lang in der Küche, in der, in der, nur eine Stunde eingelegt gehabt. Und es hat genauso gut geschmeckt. Ich hab das Gefühl, es ist noch nicht mal wichtig, dass man es lange eingelegt hat. Aber es ist natürlich auch chilliger, wenn es schon fertig ist. Gibt Kartoffelbrei dazu. Jeder Inder auf der Welt dreht sich gerade im Grab um. Selbst die, die noch leben. Kartoffelbrei. Zum Butterchicken. Hast du auch gerade Birkenstocks an mit Socken oder was? Raus. Musst du fürs Töchterchen machen. Keine Entschuldigung. Reis schmeckt besser als... Mag dein Töchterchen kein Reis? Da muss hart umerzogen werden. Kartoffelbrei zum Butterchicken. Und was? Ich sehe gerade so einen fetten Teller einfach nur mit Kartoffelbrei. Und dann wird da so dieses geile indische Essen in so eine Kuhle vom Kartoffelbrei reingesuppt. So, oh. Hä? Das kann... Es schmeckt auch gar nicht. Kartoffelbrei hat so einen krassen Eigengeschmack. Indisch isst man mit Reis oder Naan, weil es halt keinen Eigengeschmack hat, sondern du hast dann quasi... Reis halt. Kartoffelbrei. Wahrscheinlich noch Sahne-Kartoffelbrei. Generell ist Kartoffelbrei ein Verbrechen an Kartoffeln. Die hätten was Cooleres werden können. Ich bin auch kein Kartoffelbrei-Fan. Ich finde, das ist einfach nur Pampe, die nach... Also nicht mal nach guter Kartoffel schmeckt. Eine geröstete Kartoffel ist so viel besser. Oder Kartoffel, ähm... Wie sagt man? Bratkartoffeln. Er ist ja das Chicken zu 90% alleine. Mit Reis! Mit dem Reis! Genau, Schäfer. So eine richtig krasse, teure, ähm... Ramen-Suppe. Und statt Nudeln hast du so Kartoffelbrei-Flocken darin schwimmen. Ich esse kaum Sättigungsbeilagen, also alles gut. Ja, aber es schmeckt besser mit Reis! Sonst isst du nur eine Soße. Bratkartoffeln, Pommes, Kartoffelsalat, Ofenkartoffeln. Alles besser als Brei. Ja. Nahen geht auch gut. Aber ich kann verstehen, dass man jetzt keinen Nahen hat. Oder keinen Nahen machen will. Ich weiß gar nicht, wie man einen Nahen machen würde. Aber ja, man könnte sich ja eins kaufen und dann halt aufwärmen. Hallo, Danu! Ferrit, bitte sag du mir, dass du Butter-Chicken mit Reis... Ah ne, du! Ferrit hat gesagt, ich glaube, du hast dir, ähm... Nahenbrot gekauft dazu. Oder wie heißt dieses extrem dünn, krass geröstete indische Papuli oder so? Irgendwas mit P. Pampuli. Papuli. Pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap. Bitte bei 11956 Shiny. Okay, ich streng mich an. Ah, Nahen, das kommt auf die Liste. Klar. Aber ich habe es bisher auch immer nur mit Reis gemacht. Keine Ahnung, wo ich überhaupt jetzt Nahen herkriege. Ich will mehr Gerichte wieder jetzt... Also, ich brauche wieder was Neues. Das war auch ein Vorsatz für dieses Jahr, dass ich Sachen lerne zu kochen. Und ich kann immer noch das Butter-Chicken nicht auswählen. Ich muss immer noch das Rezept nebenbei aufhaben, um genau zu wissen, wie viel Teelöffel, welches Gewürz. Wahrscheinlich könnte ich es auswählen, aber... Brot. Ne, ich glaube, man kann super viel im Reiskocher machen. Reiskocher ist nicht nur da, um Reis zu machen. Ich glaube, ich muss mal googeln nach Gerichten, die man im Reiskocher machen kann. Also quasi, du schüttest alles in den Reiskocher, drückst drauf, halbe Stunde später ist da so ein geiles Gulasch drin oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, ich könnte meinen Reiskocher viel mehr auslasten. Das Curry, mein Freund. Das Curry, mein Freund. Das ist doch den von Reishunger. Genau. Einfach Curry. Curry. Ja, ich habe Naan gekauft, aber ich habe den letzten Rest auch mit Reis gegessen und kann mir auch nichts anderes dazu vorstellen, als das beides. Nein, Leute, Kartoffelbrei. Was ist Naan? Brot. Genau. Naan ist indisches Brot. Ist wie ein Fladen. Ist wie, ist wie, äh, ganz unkulturell, also gesagt, ist wie, wenn du zum Döner gehst und da einen Döner bestellst, nur, halt nur das Brot. Das ist, so ist Naan ungefähr, nur besser. Ich finde Naan um Weiten besser als Dönerbrot. Blöden Dönerfladen. Indische Tortilla. Ich weiß nicht, Tortilla ist, finde ich, noch an, noch weit mehr anders als Dönerbrot. Was heißt, was ist Dönerbrot? Einfach Fladen, oder? Fladenbrot. Nicht das Buch dazu? Oh, vielleicht habe ich das Buch noch. Stimmt. Stimmt, da war ein Buch dabei. Vielleicht habe ich das Buch noch. Du hast vollkommen recht. Gott, wo ist es? Da war bei dem Reiskocher von Reishunger ist ein kleines, oder das Rezeptbuch war, glaube ich, in meinem Adventskalender von Reishunger dabei. Aber irgendwo habe ich so ein Rezeptebuch von Reishunger für den Reiskocher. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Azrael. Denkt mit. Das Risotto ist ziemlich geil. Risotto macht Rosa immer gerne und es ist phänomenal, wenn sie das macht. Aber sie macht es ohne Reiskocher. Böhmische Knödel. Schön, die. Wie ist das schwäbische? Was ist dieses typische schwäbische Gericht? Ich meine, Spätzle ist auch geil. Spätzle zum Butterchecken. Ich glaube, das ist noch um einiges geiler als Kartoffelbrei. Die Spätzle zum Butterchecken. Ich glaube, das würde gehen. Aber Maultaschen. Ich meinte Maultaschen. Ich finde die Bezeichnung Fladenbrot auch nicht gerade schmeichelhaft. Maultaschen. Der YouTube-Kanal von Reishunger hat auch noch geile Sachen. Hm. Okay, okay, okay. Was ist dein Lieblings-Shiny? Ausrufezeichen Liebling. Ess-Butter. Ess-Butter. Ich weiß, dass man Brot im Reiskocher machen kann, aber ich... will kein Brot mehr machen. Die drei Versuche, die ich gemacht habe, die waren zu... Es war zu... Ich schäme mich. Ich darf nie wieder Brot machen. Risotto und das Curry. Welches Curry? Es gibt so viele Curries. Ich habe letztens gesehen, wie jemand einen Ditto-Kuchen im Reisgräu gemacht hat. Habt ihr das auch gesehen? Auf TikTok. Und das war wirklich... Also es war ein lilaner Kuchen, der so total fluffy war. Und da war einfach ein Gesicht drauf gemalt. Aber es sah mega geil aus. Aber es war Kuchen. Ich will jetzt keinen Kuchen machen. Irgendwann hole ich mir genau einfach einen Thermomix. Nee. Rosa würde den nicht ins Haus lassen. Aber wir haben eine Nudelmaschine. Die wir zweimal benutzt haben. Welches Game ist am einfachen zu shiny handen? Legends, oder? Kommt drauf an. Die beste Chance hast du in Gen 7 mit Ultra-Pforten. Da bist du bei 1 zu 3. In Oras 1 zu 99. Aber ja, in Legends Arceus kannst du um die 1 zu 115, glaube ich, oder sowas. Kapo würdest du sagen? Nee, Legends Arceus ist schneller. Also, rein statistisch gesehen auch. Du kannst dir Rosa Ditto Mochi sehr gut vorstellen. Dann ran da. Instagram Account. Mochi Maure. Dieven. 1200.000 1200.000 Was wäre 1200.000? 1 Million. 1200.000 1200.000 1200.000 00.000 00.000 00.000 Doch, wären 1,2 Millionen. 1200.000 Fast. 12.000 Ich habe in PLA 3 Shinies bei Ü 400 Spielstunden. Hast falsch gespielt. Kannst du eigentlich Rage quitten? Ja, kann ich. Schau. Ich habe dich geragequittet. Zählt das? Ist das ein Ragequitt? Ist doch ein Ragequitt, oder? Was ist denn Ragequitt für dich? Was, 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 kannst du Rage quitten? Du wirkst jedes Mal so ruhig. Achso, du willst, dass ich bei jedem Reset rage? Okay, so ungefähr. Komm, Leute, bitte. Dass es ein Shiny ist. Bitte. 1 zu 8000. Shiny Nummer 12.000 Und 12.000 Jetzt hier sofort Alle mal in Chat, in den Chat Happens in den Chats Und Easyclaps in den Chat Fuck! Fuck! So? Tellers, ich will von dir lernen, Poyo. Sag mir, wie ich streamen soll. Ich tue es. Dann wäre ich vermutlich nicht mehr da. Dann wäre ich nicht mehr da. Herzinfarkt. Bluthochdruck. Also, ich habe auch kurz gedacht, boah, wenn das jetzt? Sorry, war so eine Frage. Weißt du, es gibt keine dummen Fragen. Aber du hast gerade das Gegenteil bewiesen. Nein. Nein, ich kann nicht rage quitten. Rage quit ist eher alt F4, also einfach alles schließen. Ja. Zu weit weg. Ich kann den Stromschalter drücken. Oh, 12... Was? 1, 2020. Sieht cool aus. Warte, das heißt... 1, 24, 24 ist auch möglich. Das wäre eine coole Zahl. 1, 20, 24. Ich bin fasziniert. Von diesen Zahlen. Ich habe heute jemanden auf TikTok gesehen, dem konntest du... Also, dem haben die Daten gesagt oder einen Film und er konnte das exakte Datum mit Wochentag sagen, so Rain Man Shit, das war voll krass. Die haben gesagt, keine Ahnung, Carrie und dann hat er gesagt, 12. Dezember 1984 oder... Ich glaube nicht, dass Carrie so alt ist, aber... Auch so Filme, die kein Schwein kennt, hat er einfach... Wie? Oh mein Gott. Wenn das Schein hier heute nicht kommt, dann... Satz... Satz nicht zu Ende. Dann... muss ich 1000 Euro spenden. An Poyo Organization. Das war voll faszinierend. Die haben mir einfach Daten gegeben und die Filme alle gesagt, die an dem Datum rausgekommen sind und andersrum. Crazy. Und... Habt ihr gesehen? Extra Emily, Streamerin, große Streamerin, hat letztens... Das ist ein Grund, warum sie eine große Streamerin ist, weil die einfach krass ist. Die hat letztens 1000 Nachkommastellen von Pi, von Pi aufgezählt. Also gelernt. Zuerst im Stream gelernt und dann aufgezählt, korrekt. 1000. Und ich schaff's nicht mal, mir Gen 3 zu merken. Die hat quasi... Also 11 Stunden hat sie gebraucht. Die hat 11... Also die hat 11 Stunden lang... Das war unter 11 Stunden, ich glaub 10 Stunden 45. Ist auch viral gegangen, logischerweise. Und keiner glaubt, dass sie's wirklich gemacht hat. Aber du kannst dir zuschauen, wie sie's lernt. Die hat quasi jede... Alle 1000 Stellen vor sich gehabt. Und hat die dann so Blöcke unterteilt. Und jeder Block war eine kleine Kurzgeschichte. Und die hat jeder Zahlenkombination einem Namen gegeben. Also zum Beispiel Drake oder, oder keine Ahnung, Clint Eastwood oder halt vor allem Streamer, die sie kennt und sowas. Und dann hat sie halt die Story, ne Story geschrieben zu dieser Bracket. Also wie man halt Zahlen lernt auswendig. Das macht man ja so. Oder auch Karten zählen und sowas. Und dann hat sie einfach so eine kleine Geschichte immer nacheinander gelernt. Und dann wusste sie halt, die drei Personen kommen in der Geschichte vor. Also weiß sie diese drei Zahlenkombinationen hintereinander. Boom. Wieder 20 Stellen. Nochmal, 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 nochmal. Das hat sie für 1000 Ziffern gemacht. Alter. Und ich kann 4. 3,412. Ich habe mal einen gesehen, der eine Stadt von oben im Helikopter angesehen hat und diese dann nur aus dem Gedächtnis gezeichnet hat. Ja. Ja, 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 ja. So wie auch Rainbolt, der Streamer, der GeoGuessr-Profi ist. Den kannst du irgendwo auf der Welt positionieren und er weiß, wo er ist. In einem Rahmen von, sagen wir, 50 Kilometern oder so. oder noch krasser eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Welche Playlist eigentlich, von was redet ihr, was habt ihr da für ein Deal? Die Frage ist, ob es ein gutes Gedächtnis Fluch oder Segen ist. Ich glaube eher Segen, oder? Wobei es kommt halt meistens mit anderen Nachteilen. Die Leute, die das können, sind halt wirklich so... Wobei, keine Ahnung, klingt sehr oberflächlich, weiß nicht. Was ist deine Meinung zu dem neuen Trailer von Z.A.? Es gibt einen neuen Trailer von Z.A.? Schnell, schnell. Legends Z.A. Trailer. Pokémon. Vor zwei Monaten. Du lügst! Wann? Es gibt keinen neuen Trailer. Berechtigter Mann. Hab auch nachgeguckt. Ich wusste, dass es keinen neuen gibt. Aber zwei Monate kann man nicht neu sagen. Was halte ich von dem? Cool, dass dieses Spiel kommen wird. Hoffentlich wird es gut. Aber wir wissen rein gar nichts über das Spiel. Hab erst heute erfahren... Das würde ich auch gerne. Manchmal. Aber es war schon cool, diese... ...Direct anzuschauen. Auf einmal kam Z.A. Lügenpresse. Ich habe auch nachgeguckt, nur um enttäuscht zu werden. Leute, habt ihr echt alles nachgeguckt? Das wüssten wir, wenn es einen neuen Trailer gibt. Vor allem solche Trailer werden... ...vorangekündigt. Tage wie davor. Ich call beim nächsten Reset ein Shiny. Okay. Was... Was wettest du? Du kannst nicht aber was callen, ohne... ...irgendwas in den Raum zu sch... Also du musst halt, ne? Kann ja jeder. Kein Shiny. Ihr macht es mir aber auch nicht leicht. Du machst gerade lecker Bolognese. Guten Appetit. Natürlich droppt Nintendo Sachen random. Und auch Pokémon. Aber... ...doch nicht... ...den Trailer für Legends Z.A. Das wird davor angekündigt. Ist so dir das mal weh, wenn du mich fragst und es komplett übersiehst? Du musst halt in Versalien schreiben. Ich poste ab und zu mal auf Discord, was bei uns morgens auf der Arbeit läuft, weil eine Stunde lang Rewe Radio läuft, wo wir immer anrufen können, was gespielt wird. Ah, das habe ich mitgekriegt. Ich wusste nicht, dass ihr das mit Playlist meint. Ich habe immer so Angst, einfach ein Shiny zu verpassen. Aber wenn du es verpasst und nicht bemerkst, dass du es verpasst hast, dann ist es nie da gewesen. Was du nicht siehst, ist nicht passiert. Deswegen kannst du einfach die Augen zumachen und dann ist es nicht passiert. Was denkst du, wie lange Mover und Bank noch gehen? Ich traue es denen schon zu, dass es echt bald keine Möglichkeit mehr gibt. Ich glaube noch zwei Jahre. Und wir werden definitiv ein halbes Jahr vorher Bescheid kriegen, wenn sie es schließen. Keine Angst. Wenn ein Kapo in Shiny spawnt und keiner es sieht, war es nie da. Korrekt. Außer du hast Zuschauer. Ja, dann hast du es verpasst. Oder du Shiny hantest etwas und dann nimmst du das als Video auf. Und während du es schneidest, siehst du, dass im Hintergrund ein Normiefin in Shiny rumgeflossen ist. Aber du merkst es noch nicht mal, als du es geschnitten hast. Sondern du merkst es, weil jemand in den Kommentaren schreibt, da im Hintergrund ist ein Shiny Normiefin. Dann hast du auch ein Shiny Normiefin verpasst. Aber es ist passiert niemandem. Das ist mir sicher nicht passiert. Das ist bestimmt voll mies. Es war nur ein Shiny Normiefin. Das ist nicht so schlimm, Leute. Ist nicht so, dass ich immer noch eins bräuchte oder so. Ich habe es echt nicht gesehen. Währenddessen, während dem Schnitt nicht, sondern erst, als jemand in den Kommentaren gesagt hat, Sekunde 23, Minute 78, keine Ahnung, ein langes Video. Da ist ein Normiefin im Hintergrund. Ich möchte nicht wissen, wie viel ich verpasst habe. Solange du es nicht weißt, hast du sie nicht verpasst. Ganz einfach. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Feuerwehr. Was ist 1, 2, 1? Nix. Wisst ihr im Notfall, welche Nummer ihr anrufen müsst? 1, 1, 2 oder 1, 1, 0? 1, 2, 1. Sieht cool aus. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Geht nicht, ne. Ja. 1, 1, 2 ist Polizei, 1, 1, 0 ist Feuerwehr, oder? Ne, andersrum. 6 mal die 6. 1, 1, 2 ist Notruf. In meinem Endeffekt ist es, glaube ich, egal, weil du kannst, glaube ich, bei beiden anrufen. Zur Not. Für die wahren Notfälle 666. In Deutschland ruft man die 1, 1, 6, 1, 1, 7 an. Was ist das? Was ist das? Melli, danke schön für den Raid. Hallo. Wer kanste? Die 1, 1, 0 stellt sich danach dann da auch durch. Ja. Und ich glaube auch immer, wenn die Feuerwehr kommt, kommt auch immer Polizei. 2, andersrum weiß ich nicht. Feuerwehr bringt auf jeden Fall immer einen Krankenwagen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Egal. Ich wähle sowieso die 9, 1, 9, 9, was? 1, 1, 1 auf Englisch. Ihr könnt auf der ganzen Welt auch 911 wählen. Es ist eine Nummer, die weltweit geht. Deswegen ist das, was ich wahrscheinlich mache in dem Moment. Ich habe keine Ahnung, wie hier die Nummer wäre. 1, 1, 6, 1, 1, 7. Ist ärztliche Bereitschaft? Ich telefoniere nicht. Du schickst der Polizei erstmal eine WhatsApp. Yo. Wusste ich gar nicht. 1, 1, 6, 1, 1, 7. Kann man anrufen, wenn man einen Arzt braucht. Ist aber gerade, keine Ahnung, Heiligabend ist. Ich weiß nicht, ob und was ich jetzt spielen soll. Skyward Sword. Tears of the Kingdom. Rebirth. Hast du nicht angefangen, ne? Ich glaube, ich werde am Wochenende, weil Rosa wieder nicht da ist, werde ich, glaube ich, mit euch das Finale von Rebirth spielen. Ich habe jetzt lang genug gegrindet. Ich werde es auch nicht spielen. Weil du es so liebst und es schon bei mir gesehen hast. Ich dachte, du sagst, es ist MM neu starten. Nein, wir spielen kein MM. Ich wäre auch dafür, wenn die Nummer einheitlich wäre. Ich meine, du kannst 911 anscheinend, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, überall auf der Welt anrufen und es verbindet dich automatisch zur nächsten Notrufstelle. Es gibt eine einheitliche Nummer. Also, wenn das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass es nicht stimmt. Ich glaube, das klingt halt logisch, dass Telefone das eingebaut haben, Smartphones. Ich weiß nicht, ob du auf deiner Festnetz 911 eingeben kannst. Aber ich glaube, auf Smartphones ist halt eingestellt, dass das dann automatisch die nächsten Notruf anruft, den du, der lokal bei dir ist. Stardew Valley, Baldur's Gate 3 oder V-Rising. Wie wäre es mit Stellar Blade? Achso, wusste ich nicht mal. Probieren. Genau, probier mal. Wenn du dir zum Beispiel am Samstag den Arm ausrängst, dann muss ja nicht der Notarzt mit 160 durch die Spielstraße brettern. Aber es ist Montag, will man auch nicht warten. Ich würde dann halt in die Emergency Room Notfall... Wie heißt das? Ich würde halt dann zu George Clooney in den Emergency Room fahren. Mit halbem Arm. Notaufnahme. Sally Weller hat ein Riesenupdate bekommen. I know. Kenn ich nicht. Hab ich nicht. Kennst du nicht? Stellar Blade ist zur Zeit... Spielen das alle? Weil du buchstäblich eine halbnackte Frau... Es ist ein bisschen... Wie ist das? Es ist so... Es ist ein bisschen... Ich würde es vergleichen mit... Metal Gear Vengeance. Metal Gear Rising. Metal Gear Rising. Oder noch eher wie... Wie heißt dieses Spiel, wo man nur gegen Bosse kämpft? War ein Indie-Game, nur gegen Bosse. Und die Bosse haben so ein krasses Pattern, das man halt lernen muss. Fury. Genau. Wie Fury. Die Wackelphysik ist gut in dem Spiel. Genau. Cuphead. Der Cuphead ist nicht nur Bosse, aber ja. Nee, Fury. Fury ist krass. Ich hab das Gefühl, immer wenn ich bei einem... Stellar Blade Stream reingucke, ist da ein Boss. Und man kämpft halt ewig gegen diese Bosse, bis man checkt, wie man die besiegt. Besser Soundtrack auch? Ja. Fury hat einen geilen Soundtrack. Den wir jetzt anmachen. Fury. War das das Geile? Ich glaub schon. Carpet ist auch ein Pain. Ich fand Cuphead cool. Ich fand, es war ein perfekter Schwierigkeitsgrad. Und optisch so gut. DLC war auch cool. Leute haben sich ja beschwert, dass Stellar Blade hat einen Patch rausgebracht, dass sie nicht ganz nackt ist. Also ich war nie ganz nackt, aber sehr nah davon. Dann beschweren sich Leute, warum nehmt ihr den Camelto weg? Ich will meinen Camelto wieder haben. Das ist so lächerlich gewesen. Mit welchem Ball wirst du das Shiny dann fangen? Ich werde probieren Hyperball. und dann Pokéball und dann hat Deoxys längst Verwirrung gemacht und dann werde ich den Meisterball benutzen. Aber ich werde, also ich habe dieser Floor mit Schlafpuder links oben und das Charnera kann Hypnose. Für jeden Scheiß fangen Leute an Shitstorms zu starten und zum Boycott aufzurufen. Yes. Aber ich glaube, das gab es schon immer. Der Unterschied ist zu heute, dass wir es mitbekommen. Ich glaube damals schon, als es zum Beispiel die Schwarze Pest gab, sind die Leute auf die Straße und haben gesagt, ey, das ist voll uncool, können wir ein bisschen bessere Sanitärsysteme bekommen in unserer Stadt? Nur es hat halt niemand mitgekriegt. Heute geht das dann viral. Was nun? Bis wie weit gehen wir noch? 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, glaube ich, geht. Geht 22 durch 4? Nein. Fuck. Ah, 1, 2, 1. Gibt es irgendeine schöne Zahl, die geht durch 4 teilbar? 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1. Ne, 1, 2, 2, 2, 0. 1, 2, 2, 2, 0. Oh, 1, 2, 2, 2, 1 wäre schön. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Was für Snacks isst du? Gar keine. Meinst du allgemein? Auch nicht wirklich. Was zum Beispiel, sag mal ein paar. Ich versuche auf meine Linie zu achten. In meinem Alter, da kann man nicht einfach essen, was man will. Ich sollte wahrscheinlich, meine Snacks sollten bestehen aus Paprikastreifen. Und, und, und. Walnüssen. Und, und, und. Jetzt muss ich auch noch trinken. Butter trinken. Salzig. Salz ist ein guter Snack. So ein Salzblock. Schoki, Chips, Nüsse. Also Chips zum Beispiel null. Es gibt wenig Chips, die mir schmecken. Wenn, dann Chips, die keinen Geschmack haben. Sowas wie Pringles ohne Geschmack. Sowas wie Tortilla Chips. Ohne Geschmack. Also die mit Paprika oder irgendwas so. Und ich mag oft Chips nicht, weil sie so süchtig machen. Weil sie so einmal gepoppt nicht mehr gestoppt. Aber ich mag das Gefühl nicht, danach greifen zu müssen. Natürlich schmeckt es, deswegen man es die ganze Zeit machen will. Aber ich mag nicht das Gefühl, die ganze Zeit nach Chips zu greifen. Linsen, 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 Chips, Sourcreme, Beste. Linsen, Chips habe ich noch nie gesehen. Was ist die Magi-Flasche? Das war die Magi-Flasche. Nur mit Salz. Keine Ahnung. Ja. Also sobald was auf den Chips draufsteht, will ich es nicht. Ich will einfach nur Chips. Aber selbst die, wir kaufen nie Chips. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Chips gegessen habe. Was ich, äh, es gibt hier so geile Linsen. Ja, das sind so Linsen-Chips quasi. Aber das hat nicht mal mehr was mit Chips wirklich zu tun. Das ist, meine sind Chips. Aber Chips sind für mich so funny-fresh. Funny-fresh, keine Ahnung. Diese Linsen-Chips. Die sind geil. Kostet sacken viel. Dann habe ich so getrocknetes Brot mit, äh, wie heißen die Dinge? Pomegranate. Was ist Pomegranate? Pomegranate auf Deutsch? Pomos granatus. Apfel. Granatapfel. Granatapfel. Äh, ja, so getrocknetes Brot mit Granatapfel da drinnen. Und da dann so einen schönen Käse drauf. Granat. Klingt so geil. Die Granabeere. Mach sie doch dann selber in Maßen. Das, ich kann nicht in Maßen essen, leider. Wenn ich was aufmache, dann wird es sofort schnabuliert und ist weg. Ich kann keine Chipshüte aufmachen, ohne dass sie danach leer ist. Ich kann nicht einfach eine Chipshüte zumachen und weglegen. Hä? Alles, was ich kaufe, esse, wenn das ein Ding ist, muss ich das am Stück essen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht aufhören. Ich kann das nicht übrig lassen für später. Ich konnte noch nie übrig lassen für später. Wenn ich was habe, wird es gegessen. Die Chips selber machen? Näh. Ich mag Chips nicht. Deswegen, ich muss sie auch nicht selber machen. Ich mag Joghurt. So ein Magerjoghurt. Bisschen Honig rein. Oder, oder, oder. Blaubeeren rein. Kesselchips finde ich super. Da habe ich auch nicht so krass das Gefühl, dass man dauerhaft nachgreift, bis die Tüte leer ist. Kesselchips. Was sind denn Kesselchips? Ich google. Die heißen so. Kesselchips. Heißen die einfach nur so, weil, hä? Das ist doch ganz normale Chips. Was sind an dem Kessel? Warum heißen die Kesselchips? Was ist denn daran jetzt kesslig? Einfach nur, weil sie nicht gerade sind? Oder weil sie noch die Kruste haben? Was ist denn daran Kessel? Das sind für mich einfach Chips. Die sind teuer. Die sind kross. Aber weil Chips sonst nicht kross sind, sondern so ein Labberteig. Die sind extrem knusprig. Die haben noch mehr Kartoffel-Konsistenz. Die werden im Kessel zubereitet. Ich dachte, die sind jetzt alle so, dass man da was Soße rein tun kann. Wie diese Fingerdinger, die man auf den Finger stecken kann. Äh, alles Chips für mich. Ich mag Chips irgendwie nicht. Und ich bin froh drum, dass ich sie nicht mag. Ich will damit nicht anfangen. Aber Pombeeren habe ich geliebt ohne Ende. Flips. Kennt ihr noch Flips? Isst man die noch? Flips. Das ist, ich glaube, Flips ist das, wo man am süchtigsten ist. Wenn eine Tüte da ist. Flips kann man nicht aufhören. Dieser Erdnuss-Geschmack, dieses Öl an den Fingern. Flips. Erdnuss-Flips. Vielleicht sagst du noch, du kennst keine Linsen-Chips. Die Linsen-Chips hatten wir schon, aber ich kenne sie nicht. Vielleicht sind es die, die ich immer hole, aber die heißen, es sind für mich keine Chips. Es ist quasi so Well-Being-Öko-Essen. Ich habe gerade Flips nur in Übergröße. Wie Flips? Wie sollen die denn noch größer sein? Ich glaube, zum ersten Mal Ingwer gegessen in meinem Leben. Wie? Ingwer ist so großartig. Wenn du dich auch nur ansatzweise krank fühlst, nimmst du aber ein Stück Ingwer in den Mund und kaufst drauf rum. Ingwer ist eines der besten Gewürze ever. Vor allem, es macht eine gewisse Schärfe, die man sehr gut aushalten kann, weil es ist so eine Meerrettichschärfe fast schon, so Ingwer. Magst du Sushi? Ja, klar, aber ich habe lange kein Sushi mehr gegessen, weil wir waren im September in Japan und da haben wir einmal Sushi gegessen. Und ich weiß, dass ich das außerhalb von Japan nie wieder so bekomme, außer eine Niere zu verkaufen. Und deswegen esse ich erstmal keinen Sushi mehr, weil ich weiß, es wird niemals anders rankommen, was wir in Japan hatten. Du glaubst nicht, wie Sushi eigentlich schmeckt. Das war krass. Ingwer mit Honig vorm Training. Ingwer mit Honig ist lecker, ja. Aber auch kannst einfach Ingwer in Wasser reintun mit Honig und daraus einen Tee machen. Warst du in Japan in diesem Rahmenrestaurant, wo man nur für sich selbst isst? Äh, nö, aber wir waren in zwei, drei Rahmenrestaurants. Du meinst diese Kette, die sehr gut sein soll, wo man quasi... Also in vielen Restaurants ist es allgemein so, dass du nicht wirklich Menschen hast, die dich bedienen. Sondern du gehst einfach, du kriegst es einfach. Also, vor dir ist zum Beispiel ein Pad. Also die sind schon da dann. Da ist es nochmal krasser, weil du wirklich vor so einem Fenster sitzt und die geben es dir und machen das Fenster wieder zu, klar. Das ist richtig anonym. In der meisten Restaurants hast du ein Tablet vor dir. Und tippst auf dem Tablet Sachen ein, sagst okay. Und dann bringen die dir das Essen. Also du hast so wenig Interaktion mit Leuten wie möglich. Ich glaube Ichiran meinst du, ja. Meine Frau hat gesagt, schmeckt wie Seife. Ingwer? Oder Sushi? Ingwer schmeckt doch nicht wie Seife. Ich meine, ich kann verstehen vielleicht, wenn man zum Beispiel Sushi isst, dann kriegt man manchmal so Ingwerstreifen daneben gelegt. Bei denen kann ich verstehen, die schmecken manchmal ein bisschen seifig. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Aber Ingwer eigentlich an sich schmeckt nach Ingwer und nicht nach Seife. Ich glaube die sind halt so, diese, beim Sushi dieses Ingwer ist auch so rosa, weil es eingelegt ist. Ich glaube, es gibt auch rosanen Ingwer. Aber der ist halt so eingelegt und der schmeckt nochmal anders als komplett frischer Ingwer. Ich hole mir nur Sushi von der Theke aus dem Edeka. Kommt nah ran, glaube ich, an echtes Sushi. War großartig der Geschmack, neue Erfahrungen. Okay Leute, ich muss mehr Gerichte lernen, um sie an euch weiterzugeben. Wie ist dieses eine, Azrael, du weißt es, wie ist dieses eine koreanische Gericht mit den, oder Marco weiß es auch, mit den Reiscakes. Mit Reiskuchen, diese länglichen Reiskuchen. Tak, 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 takiyaki. Ne, das ist japanisch. Ähm. Teteo Boki. Teteo Boki. Aber ich weiß nicht, ob ich das mal ausprobieren will, selber zu machen. Hat das schon mal jemand selber gemacht? Teteo Boki. Ich mag keinen Fisch. Okay. Das ist mit dem Pfeffer übertrieben. Mit Cayenne. Ich tue immer... Ein bisschen mehr, als da drauf steht Cayenne-Pfeffer rein. Der Cayenne-Pfeffer saugt halt dafür, dass es scharf ist. Wenn er das weglässt, ist es null scharf. Wie so ein Dick-Pick, Heppens. Heppens hat mir gerade ein Dick-Pick geschickt einfach. Das ist einfach so seine Hand und in der Hand liegt einfach so ein dicker Flop drin. Aber so ein dicker Flop. Darf ich das Bild zeigen? So stelle ich mir es vor, wenn man einen Dick-Pick bekommt, ey. Ja, Heppens wollte mir einfach nur gerade seine Erdnuss-Flip zeigen. Und dann mache ich den Discord auf und sehe einfach das hier. Chill. Buy me dinner first. Oh mein Gott. Meine Güte. Was für ein Riesengemächt. Warum kaufst du dir solche Erdnuss-Flips? Die sind viel zu groß. Das könnte ein Emote übrigens sein für... Das könnte ein Emote sein für... Keine Ahnung. In Pop Squidward's Chat könnte das ein Emote sein. Hat was von der Karotte. Ja. Vom Rewe-Laster gefallen. Einfach so ein... So ein genetisch modifizierter Erdnuss-Flip. Die wachsen doch so auf den Bäumen, oder? Wow. Ja, der ist zu groß. Das ist nicht gut. Manche Rewe-Märkte bieten Happy Eat an. Das Sushi wird da frisch zubereitet. Das kann schon sein. Es kommt aber darauf an, wie der Reis gemacht ist, wo der Reis herkommt, wie er zubereitet ist, wie lange er davor schon zubereitet wurde. Es kommt nicht darauf an, der Fisch sollte frisch sein. Das heißt aber nicht, dass das Sushi gut schmeckt. Du kannst Fisch so zubereiten, dass es einfach langweilig schmeckt. Natürlich kann Rewe-Sushi gut sein, aber ihr könnt es nicht vergleichen mit tatsächlich einem Restaurant, wo man Sushi bestellen kann von einem Koch, der das über Jahrzehnte gelernt hat. Also ich mag das von Rewe ja sehr gern. Come on. Aber ich werde gerade sehr abgehoben. Reist doch einfach nach Japan und isst da mal, Sushi. Meine Güte, ist doch nicht so schwer. Wer ist echt trost, tut bestimmt weh. Glaubst du, es dauert bis 13.000? Ich glaube, es dauert bis 23.000. Wie denn, bin 14? Okay, habe ich gefragt, wie alt du bist. Du Kind. Warum müssen Kinder immer ihr Alter sagen? Warum seid ihr stolz darauf, Kinder zu sein? Glaubst du nicht, dass es mir unangenehm ist, als 35 Jahre alter Sack mit einem 14-jährigen Kind zu reden? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr als 14-Jährige mit einem... Das Alter geht noch nicht mal. Ich kann nicht so viel abziehen, wie zwischen uns liegt von dir, weil du jünger bist, als das Alter, was zwischen uns liegt, oder? Ja, so viel sogar. Oder? Ja, 21 Jahre, sehe ich das richtig? 21 plus 14 ist 35. Oh mein Gott. 21 Jahre? 14 plus 1 ist 15. Plus 10 ist 25. Plus 10 ist 25. Oh mein Gott. Neue Regel. Jeder, der nicht mindestens 24 ist, muss hier die Klappe halten. Rupi. Ja, sagt Daniela. Ich mag auch Tiefkühlpizza sehr gerne, aber ich glaube in Neapel von einer Pizzabäcker, das seit 70 Jahren täglich macht, ist sie besser. Aber Tiefkühlpizza ist was komplett anderes, als Pizza aus dem Restaurant. Es sind zwei verschiedene Sachen. Und es gibt geile Tiefkühlpizzen, und es gibt schlechte Tiefkühlpizzen, und es gibt schlechte Restaurantpizzen, und es gibt großartige Restaurantpizzen. Aber Sushi, du kannst nicht sagen, dass Tiefkühlpizza ist ein eigenes Gericht, fast schon. Keiner würde sagen, oh, die Tiefkühlpizza schmeckt so, wie beim Italiener um die Ecke. Niemals. Tiefkühlpizzen haben ja einen eigenen Geschmack, und der kann großartig sein. Aber Sushi, du kannst nicht sagen, das Tekensushi vom Lidl hat den eigenen coolen Geschmack, den ich mir manchmal geben will. Oder? Oder ist das ein eigener cooler Geschmack, den man sich holen kann? Tiefkühlpizzen sind, kann geil sein. Auch wenn viele Italiener wahrscheinlich sehr traurig sind, wenn man das sich holt. Würde ihn sicherheitshalber direkt bannen, nicht, dass du in den Knast musst. Faktor ist ja Watt aus, wollte ich mir das klippen. Dann musst du später das YouTube-Video klippen, oder äh du musst schneller am klippen sein. 30 Sekunden. Oh, Lauren. Es ist voll warm. Ich schwitze. 21 Jahre älter. Man kann doch nicht mal sagen, das ist so wie, wenn du mit einem Einjährigen redest. Das ist noch nicht mal die Differenz. Und auch, es ist überhaupt nicht vergleichbar. 21 Jahre Differenz. Monster sieht da vermutlich kein Problem. Nee, das ist sein Haupt Zielgruppe. Ungewollt, glaube ich. Aber Realität. Wobei, ich glaube, 14 ist nicht das Durchschnittsalte, aber definitiv 17, würde ich sagen. Oder? Zwischen zwischen 15 und 24. Monte-Thema? Was gibt's gerade Monte-Thema? Was gibt's gerade für ein Monte-Thema? Ich hab ewig nichts mehr mitgekriegt. Hat's Fink erwischt? Fink? Der ist ja schon seit einem Monat nimmer da. Klar hat's den erwischt, den kleinen Lügenbold. Dass er mit einer 18-Jährigen... Nein! Wirklich? Monte bekommt mein Kind mit in die Schule. Monte ist so alt wie ich, der ist 88. Also, der heißt 88, weil 88 geboren ist, so wie ich. Seine neue Freundin ist 18 und er hat die Weichen gestellt, als sie sitzt. Die Weichen gestellt. If the age is on the clock... Oh Gott. Richtig Gossip hier. Das hab ich null mitgekriegt. Oh mein Gott, Drama. Ach, deswegen hab ich letztens einen Tweet von irgendjemandem gesehen, der gesagt hat, 18 und 24, was sagt er dazu? Boah. 35 und 18. Michael Wendler. Egal. Oh Gott. Äh, 35 und 18. Ich mein, klar, kann man machen. Ich mein, deswegen gibt's Gesetze. Aber es ist so seltsam, oder? Wenn ich die Eltern wär, oh, ich wär, deswegen will ich nie Kinder, ich will nie in dieser Situation sein können, überhaupt. Aber Knossi hat eine auch ziemlich sehr junge Freundin, Frau, oder? Also im Vergleich zu ihm. Aber Knossi ist, glaub ich, auch, ist Knossi schon 40? Und sie ist vielleicht, was, 25? Ich weiß es grad nicht. Aber da ist dann wieder was anderes. Ich mein, mein Schwager ist auch, ich glaub, 10 Jahre jünger als meine Schwester. Aber ab irgendeinem Alter spielt es ja wirklich gar keine Rolle mehr. Aber dafür muss man, glaub ich, mindestens 25 Jahre alt sein, damit es keine Rolle mehr spielt. Kann man machen, und wenn sie beide glücklich sind, schön, aber genauso ist es erlaubt, Witze drüber zu machen. Klar, Witze sowieso. Die Frage ist, ob man darüber urteilen sollte. Ach, das ist schon hart. Ich mein, als ich damals 16 war, dachte ich mir, oh mein Gott, 18-Jährige sind so erwachsen, oh mein Gott, 18-Jährige. Jetzt seh ich einen 22-Jährigen und denk mir, was für ein Kind. Genau, das wollte ich eigentlich, stimmt. Das wäre meine Reaktion darauf, als jemand gefragt hat, 17 und 24, was sagt ihr dazu? Und da hätte ich dazu gesagt, beides Kinder, also okay. Aber als dummer Joke. Weil für mich sind es beides noch, beides Kinder quasi. Auch wenn es auf dem Blatt Papier natürlich nicht so ist. Aber, keine Ahnung. Nee, wenn ich an 18-Jährige denke, die ich damals kannte, als ich in dem Alter war, einfach Kinder. Aber, es gibt bestimmt auch 18-Jährige, die nicht Kinder sind und sehr, sehr alt und erwachsen und sehr reif, reif klingt komisch, sehr, naja, erwachsen halt sind. It's just a number. Trotzdem weird. Ich will nicht die Eltern sein. Am hälftigen ist es beim Vater von Elon Musk, der hat seine Stieftochter geheiratet, die er großgezogen hat und hat Kinder mit der. Nice. The dream. Gott. Ja, das ist auch seltsam. Außer, da habe ich auch letztens eine Frage, so eine TikTok-Frage gehört. Oh Gott. Okay, aber zuerst das andere. Irgendwie, ich habe es schon wieder vergessen. Nee, was ich gerade meine, auf was ich gerade kam. Habt ihr das mitgekriegt? Das ist auch wieder so. Oh mein Gott. Ich meine, es ist ein krasses Thema. Es ist so typisch Internet wieder. Die, die Bär, Bär-Männer-Frage. Mit wem wärt ihr lieber in einem Wald gestrandet? Also die Frauen. Wenn ihr eine Frau seid, mit wem wärt ihr lieber im Wald gestrandet? Mit einem random Mann, irgendwo von der Welt gepickt und wird neben euch platziert? Oder einem random Braunbären, der einfach aus dem Wald genommen wird und neben euch platziert wird? Mit wem würdet ihr eher gerne in einem Wald verschollen sein? Und es ist ein sehr interessantes Thema, weil es eine sehr interessante Thematik aufmacht und zeigt, wie fucked up unsere Welt ist. Und natürlich gibt es nur eine logische, pragmatische, objektive Antwort. Die, die wenigsten wählen, natürlich. Der Bär. Ja, ja. Alle sagen der Bär. In Deutschland dürfen 18-jährige Kinder mit 450 kmh über der Autobahn brettern. Ja, in, 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 wobei, in Amerika mit 16 stimmt nicht, weil die haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Also die haben eine. Ist der Bär gezähmt und fängt mir Lachs? An der Antwort sieht man, dass du ein Dude bist. Bei den aktuellen Männern in der Welt ist es leider der Bär. Da frage ich mich aber auch manchmal, sind das wirklich denen ihre Antworten und ist das Video skriptet. Das weiß man halt nicht. Das ist eine Ursprungsvideo, ist nicht geskriptet, aber es ist so zusammengeschnitten, dass es natürlich polarisiert. Du weißt ja nicht, wen sie alles gefragt haben. Es kann sein, dass sie 1000 Leute gefragt haben und nur die mit der Bär Antwort gepickt haben fürs Video. Du weißt halt nicht, was der tatsächliche Pool ist, der gefragt wurde. Du siehst ja nur die Antworten, die sie dir gezeigt haben. Und wenn du dir den Account von dem Video anschaust, dann ist sowieso klar, das ist so ein Skandal-Account, der nur so Sachen macht, um um halt Klicks zu kriegen. Und solche Fragen bringen halt Klicks. Und nein, der Bär ist nicht gezähmt. Ich will, ich habe vorgestern Rosa gefragt und Rosa direkt, also Rosa ist jemand, wenn du dir was fragst, sie überlegt immer, egal was. Wenn du sagst, hey, was willst du heute Abend anschauen, wird immer zuerst überlegt. Und auch da, ich habe gefragt, einfach so, du bist verschollen im Wald, entweder mit einem Mann, random aus der Welt, oder mit einem Braunbär. Ich sage extra Braunbär, weil Schwarzbären sind nicht gefährlich, Braunbären sind gefährlich. Und sie hat nach kurzem Überlegen gesagt, Bär natürlich. Meine Chance zu überleben ist weit höher mit einem Mann, weil das der Mann tatsächlich bösartig ist. Die Chance ist relativ gering. Im besten Fall arbeiten wir zusammen und kommen aus dem Wald raus. Und vielleicht kennt der Mann sogar ein paar Tricks, dass wir aus dem Wald rauskommen. Der Bär hingegen, wenn es ein Braunbär ist, ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass er mich direkt umbringt. Also eine sehr objektive, neutrale Antwort und halt zielgerichtete Antwort. Aber die Frage macht natürlich das Thema auf, was auch richtig ist und was gut ist, dass Männer einfach fucking Tiere sind und die meisten Frauen lieber mit einem wilden Tier im Raum werden, als mit einem Mann. Und es sind halt emotionale Antworten. Und die emotionale Antwort zu geben ist auch gut, dass darüber geredet wird, weil das macht das Thema auf, wie wenig Frauen von Männern halten. Zu Recht. Aber natürlich ist die objektive Antwort, die richtige Antwort ist, den Mann zu wählen. Es gibt verdammt viele Arschlöcher auf der Welt, natürlich. Aber wenn ihr überleben wollt, dann nehmt ihr den Mann. Aber ja, anscheinend 70 bis 80 Prozent der Frauen sagen sofort Mann. Aber klar, das ist eine spontane, emotionsgeladene Antwort. Weil es ist auch eine emotionale Frage. Leider zu sehen bei der Geschichte mit dem Monitor Lizard in Indien? Stimmt, aber. Ich habe aber nichts weiter mitgekriegt, als genau das. Monitor Lizard in Indien. Willst du schreiben, was das ist? Ich google es kurz. Vielleicht weiß ich nur nicht. Vielleicht muss ich nur kurz drauf kommen. Bengal-Monitor? Der Bengal-Waran? Ist relativ abstoßend. Ich glaube, ich habe es falsch gegoogelt. Ah, doch? Okay, warte. Ich muss vielleicht noch Scandal dahinter eingeben. Weil ich kriege nur den Wikipedia-Eintrag. Uuuuh! Ah, uh. Ja, doch, ja. Das hatte ich mitgekriegt. Ja, aber das... Ich meine, ich glaube, so einen abgefuckten Shit gibt es auf der ganzen Welt. Vor allem in Bereichen, von denen wir nicht viel mitkriegen. Ich meine, es gibt so viele Tiere. Das so wie früher bei TV-Total drei Tage durch die Fußgängerzone gelaufen, um vier Idioten für die Umfrage zu finden. Ich will noch nicht mal sagen, dass du ein Idiot bist, wenn du Mann sagst. Nein, 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 nein. Darum geht es nicht. Es ist... Ich kann es vollkommen verstehen, wenn du eine Frau bist und du sagst natürlich sofort, natürlich will ich... Äh, Bär sagst. Natürlich will ich eher mit einem Bär im Wald sein als mit einem Mann. Ben, das ist ein Scheiße. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Dies und das und das. Selbstverständlich. Ich sage nicht, dass es eine dumme Antwort ist. Es ist die emotionale Antwort. Die sachliche Antwort ist aber definitiv, den Mann zu wählen, weil du mit einem Mann umheilige, höhere Chancen hast, aus dem Wald rauszukommen oder halt zu überleben überhaupt, weil ein Bär dich einfach zu 99% umbringen wird. Instant. Weil braunen Bären Bock haben, dich zu killen. Da müssen noch nicht mal Babys da sein. Die haben einfach Bock, dich zu killen, weil du für die Essen bist. Kann sein, dass er keinen Bock auf dich hat, weil er gerade keinen Hunger hat. Ich meine, man sucht so lange die Leute, bis man die Leute gefunden hat, die die Antworten geben, die man fürs Video will. Genau, genau. Das meine ich. Der Ursprung von dieser Frage, die jetzt durch die ganze Welt geht und durch tatsächlich Fernseh-News-Sender ist ein Skandal-TikTok-Account, der kaum Views hat, die jeden Tag einen so eine skandalöse Frage stellen und dann halt damit so durch die Fußgängerzone gehen und hoffen, dass sie die richtigen Antworten kriegen, um dann ein skandalöses Video drauszuschneiden und dann Jackpot-Millionen von Aufrufen. Der Ursprung ist quasi sehr fragwürdig, meine ich, aber tatsächlich, das, was daraus jetzt entsteht, ist eine berechtigte Diskussion, die interessant ist. In Italien ist letztens ein Jogger von einem Bären getötet worden. Sucks. That sucks. Kitemio, jetzt schreibt doch nicht so krasse Sachen hier rein. Die richtige Antwort ist immer der Bär. Tut mir leid, ihr kriegt mich nicht dazu. Also erstmal, ich bin keine Frau, die diese Antwort gibt, sondern ich bin ein Typ natürlich. Aber du kannst mir nicht sagen, dass die richtige Antwort wird, also ich rede nicht von, also ich rede nicht von, also natürlich verstehe ich, wenn Frauen Bär sagen. Natürlich. Aber wenn du statistisch an die Sache rangehst, dann musst du Mann sagen. die Antwort ist immer der Bär. Okay, dann ist die Antwort, dass du sterben willst, anstatt mit einem wahrscheinlich normalen Mann zu zweit zu sein. Bei einem Bär weißt du, der will dich umbringen, bei einem Mann musst du hoffen, dass er dich, dass er es nicht will, immer der Bär. Okay. Okay, das ist quasi dann, du weißt bei einem Bär, woran du bist, bei einem Mann weißt du nicht, woran du bist und es ist die ganze Zeit quasi, ein Bär macht es schnell, nicht schmerzfrei, aber da weißt du, woran du bist, bei einem Mann bist du tagelang mit dem Mann im Wald gefangen, bis sie endlich rausfindet und hast die ganze Zeit Schiss. Quasi das eine ist die Folter und das andere ist, du weißt, woran du bist. Verstehe ich, ja. Das finde ich so schön an der Tierwelt, ein Löwe würde einen Zebra niemals aus Spaß töten, nur wenn er eben Hunger hat, ist er satt, juckt ihm ein Zebra nicht, was darum läuft. Ja, da gibt es aber auch andere Beispiele aus der Tierwelt, wo Tiere tatsächlich aus Spaß töten, wie zum Beispiel Delfine. Delfine töten aus Spaß Quallen und sowas und spielen dann mit denen, weil es einfach Spaß macht. Es gibt Beispiele von Tieren, die sehr abgefuckt sind. Flipper ist eigentlich böse. Stimmt, wenn ich da an meinen Kater denke. Stimmt, Katzen töten auch out of spot. Also die Katze, meine Katzen haben Mäuse tot reingebracht oder halblebendig, weil es denen einfach Spaß macht, die zu jagen. Die jagen die nicht, weil sie Hunger haben. Man kann sagen, ursprünglich haben sie sie wahrscheinlich gejagt, weil sie essen wollen und inzwischen sind die Katzen so domestiziert, dass sie nicht mehr Hunger haben, aber natürlich der Reflex immer noch da ist zu jagen. Enten sind Enten sind auch krass, ja. Aber ich glaube, ich glaube aber nicht, ich weiß nicht, ob die, es ist schwer zu sagen, ob die Erpel das aus Spaß machen oder weil das einfach die abgefuckte Natur von ihnen ist. Delfine haben anscheinend, das ist auch wieder alles nur Halbwissen, habe ich hier und da gelesen, hier kann man googeln, Delfine haben anscheinend Spaß daran, andere Fische und was nicht alles zu töten, ohne sie zu essen. Der Erpel pflanzt sich halt sofort und er kann ja nichts dafür, dass sein Penis ein Schraubenzieher ist. Ein Korkenzieher, so rum. Anscheinend sind Penis, Erpel, Korkenzieher, sodass sie nicht mehr rausgehen. Aber ja, ich weiß, was du meinst, die Tierwelt ist abgefuckt. Jäger müssen aber auch das Jagen trainieren. Stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nature and all its beauty. Katzen haben, äh, was war, war das Katze? Katzen haben zwei Köpfe am Penis, so. Löwen haben Widerhaken. Genau, Katzen, genau, das ist so und das ist, die sind dann wie so ein Widerhaken, ja. Aber dafür können sie nichts. Die sind halt auch geboren. Das ist halt, da fragt man sich halt, wer hat das entschieden? Evolution. So, wer, wie passiert es, dass, dass, dass das so sich evolutioniert hat? Die Entwicklung von einem riesigen Flip zu einer Pimmelerpel. Dieser riesige Flip, ich werde den für immer vor meinen Augen haben, Helmus. Genau, Enten haben Korkenzieher, genau. Das habe ich gerade gemeint. Ja. Die haben einen Korkenzieher. Quallen, ja, Quallen, Kugelfische. Schönes Thema. Nee, aber dieses Bär-Mann-Thema ist super interessant. Ich glaube trotzdem, also, aber ich bin auch ein Mann, ne. Ich kann das unemotionaler wahrscheinlich ansehen als andere. die objektive Antwort ist natürlich Mann, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gut ist, dass es kein abgefuckter Mann ist. Aber, natürlich, wenn man als Frau die Welt sieht und, und merkt, wie abgefuckt Männer sind und wie man sich nie sicher fühlen kann mit einem fremden Mann, nimmt man eher die, die, die Chance von einem Bär wegzulaufen als vor einem Mann, ja. Ich finde es einfach interessant, was diese, dieses dumme TikTok wieder jetzt die Welt zweiteilt A oder B. Was ist richtig? Nichts ist richtig, alles ist falsch. Was hören wir da gerade für großartige Musik? Brand of Sacrifice, natürlich. Was bist du? Was willst du? Du willst die 201 und 282. 1, 2, 4, 3, 2. Moment, die war schön, die Zahl. Ne, 1, 2, 3, 2, 1 wäre schön. 1, 2, 3, 2, 1 geht aber auch nicht. Geht schon 3? Nope. Hydroknito. Eknopri. Hydropi. Hydroknito. Hydroknito. Apropos, da geht es nicht auch gerade rum, dass es in der US gebannt werden soll. Das geht nicht rum, das ist Fakt. Der, also Amerika, hier, Gerichtssystem hat entschieden, dass in einem Jahr TikTok in Japan abgeschalten wird. Wenn, also wahrscheinlich sind da noch tausend Stricke, die da erst noch reißen müssen oder nicht reißen müssen. Aber den Amis geht es darum, dass sie in Amerika TikTok kontrollieren wollen. Die wollen nicht, was auch irgendwie irgendwie nachvollziehbar ist, wenn man die Geschichte von Amerika sieht in Verbindung mit China. Aber die wollen halt nicht, dass ein chinesisches Unternehmen TikTok regiert, was riesig ist. TikTok ist riesig. Dass ein chinesisches Unternehmen TikTok regiert in Amerika. Die wollen halt, dass der amerikanische, dass das, dass China einen Teil abgibt, sodass Amerika das amerikanische TikTok steuert. und China sagt natürlich nein und deswegen wird, wenn sich da nicht was ändert, irgendwo auf irgendeiner Seite, keine Ahnung, wird nächstes Jahr TikTok in Amerika abgeschalten. Was ich kein Problem mit habe, weil TikTok ist der Teufel. Ich konsumiere es täglich und ich hasse es und ich finde es gut, wenn diese Sucht mir entrissen wird, sodass ich nicht mehr die Option habe, es zu konsumieren. Die Frage ist, ob TikTok danach noch mit VPNs und sowas immer noch am Leben bleibt, weil wenn der amerikanische Teil wegfällt, dann ich weiß nicht, ob TikTok Deutschland überleben kann. Ich glaube, TikTok macht die Menschheit sehr kaputt, aber es ist natürlich trotzdem drastisch, sehr auch dramatisch für Content Creator, die damit ihr Brot und Wasser verdienen. Aber es gibt genug Social Media, auf denen man Content machen kann. Und wenn es TikTok nicht mehr gibt, gibt es was anderes. Eben, kannst du halt auf Instagram und YouTube genauso Shorts machen. Meint, du hast 282 gemacht? Achso, dann hatten wir das schon mal. Ach, dann kriegst du deine Punkte natürlich zurück, Megumina. Aber nee, Gen 3 geht nicht. Dann hatten wir das schon mal. Hä, wie hat sich dann diese Zahl ergeben? Aber das war doch Gen 3. Ich bin verwirrt, es ging. In der Beschreibung steht, habe ich das erweitert auf Gen 3? Das Beispiel ging, ja. Es ist halt ein Staatsunternehmen mit ausländischen Privatunternehmen, haben sie weniger Probleme. Ja. Ich kann es schon irgendwie auch nachvollziehen, dass Amerika das will, weil es ist schon krass, wie sehr TikTok die Welt beeinflusst. News Welt, Fake News, was nicht alles News und du kannst diese App krass benutzen, um auch alle möglichen Botschaften zu vermitteln und auch Wahlen zu beeinflussen und sowas. Nicht jetzt, weil China oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil sie so riesig ist, diese App und so viel Macht hat. Den kann ich schon verstehen, wenn Amerika, keine Ahnung, was für Gründe Amerika hat, weil sie selbst es kontrollieren wollen, weil sie Angst haben, dass sie von China konkurriert werden, wahrscheinlich alles zusammen. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass man nicht will, dass so eine App dein Land kontrolliert. Keine Ahnung, es dauert noch ewig. Ich meine, was ist aus Artikel 13 geworden? Daraus ist wahrscheinlich, glaube ich, erst mal Artikel 17 geworden und kein Kümmerz jemals, was aus Artikel 13 alle haben so einen Aufstand gemacht und dann kam es und nichts hat sich geändert und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum sich nichts geändert hat. Ich glaube, der Artikel ist durchgegangen aber ich glaube, es ist wieder on hold, weil sie nicht wissen, wie sie es technisch umsetzen. Ach, genau. Aber das wird ja auch nicht besser, wenn es Amerika gehören würde. Für uns nicht, aber für Amerika. Und es ist ja aus der Perspektive von Amerika. Ach, Jodrupis 258. Ich checke es nicht, warum gerade Hydropi angezeigt wurde. Wurde es nicht nach dem Durchgehen als rechtswürdig eingestuft? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da. Aber ist das nicht auch abgefuckt, dass ein Gesetz erst mal verabschiedet werden muss, damit man merkt, dass es eigentlich rechtswidrig ist? Moment mal, wir haben drei Jahre lang jetzt daran gearbeitet und irgendwie dürfen wir das nicht? Was? Von uns hängt ja ein Plakat von Axel Voss in der Straße und ich habe Lust, das runterzunehmen. Wegen Europawahl. Gibt es in Deutschland beziehungsweise Europa eigentlich Anstrengungen TikTok einzuschränken oder wird nur wieder abgewartet, was Amerika macht? Keine Ahnung. Europa ist oft Vorreiter, zum Beispiel bei dieser Apple-Thematik, nur wegen Europa. Ich weiß gar nicht, wer in Europa aber irgendeine Zusammenkunft. Nur deswegen muss Apple ich glaube ab nächstem Jahr oder sobald sie was Neues herstellen USB-C Anschlüsse haben. Apple darf nicht mehr ihren Thunderbolt, Firebolt, wie es auch immer heißt, ihren separaten Anschluss haben, weil Europa gesagt hat, das ist asozial. Also in manchen Sachen ist Europa auf einmal schnell, aber ja, Deutschland ist oft so, dass sie erstmal schauen, was alle anderen machen, um es dann zehn Jahre später auch zu machen, wenn sich rausstellt, dass es eine gute Entscheidung war. Keine Ahnung, ob Deutschland TikTok auch irgendwie bannen will. Vielleicht wäre das dann wieder so ein EU Ding, Datenschutz, keine Ahnung. Aber bald ist Europawahl. Leute, wenn ihr über 18 seid und wählen dürft, dann macht das. Mir ist kackegal, was ihr wählt, ist es natürlich nicht, aber ich kann euch nicht zwingen, etwas zu wählen und ich will euch überhaupt nicht, ich habe auch viel zu wenig Ahnung von Politik, um euch zu beeinflussen, aber wichtig ist, dass ihr wählt. Es gibt nicht viele Sachen, die ihr machen müsst, in der Gemeinschaft, genannt Deutschland. Es ist nicht schwer, einmal alle vier Jahre einen Haken zu setzen und sich kurz davor ein bisschen zu informieren. Wenn ihr das nicht macht, dürft ihr auch nicht euch beschweren danach. dennoch laden Apple-Geräte mit Drittanbieter USB-C langsamer? Ist mir meistens aber egal. Ich lade mein Handy immer am Stück auf. Ist mir kackegal, ob es drei Stunden oder sechs Stunden dauert. Aber es ist natürlich so. Sätze von Europa bestehen hauptsächlich aus Dingen, die keiner außerhalb der betroffenen Bubble mitbekommt, denn ein paar Sachen, die schwachsinnig klingen und manchmal gute Änderungen. Solange es keine Pokémon-Partei gibt, wird hier niemand gewählt. Gibt's nicht? Also es gibt auf jeden Fall in Japan so Bezirke, wo der Bürgermeister natürlich nur Spaßes halber. Es gibt einen Bezirk, da ist der Bürgermeister Fleckmon. Ich glaube, es ist nur ein Joke. Team Rocket im Bundestag. Man muss nicht für etwas wählen, aber man kann eine Gegenstimme ablegen, also sollte man in den Fällen wählen gehen. Man kann auch sagen, man sollte definitiv, wenn man weiß, was nicht gewählt werden sollte, sollte man zumindest wählen, was das wenigere Übel ist. Pokémon Partei Wahlspruch, wir wollen die allerbesten sein. Make Kanto great again. Was ich auch hasse, ist, dass die Kringel Kopfhörer weggenommen wurden. Ich will halt bei Kabel Kopfhörern bleiben und im Fall gleichzeitig laden können. Ich bin jetzt umgestiegen. Also ich hatte lange Zeit diese hier von Teufel. Die hatten halt immer noch ein Kabel zumindest. Das heißt, hier habe sie nicht verloren, weil sie so waren. Die sind jetzt aber ein leichtes scheppern nach vielen Jahren. Teufel ist super. Also ich kann die auch nur empfehlen vom Klang und allem her. Und jetzt bin ich aber auch umgestiegen auf solche komplett kabellosen. Weil im Endeffekt dachte ich mir, ob ich jetzt dieses Ding in die Hosentasche stecke und Angst habe, es zu verliere, oder ob ich dieses Ding in die Hosentasche stecke und es verliere, kommt aufs gleiche raus. Verlieren kann ich hier einfach so eine inkubationsstation Ladestation mit dragloses laden kabelloses laden da lege ich die einfach drauf die sind immer aufgeladen und ich habe mir die geholt von Marshall und die sind verdammt cool hören sich gut an sehen slick aus sind eigentlich echt ganz cool not sponsored by Marshall aber ich finde die sehr cool hören sich super an und ob ich ja also preislich ich glaube 150 musst du selber googlen muss ja auf Amazon bestellt wireless ja Induktion halt ist nicht wireless Ladung automatisch Induktion oder ist Induktion nur bei Wärme nee oder Induktion ist doch auch wireless Charging ist doch einfach Induktion ist Induktion ja ich kann verstehen wenn man halt immer noch Kabel Kopfhörer will weil kein Strom nicht aufladen vielleicht ist die Qualität sogar besser du musst nicht dauernd verbinden du kannst sie nicht verlieren so schnell weil sie immer am Handy dran sind was mich auch nervt ist wenn ich dann zum Beispiel aber das würde auch mit passieren wenn ich dann zum Beispiel beim Sport bin habe ich putzeln davon das ist schon nervig wenn du keine Kopfhörer hast die ein Kabel haben aber es passiert mir jetzt nicht mehr weil ich einfach aufpasse dass ich nicht die Kopfhörer dass sie mir nicht rausfallen und du kriegst halt es ist halt schwierig überhaupt Handys noch zu finden die überhaupt einen AUX Kabel Anschluss haben das ist gemeine man muss sich an die Allgemeinheit irgendwann richten weil alle darauf gehen bei guten Sachen ist das ja auch ganz nice ich einer beschwert sich ich will Micro USB zurück Allgemein USB ich glaube jeder ist sich einig dass USB C die ultimative Form ist man wird halt dazu gezogen ja aber was sollen die Marken machen sollen sie extra ein Handy rausbringen extra andere also extra Fabriken bauen die den AUX Kabel extra rein machen nur für die ein Prozent oder noch weniger wahrscheinlich die den AUX Anschluss haben wollen ich meine du findest immer noch Handys mit AUX Anschluss Rosa ist auch großer Verfechter von AUX Anschlüssen und ihr Handy also die sucht explizit danach und du findest welche das sind super super wenige und es ist ja auch verständlich wenn die 80% der menschleid kabellos will warum sollte dann die tech branche sagen okay dann machen wir für die 20% und verdienen weniger er ist halt die zukunft und du musst dich dran richten in Zukunft müssen Smartphones selber reparierbar hergestellt werden das ist cool damals konnte man ja sogar noch bei vielen Androids hinten den Akku raus nehmen und so und ersetzen und neu machen oder upgraden geht alles nicht mehr falls dich erinnern kannst hat der ja mal geschrieben wegen meinem Origin Dex als ich Gen 1 und 2 fertig hatte hab mittlerweile Gen 3 und 4 fertig und Gen 5 bin ich gerade mittendrin es macht so Spaß dieses Projekt nice Psy ich habe gestern und wer heute werde ich es noch mal besser schreiben das Gen 5 Skript geschrieben es handelt sich nur noch um Wochen bis das Video kommt da muss ich auch immer dran denken an diese dummen neuen Klappverschlüsse bei Trink bei Dosen nicht Dosen aber bei Flaschen Plastikflaschen wenn du dir Cola kaufst in der Plastikflasche das neue Gesetz wahrscheinlich ich glaube es eine Stunde Laufzeit ist drin mit Gen 5 nein ist viel weniger was ich da machen muss im Vergleich zu Gen 4 ich hoffe ich schaffe eine halbe Stunde dass die dass die Deckel von diesem Plastik Plastikflaschen dass man die nicht abmachen kann das ist einfach wieder so ein das ist so ein Ding wo die komplette Gesellschaft die ganze Welt irgendwie muss sich verändern muss sich richten an paar Idioten die es nicht hinkriegen du kannst mir nicht erzählen dass der Großteil der Menschen zu dumm ist und den Deckel verliert das kannst du mir nicht erzählen da keiner danach gefragt ja da musst du nicht danach fragen es ist aus Umwelt Gründen weil Idioten einfach diesen Deckel verlieren und dann einzeln irgendwo hinschmeißen dieser Deckel dann quasi nicht recycelt wird aber die Flasche schon oder beides nicht aber in Verbindung wäre es besser damit das ein Ding ist und als ein Ding recycelt werden kann ich glaube das ist der Grund oder das ist tatsächlich ein Gesetz weswegen ich glaube ich glaube nicht dass Lipton oder Cola das machen will die müssen es machen aber der Grund ist halt wahrscheinlich weil ein paar Idioten es einfach nicht hinkriegen ihre Deckel nicht zu verlieren aber so ist das die Gesellschaften müssen sich immer an das schwächste Glied richten aber ich denke mir halt die Idioten die auch so dumm sind und ihren Deckel verlieren oder damit scheiße umgehen das sind auch die Idioten die aus trotz jetzt den Deckel abreißen mit voller Gewalt also ich kann mir nicht vorstellen dass das irgendwie also ich habe mich nicht informiert aber ich kann mir irgendwie jetzt spontan nicht vorstellen dass das tatsächlich einen Unterschied macht ich kann mir nicht vorstellen dass das Gesetz wirklich das Recycling verbessert die Leute die vorher den Deckel weggeworfen haben reißen ihn jetzt ab eben ja genau das gleiche was ich jetzt gesagt habe das ist der Grund aber was ist der Grund dann werden doch Studien doch falsch belegt ich denke das ist reinste Lobbyarbeit um die Aufmerksamkeit abzulenken oh nein Agiraya fang jetzt nicht mit sowas an die nehmen uns die Deckel die befestigen unsere Deckel damit wir nicht die wahren Fragen stellen die Mondlandung ist gefakt Leute denkt doch dran seht ihr das nicht TikTok wurde nur erschaffen damit wir abgelenkt werden den Staat tatsächlich zu hinterfragen nein das glaube ich nicht das war noch auf deine Vermutung bezogen dass das Gesetz für Recycling ist damit der Deckel mit zurückkommt ja oder also das das ist es auch oder ich kann mir ich verstehe es sonst auch nicht aber ich kann mir auch nicht vorstellen dass das einen Unterschied macht weil die Leute reißen ich glaube es reißen mehr Leute jetzt aus trotz das Ding ab als Leute es davor aus Versehen verloren haben wer verliert denn den Deckel von seiner Flasche schraubst du wieder drauf wenn du fertig bist aber keine Ahnung in ein paar Jahren haben wir Studien und dann dauert es 30 Jahre bis es wieder zurück geändert wird so wie Sommerzeit und Winterzeit hallo busy the bear hallo Lizisama herzlich willkommen herzlich willkommen welcome in welcome in wir suchen Deoxys und ich rede über Politik habt ihr Bock über Politik zu reden mit Leuten die keine Ahnung von Politik haben ich finde wir sollten Plastik abschaffen wenn du sie wieder zugeschraubt bekommst ja jetzt kriegst du nicht mal gescheit zugeschraubt weil der Deckel so nah dran ist dass du nicht mal drüber kriegst Luft raus Deckel drauf das sollte dich ja jeder sollte von seinen Eltern beigebracht kriegen bevor du die Flasche weg schmeißt aus das ist mit Pfand zurück weil dann sollst du sie nicht krabbeln machst Deckel drauf dünner kleiner nimmt weniger Platz weg genauso mit der Milchkarton allem du brauchst den Deckel damit du es besser in den Mülleimer kriegen kannst keiner kommt auf die Idee diesen Deckel absichtlich weg zu schmeißen oder getrennt Lissi dankeschön für 18 monate dankeschön plastik abschaffen wäre nicht so gut dann gibt es keine 3D gedrückten prothesen mehr und viele sind wieder stark eingeschränkt das war auch gerade nur ein dummer spruch weil mir nichts anderes eingefallen ist keiner hat die Absicht eine Wand aus Deckeln zu errichten genau das Zeug ist auch an Müllermilch Flaschen dran und die Deckel sind größer als normale Trink Flaschen genau ich habe oft die Sache dass ich irgendwas angucke und du trinkst dann was und du siehst nichts mehr weil dieser Deckel einfach über dein kompletten Gesicht drüber ist so geil aber vielleicht gibt es ja einen Grund den ich nicht verstehe und der macht auf einmal total Sinn aber den Grund den ich mir erklären kann das kann nicht sein dass jetzt die Welt ein besserer Ort ist weil die Deckel nicht mehr abgehen vielleicht ist es doch Ablenkung um uns von den wahren Problemen abzulenken Gott dieser riesen flip geh weg wenn du ein Getränk kaufst wo du weißt du wirst es nicht zurück bringen plastikflasche oder dosen neben die mülltonne für die Pfandsammler genau genau ich nutze jetzt öfter Gläser weil ich diesen Deckel hasse hey dann hat es aber tatsächlich Sinn gemacht weil Glas ist glaube ich leichter zu recyceln als Plastik weiß ich nicht ich glaube schon immer noch kein shiny erwartest du es ich erwarte es nicht erwartest du das shiny niemals das shiny erwarten dann wird es nur stressig wir brauchen so Deckel zum wieder verschließen hatten manche energy drinks das war super diese schiebedinge die schwarzen schiebedinge ich glaube ich schwer herzustellen teurer wahrscheinlich wir brauchen einfach wir brauchen alle einfach so ein so ein Katheter was ist das Gegenteil von Katheter wir brauchen einfach so ein Anschluss an unseren Magen wie manche Kühe das haben was krank aussieht googelt es nicht und dann gehen wir einfach in den Laden und dann füllen wir unseren unser unser füllen wir den Beutel einfach auf und dann brauchen wir gar nichts mehr so wie die Leute die gar keinen Müll produzieren die mit ihren vorgefertigten Flaschen und Dingern in diese diese Läden gehen von denen es viel zu wenige gibt wo du wo es kein Verpackungsmaterial gibt sondern du gehst einfach dahin und nimmst dir das Zeug in deine eigene Tupperware und dann nimmst dir das Zeug in deine eigene Tupperware und das Zeug und wir haben keine 1000 Dinger mehr intravenös rein genau jeder hat so einen intravenösen Anschluss aber dann gehen wir einfach beim Lidl schließen uns an und dann kriegen wir so die Cola keine Deckel mehr unverpackt Läden haben die so einen sexy Namen unverpackt Läden Noir Noir Night Raven du bist ein shiny Kributak 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 Was ist neu Dass du einen Zettel kriegst Nö Sicher seit einem Jahr oder so Das ist die Sammelbezeichnung Unverpackt Läden Wie wäre es mit Raw Raw Shop All you can buy Unverpackt Okay Vielleicht nicht schlecht Das mit der Erwartungshaltung kann einen so brechen vor allem wenn man sich einredet jetzt ging es lange beim nächsten shiny muss es früher kommen und dann kommt es noch später Zero Waste Das klingt gut Zero Waste Shop Ganz Irland hat jetzt Pfand eingeführt und ich fühle mich richtig nostalgisch wie ich jetzt meine Plastik Flaschen aufhebe und immer so drauf gucke Ah ja da ist das Zeichen Zeichen sieht cooler aus als in Deutschland So ein R für Return und guckt da immer drauf richtig nostalgisch Ah ja kommt in meine Tasche mit Pfand und dann stehen wir beim Tesco und tun die da rein das funktioniert perfekt und dann vergesse ich natürlich den Bon abzugeben und dann muss ich beim nächsten Mal dran denken Ah das ist schöner deutscher Prozess Das gab's hier vorher nicht 2024 Pfand wird in Irland eingeführt und keine Ahnung ob sich Leute dran halten aber sehr viele Leute stehen darum Lese Eisenfalter ich fand's komisch in der Schweiz meine Red Bull Dosen wegzuwerfen ja es war hier auch immer seltsam aber es haben noch nicht lang alle Produkte die Hälfte kann ich gar nicht in Automaten tun in der Schweiz gibt's auch keinen Pfand in der Reihenfolge von Nutzbarkeit und Umweltverträglichkeit Mehrwegglas Einwegglas woran sehe ich ja stimmt Bier zum Beispiel ist Mehrwegglas da ist auch das Zeichen drauf hier hier gibt's bisher kein Pfand of Glas Mehrweg Plastik Einweg Plastik und dann kommen Strohhalme anscheinend Dosen haben ja auch noch kein Pfand oder doch Dosen haben gleich Pfand ja aber kein Glas Pfand ist also typisch Deutsch ja ist gut ist gut ich musste damals weiß ich noch in Deutsch vielleicht war das zu der Zeit wo das eingeführt wurde das Pfand ich glaube so in der 6. Klasse oder sowas hat mal angefangen mit Erörterungen und da war einmal in der Schulaufgabe das Thema Erörter Pfand war bestimmt ein bisschen besser geschrieben die Frage aber so ungefähr und dann war auch Ob Doch Lose also ich glaube es war immer entweder du musstest 3 dafür oder 3 dagegen oder war 3 dafür und dagegen ich weiß es nicht mehr bisschen gemein wenn man sich eine Seite aussuchen muss äh nicht muss ich weiß es nicht mal man beides machen muss ich glaube es war 3 dafür oder 3 dagegen und dann Pfand dafür Obdachlose Umwelt kriegst Geld zurück es ist ja dadurch geregelteres Recycling genau Recycling fällt mir sehr schwer ich habe das Gefühl ich habe das nie beigebracht gekriegt aber es gibt hier auch ich verstehe Recycling Symbol ab in die Recycling Tonne aber es gibt hier keine es gibt hier keine manchmal gibt es in der Öffentlichkeit halt so ähm wo ich heute erst was reingeschmissen habe äh halt so Mülleimer mit 3 Eingängen und bei einem Eingang steht Recycle drauf aber innen drin ist trotzdem eine riesige ne aber da steht dann Recycle drauf und da bin ich dann so okay ich glaube das ist recycelbar rein damit einmal in unserem Haushalt nirgendwo hier gibt es irgendwo etwas wo ich zwischen Recycling und nicht Recycling trennen kann es ist immer nur es ist krass hier es ist noch nicht mal Papier ist getrennt hier also zumindest in unserem Haushalt in unserem Komplex hier es gibt eine Tonne da tust du Papier rein und Plastik aber auch nur bestimmtes Plastik quasi so Verpackungs Plastik quasi sowas wie wo jetzt Pfand drauf ist und das andere ist alles andere es gibt zwei Tonnen da unten eines für alles das andere für nur Papier und manche Plastiksachen das war das habe ich erst gar nicht gecheckt ich checke es immer noch nicht warum das nicht irgendwie ich meine weil ich finde ja es sehr logisch Papier zu trennen dann hast du vielleicht noch eine Recycling und was die Deutschen auch sehr mögen ist Bio das gibt es ja auch nicht ich habe es noch nie irgendwo gesehen eine Biotonne vielleicht Leute die Gärten haben wo sie das Laub reintun aber auch das ich sehe immer nur zwei verschiedene Farben schwarz und grün ich sehe nie irgendwelche anderen Farben für Tonnen hier wäre es noch mal PM7 Pfand Mafia da kann ich mich auch noch vor zehn Jahren daran erinnern dass es bei uns in München schon gab die Pfand Mafia ich meine es ist ein Job du kannst damit viel Geld verdienen wenn du Leute zusammen trommelst die nichts anderes machen als Pfands sammeln den ganzen Tag da sind so Bahnhöfen immer so vier separate Müllfächer und der Angestellte schüttelt das dann alles zusammen ich glaube ich habe es auch schon mal gesehen aber ich kann mir das nicht vorstellen dass es so dumm ist Bio ist ja nicht nur für Garten sondern auch für Küchenabfälle genau deswegen meine ich ja Biomüll da tust du Eier rein kein Fleisch damit die Ratten nicht kommen Leute Biomüll kein Fleisch da kommen die Ratten so wurde mir das beigebracht als Kind kein Fleisch in dem Biomüll da kommen die Ratten aber alles andere Gemüse Zeug aber da haben wir auch keine Tonne für hier Kondome gehören auch in den Biomüll ernsthaft? wirklich? das heißt wenn ich lang genug auf dem Kondom rumkaue löst es sich auf PM7 ach doch ich weiß wie der wieder aussieht äh echter macht Gen 3 24 Stunden Shiny Event krass Igitt wenn es Bio ist ist es wie ein Kaugummi dann wobei Kaugummi ist kein Bio oder? es kann nicht sein dass hier jeder jedes Kondom ökologisch abbaubar ist es kann nicht sein ich meine vielleicht bei dir auch die gute alte Schweinehaut tut mir leid Schweinedarm war es glaube ich wo alles begann es gibt Bio Kaugummi ja klar es gibt auch Kondome mit Geschmack ok aber ich höre das zum ersten Mal dass Kondome sich dass sie Bio sind Biomüll viel Spaß Lizzy 12672 so wir müssen jetzt eine Zahl finden auf der wir stehen bleiben können 12676 ok 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 1280 1284 12700 das ist alles kacke gerade keine schöne Zahl ich nehme auch nur noch Kaugummi ohne Plastik wo komplett Papier oder was 12777 geht nicht muss durch vierteilbar sein ich mache bis 13k ok dauert ja nicht lang ich finde die Vorstellung komisch auf Plastik zu kauen Kondome wo sind wir jetzt Kaugummi Tomato 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 na und drück jetzt ein Auge zu oder mach beim letzten einfach ein Auge zu drücken so dass ich nur drei Bildschirme sehe eine Gamecube schnell ausmachen na wir finden schon eine schöne Zahl gleich mache ich halt bis 13.000 ich kaufe voll wenig Kaugummi inzwischen es gibt so wenige die wirklich gut schmecken jedes mal wenn ich auf meiner Kasse stehe nehme ich einen der am besten aussieht und es sind immer andere und jedes mal ist das Kacke FiveGum boah FiveGum hab ich FiveGum war doch einer von denen wo du wirklich saufig Geld ausgibst dafür dass du fünf Scheiben Kaugummi kriegst das war doch so ein Werbungsding was man nur kauft weil die Werbung so geil war Mentos das zählt nicht Freshmaker normal wärst du erst bei 3.172 also die Gamecubes haben sich schon gelohnt die Gamecubes haben sich erst gelohnt wenn ich alle Raubkatzen habe und vier Deoxys es gibt Kaugummis die wirklich nach fünf Sekunden einfach nach nix mehr schmecken aber es gibt genug Kaugummis finde ich wo du echt lange wieso zählt Mentos nicht Mentos ist doch kein Kaugummi ein Kaugummi auf dem kannst du kauen für immer Mentos isst du und ist weg es ist wie zu sagen dass Ricola ein Kaugummi ist du kaust auf Mentos ich meine ich weiß schon es dauert lange bis es tatsächlich sich auflöst aber Mentos also ich krieg dir ein Mentos in locker einer Minute weg Kaugummi kriegst du gar nicht weg was ist die Definition von Kaugummi ein Gummi den du kaust und der sich nicht auflöst alles was sich auflöst ist kein Kaugummi mehr es gibt auch Mentos Kaugummi achso die kenn ich nicht wenn du Mentos Kaugummi meinst ok klar Mentos ist für mich the fresh maker wie jeder weiß er heißt Mentos was in der Schweiz gibt es Mentos Kaugummi Mentos ist dafür da um es in die Cola rein zu tun also könnte man auch auf Kondomen kauen die mit Erdbeck schmacken klar kannst du das machen tu es jetzt dafür hat Kevin Großkreuz eine grandiose Werbung gemacht ich hab keine Ahnung wer das ist ah ist das der Typ der gesagt hat ich will das nicht ich kann das nicht ne da war Österreicher ich will das nicht ich kann das nicht ich ich halte das alles nicht mehr aus Kevin ist ein Fußballer ah der Kevin das ist Sebastian Kurz ich will das nicht ich kann das nicht ich halte das alles nicht mehr aus ok Mentos Kaugummi klingen interessant weil Mentos sind geil wenn jetzt das einfach für immer für immer kauen können oba boba das war Kindheit ja ich glaube ich könnte immer noch riesige Blasen blasen riesige größer als mein Kopf Big Red habe ich nie verstanden Zimt als Kaugummi passt nicht Zimt und Kaugummi boah nur eins ist schlimmer da kritze ich kann ja gerne welche senden es kann gut sein dass es die hier auch gibt du konntest nie Bubbles blasen ich konnte es auch mit so kleinen aber dann war es nur so kleine ich kann keine Kaugummi achso weil du eine gespaltene Zunge hast ja aha wir haben einen Nachteil das glaube ich hast du schon mal gesagt gibt es irgendwelche Nachteile ja ich kann keine Kaugummi Blasen mehr pusten das wäre schon Grund für mich es niemals zu machen du konntest nie mit dem Finger pfeifen ich kann das auch nicht aber ich habe mal es einfach geübt und dann war es super einfach aber ich habe es wieder verlernt es gibt eine Anleitung und wenn du die machst geht es zu 100% aber du musst es genauso machen da drauf und Zunge runter man hört schon langsam so es geht schon aber ich habe auch nie also achso richtige Moment mal achso mit Fingern pfeifen genau mit Fingern pfeifen kann ich auch nicht aber ich kann normal sehr gut pfeifen ich kann auch das R rollen wie ihr merkt immer R Rosa kann es nicht dafür dafür kann ich es nicht hinten rollen Rosa kann das R hinten rollen sie sagt immer so ach ja wenn wir in Finnland irgendwann leben oder irgendwo weil das Finn die Finnen oder in Spanien die rollen halt ihr R ich will da nicht leben wenn ich das nicht kann aber ich kann es nicht ich kann immer nur hinten rollen und dann macht sie ich kann es nicht ich kann wie soll man denn da hinten rollen ey und anscheinend habe ich in der Schule zumindest gelernt wenn man das hier kann diese Zunge so rollen das ist etwas was genetisch ist also was du nicht lernen kannst also entweder deine Zunge kannt ist oder nicht so muskelmäßig oder so und das ist so genetisch dass wenn deine Eltern das beide nicht können und du schon oder eins von beiden weiß ich nicht äh dann sind das nicht deine Eltern weil das komplett vererbbar ist nennt man das starkes Gen ich glaube es geht nur wenn beides nicht können wenn sobald sobald es eine Person kann und du auch dann seid ihr safe also beim nächsten Elternabendessen wenn ihr seid euch nicht so ganz sicher dann erstmal den hier machen aber jetzt kommt der Zungenrolltest oder soll ich sagen sie Mutter wie sagt mir würde man Bianca mit C rollen konnte ich mal das kannst du auch nicht mehr das ist wie eine Schlange dann deine Eltern leben leider nicht mehr hey meine auch nicht wir haben so viel gemeinsam meine Zunge kann das auch also das ich weiß nicht wie viele Menschen es können das war so im Biologieunterricht war das so eine Liste da war das Zungenrollen und dann war das nächste war äh Uringeruch nach Spargelkonsum der ist auch angeboren es gibt Leute die haben da keinen Unterschied äh Ohrläppchen haben Ohrläppchen haben äh ich hab zum Beispiel keine Ohrläppchen meine Eltern auch nicht oder einfach es war andersrum wenn du keine hast wenn du welche hast genau wenn deine Eltern beide keine Ohrläppchen haben dann ist 100% dass du auch keine hast irgendwie so äh die drei Sachen es gab noch mehr Sachen gab es nicht sowas wie hier so ein so eine Szene oder sowas die dir bestimmte Bewegungen ermöglicht oder sowas das war auch irgendwie so eine genetische Sache mehr weiß ich nicht mehr wie geht das stören mit dem krassesten ähm wo die eine wo die Haare bis hier runter gehen aber die Geheimratsecken dafür bis auf den Hinterkopf Haare Haare spitze Haaransatz echt das ist vererbbar ich meine klar das sind halt die allgemeinen Sachen Haarausfall kann vererbbar sein Diabetes wahrscheinlich auch und so weiter hast du gewusst dass das Ohr eine Fötusform hat ich meine was da geht es nicht viel um Wissen oder da geht es darum ist das einem schon mal aufgefallen aber willst du damit sagen dass wir alle aus unserem Ohr kommen wir alle waren mal unser Ohr und dann hat unser Ohr auf einmal Beine und Extremitäten entwickelt aber der Ursprungsfötus ist immer noch da was es auch häufig sehe ist wenn die Eltern beide dumm sind ist das Kind auch die älste Ton auf der Kerze äh ich glaube Intelligenz ist nicht vererbbar ich glaube das kommt eher zustande wenn wie das Kind aufgezogen wird nein es hat die Form eines Fötus ja wir kommen alle aus unserem Ohr sind wir alle siamesische Drillinge und zwei sind als Ohrmuscheln abgestorben genau wir sind das einer in der Mitte das überlebt hat und die anderen beiden sind so okay bin ich halt ein Ohr ah fuck ich bin das Ohr geworden so in dem Moment bei der Zellteilung so ich bin in der Mitte ah fuck ich bin ein Ohr genau das ist das meine ich dass du die dass du diese Finger leicht nach hinten wiegen kannst und sowas ich kann 90 Grad jetzt kannst du klatschen wir haben die die anderen beiden Drillinge absorbiert genau ja und jeder der sich Ohrringe macht der gibt den Todesstoß was für ein dummes Thema also nicht Kirby Kirby absorbiert doch die Gegner ach se Boo ach du meinst Boo 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 wird doch mit O geschrieben oder wird Kid Boo und so nicht mit OO geschrieben echt wird Boo mit O geschrieben was mit O ja Boo ich dachte aber Kirby Van Gogh hatte einen seiner Drillinge halt das war das das war das Geräusch manchmal gibt es einen von den Fötus Drillingen die die sind halt nicht ganz abgestorben und die geben so ein leichtes fiependen Ton von sich so kill me aber ganz hoch kill me und dann hat Van Gogh gesagt okay the most famous of them all Maori du bist ein Brigaron und Schox du bist ein Verkucker Majin Büh echt in Deutschland ist es Majin Büh ein U mit Apostroph Majin Büh der most famous Maori Kuhn Maori Racing Kuhn oder dass ich keine Piercings habe ich bin doch anständig oh Gott ich muss selber lachen bei der Aussage ich würde eigentlich gerne Ohr Ohr Piercings haben und mir dann auch so ein komplette so zehn so Sachen hier runter hängen lassen die dann bimmeln so Glocken kennt ihr diese Ohrringe die alle immer haben seit den letzten fünf Jahren oder sowas die nicht am Ohr sind sondern wie Kreolen aber halt an der Schnur ich meine ich finde die manchmal echt ganz sehen echt ganz cool aus aber das würde nicht zu mir passen ich wollte immer Tunnels und ich werde immer Tunnels haben wollen aber ich habe wie gesagt keine Ohrläppchen weswegen bisher jeder Piercer gesagt hat das wird dumm aussehen du wirst dann einer von denen mit den Tunnels dessen Tunnels so wegstehen weil man zu hoch muss und dann hast du nichts was runterhängen kann sondern stehen die so weg weil das Fleisch so äh funktioniert so gestreckt wird aber ich will halt schon meine Faust durchstecken können deswegen lässt sich morgen schon wieder tätowieren am Sonntag hatten wir Langeweile und haben mich in meinem Wohnzimmer von der Freundin tätowieren lassen nice aber immer wenn ich keine Ahnung ich habe keinen Bock im großen Termin ist es nicht so ist ich Ohrpiercen so Walk-in mäßig aber dann haben mir Leute Angst gemacht dass es voll oft vorkommt bei so Walk-ins wenn es keine gescheiten sind und woher willst du es wissen dass du dann so entzündete Ohren kriegst aber ich will auch kein riesen Ding draus machen und jedes Mal wenn ich auf Summer Breeze oder so bin und dann gibt es da diese Stände von Piercings denke ich mir immer oh jetzt jetzt wäre es doch schön einfach einfach da hingehen und sagen jo kurz Loch und dann hat man da ein Loch im Ohr aber dann sagt immer Rosa willst du wirklich auf einem Festival dir eine Wunde ins Ohr stechen ja okay aber es wäre eine Geschichte die ich erzählen kann und dann habe ich mein Ohr amputieren müssen 1-2-8-0-8 1-3-0-0-0 okay wir gehen auf 13 der neue Van Gogh genau mein Vorbild Sonnenblumen ich mag Sonnenblumen und die blaue Phase und was nicht alles Moment doch Van Gogh hat die Sonnenblumen gemacht wen mein ich grad der Kubiismus gezeichnet hat hat Van Gogh doch ne Picasso hat Kubiismus gemacht Van Gogh hat schöne Landschaften gemacht Van Gogh hat definitiv Sonnenblumen gemacht ich bin kein Experte aber Ohrlochstechen woll wohl besser sein als schießen lassen das habe ich auch schon das habt ihr mir auch schon mal gesagt dass man dieses Pistolen Ding gar nicht mehr macht sondern dass es wie ein Piercing einfach gestochen wird Kadinsky Kadinsky hat doch die Pferde gemacht oder ich habe es ja nur studiert Kadinsky hat glaube ich die blauen Pferde gemacht und daraus ist der blaue Reiter entstanden die Zusammenkunft von Kadinsky und Dali hat ganz andere Sachen gemacht hä wer hat Kuboismus gemacht Kubismus Kuboismus Picasso natürlich ich hatte recht Picasso hat Kuboismus gemacht also das sieht alles wie Vierecke aus und Van Gogh war die Sonnenblumen Kuboismus Dali Surrealismus Dali hat Drogen genommen um ich habe mal einen Vortrag über Dali gehalten es gab eine zu der Zeit gab es viele Künstler die Drogen genommen haben um quasi eine andere Ebene zu erreichen um Sachen zu sehen die sie dann zeichnen und wenn man sich unter dem Aspekt Dali anschaut dann versteht man das auch die verflossenen Uhren und sowas Elefanten mit ewig langen Beinen die es dann ins Linkin Park Musikvideo geschafft haben von Somewhere I Belong Somewhere I Belong Wer von denen hat keine Drogen genommen äh ähm der Künstler von der kleinen Raupe Nimmersatt oder vielleicht war der extra drauf ich meine auf die Idee zu kommen ein Loch in ein Buch zu machen oder vor allem war der auf Drogen der das Buch geschrieben hat wer hat mir auf den Kopf gekackt der Maulwurf der herausfindet wer ihm auf den Kopf gekackt hat war es der Hase mit seinen kleinen Kötteln war es die Kuh mit seinem riesigen mit ihrem riesigen Fladen oder war es vielleicht der Hund es war der Hund Leute bist du mit Gen 5 zu Ende ja von dem Stil noch nie gehört von Kubismus aber nach dem Googlen sofort gedacht sowas hat doch Picasso gemacht ich kenne mich auch null mit Kunst aus ich meine der Name macht Sinn äh ohja das hat jeder schon mal gesehen ich meine das ist alles irgendwelche Ismus Impressionismus Got Ismus Gotik ich bin da auch nicht gut drin vor allem also ich hab nicht Kunst studiert aber ich hatte ich glaub es waren schon drei Semester Medien äh Kunst Geschichte zwei oder drei Semester Kunst Geschichte das war schon interessant wir sind in München in die Pinakotheken gegangen und so und da mussten wir dann vor den Gemälden Vorträge halten aber es ist halt auch so ein Geschichte ne Geschichte war ich war nie gut in Geschichte weil es einfach auswendig lernen ist aber Kunst interessiert mich mehr als Politik oder sowas und paar Sachen die extra interessant sind bleiben einem hängen Minimalismus ist auch super interessant Dadaismus ist super interessant aber ich könnte jetzt nicht viel wiederholen ich weiß nur dass es super interessant war ich glaub Dadaismus kam aus dem Minimalismus Dadaismus ist einfach so wie der Name schon sagt ist einfach dumm ist Dada Pinakothek der Moderne ja die hat so ein so ein Konzept Design von dem BMW der aus Stoff glaube ich ist oder so sieht sehr cool aus die Pinakothek der Moderne ist echt cool aber auch die die Antike ist auch cool es gibt moderne Antike und es gab auch noch eine neue Pinakothek der Moderne ich glaube es gibt die neue Pinakothek der Moderne und dann die Pinakothek der Moderne und die Pinakothek der Antike und dann gibt es noch dieses ägyptische Ding seit 10 Jahren oder sowas wo keine Mumien drin sind was mich sehr enttäuscht hat ich dachte ich gehe da hin und sehe Sarkophage mit Mumien keine Mumien Sarkophage aber keine Mumien keine Olangars äh auch Mothols ja Andy Warhol ist ganz viel in der Moderne ja Andy Warhol ist so ein schwieriges Thema finde ich weil Andy Warhol ist halt sie ist Kunst aber es ist halt Massenproduktionskunst es ist eher ne ne es ist noch mehr als vielleicht Verpackungsdesign es ist schon mehr als Verpackungsdesign auch so Künstler wie Gott wer hat wer hat für Braun gearbeitet der größte Minimalismus Künstler ach keine Ahnung ich vergesse das alles aber Minimalismus habe ich meinen Bachelor drin geschrieben es gibt halt Produktdesign was heute immer noch riesig ist ne jedes iPhone es kommt alles von irgendwo her und es gab halt einen der das richtig krass angefangen hat der für Braun gearbeitet hat und so die ersten Braunrasierer waren so richtig minimalistisch einfach nur so ein weißer Block mit oben der Klinge und nur einem kleinen Knopf drauf und sowas Minimalismus ist geboren nicht geboren aber in der Produktebene und heutzutage hast du so einen Braunrasierer mit LEDs und dem Schweif hier und hässlich Suppendosen Ding Andy Warhol hat viele bekannte Sachen gemacht zum Beispiel die Suppendose ja aber auch Marilyn Monroe's Gesicht zum Beispiel ich finde die MIB3 Version von Andy Warhol am besten man in black Naturwissenschaften sind auch um einiges cooler finde ich auch ich gehe viel lieber in ein Naturwissenschaften Museum als in Kunstmuseum kommt drauf an welches in München war auch mal eine Ausstellung für Graffiti und das war cool wusstet ihr dass deutsche Graffiti Kunst in München angefangen hat das 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 versteht man gar nicht das kann man gar nicht glauben man denkt so Berlin Köln natürlich nein München die hier ganze Street Art und sowas kam aus München in Deutschland zumindest haben sie zumindest in diesem Museum gesagt hier gibt es ein Museum der deutschen Bürokratie ich meine in Berlin ist jedes zweite Museum über die NS-Zeit und besser ist es um Gottes Willen ich habe übertrieben ich weiß wann fing das an weiß ich nicht mehr 70er keine Ahnung 60er 70er ich habe Man in Black 3 glaube ich nie gesehen ich kannte den Job gar nicht und die andere Hälfte ist über die DDR Berlin hat jetzt immer mehr virtuelle Kunst habt ihr das mitgekriegt also ich natürlich weil ich hier lebe aber hier in Dublin haben sie so ein riesiges Portal gebaut das ist eine Kunstinstallation und währenddessen sind schon alle so oh mein Gott das wird so dumm und zwar ist es so ein Portal was wirklich so aussieht wie so ein Portal mit einem riesigen Bildschirm drin und das andere Portal steht in New York und es ist 24 7 an und einfach wenn du vor dem Portal stehst dann siehst du die Leute die auf der anderen Seite stehen in New York und es war so klar ich denke mir so wer kommt auf die Idee ich meine ich glaube zum Glück ist es so eine Kunstinstallation die irgendwann wieder wegkommt ich dachte es ist so ein Ding was dafür immer steht von der Stadt Dublin wie dumm kann man sein es ist doch logisch das erste ich habe gesehen Leute ziehen sich komplett aus und stellen sich dann da davor dann der in Irland steht einer mit einem Bild von den Twin Towers und dann stehst du da in New York und denkst dir hallo äh also wie so connecting worlds da 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 und du denkst nur so ja als ob das nicht sofort für den größten Kack benutzt wird ich habe gestern ich habe gesehen dass eine Frau davor blank gezogen hat und dann die dann abgeschaltet wurden ja ja das Ding ist wieder ausgemacht wenn du das machst dann musst du da einfach Polizei rechts und links daneben stellen wo ich mir auch denke cool das könnte man auch anders benutzen ich weiß es nicht ich habe es selber nicht gesehen ich weiß nicht aber es steht genau im Zentrum das ist doch dumm aber vielleicht ist es genau deswegen dann kommt irgendwann eine riesige Doku raus und wir haben getestet wie dumm sich Menschen verhalten ob jemand dagegen gerannt ist in der Hoffnung es funktioniert wie ein Portal ach komm bestimmt ich würde es einfach so laufen lassen ist doch ein interessantes soziales Experiment ja wir sollten die Globalisierung wieder rückgängig machen das kommt dabei raus don't connect vergammel in deinem eigenen Dreck hallo Tepsicoon wie viele Shiny Docks habe ich zwei ich glaube aber nach spätestens einem Monat hätte es niemand mehr gejuckt ja aber es gibt halt immer noch Touristen die das immer neu sehen und Dublin und New York sind riesige Touristenstädte und für Touristen wäre es jedes Mal was Neues so oh was ist das denn und dann stehen die ewig davor ich glaube da ist immer eine Traube davor wegen Tourismus das kannst du über alles sagen was in der Stadt existiert und Touristen sorgen dafür dass immer eine Traube davor ist 5 Form ne 4 Form Speed also Normal Speed Angriff und Verteidigung vor allem haben die halt einfach zwei Webcams in fetten Rahmen als die mega heiße neue Sache verkauft ja da sollte es sollte so ein riesiges Nagelbrett sein wie diese Nageldinger wo man dann sich seine Hand reindrückt und in New York drückt die andere Hand raus sodass man sich anfassen kann in der Pornindustrie gibt es das schon natürlich 13 300 nein 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 1300 13.000 Schluss okay die letzten 74 dann hätte bestimmt jemand sein Hintern dagegen gedrückt ja ja 84 84 84 74 bei der Lieblingsform hat man dich bestimmt schon zigmal gefragt nö noch niemand hat mich jemals gefragt was meine Lieblingsdeoxysform ist halt echt nicht voll voll gemein vielleicht weil es niemand interessiert mich auch nicht ich glaube ich habe keine Lieblingsform äh ich würde sagen nicht die ich würde sagen ich glaube Angriff oder Speed Angriff hat diese Kabel Speed 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 der nach Manafi was nein ich mag Speed ich gucke heute mit Rosa wieder eine Folge Euphoria dann nehmen die bestimmt auch Speed Deoxys 1,2,9,2,8 schön wait what Speed Euphoria Euphoria ist eine Serie von HBO mit Zendaya wo es darum geht dass Teenager Drogen nehmen und Sex haben sehr tragische sehr sehr harte Serie zum anschauen voll mit ich habe Resetet bevor das Shiny kam äh bevor das Pokémon kam es gibt auch bisher viele neuere Substanzen die alle nehmen ich kenne das nicht ich weiß das nicht ich bin unschuldig das krasseste was ich je genommen habe war ein Tequila Shot dachte schon die Anime Version ach so stimmt es gibt ein Anime der Euphoria ist äh Hentai wohlgemerkt äh ne so casual äh ja Leute später gucke ich mit 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 Rosa Euphoria an nein Mann die krasse preisgekrönte Serie mit Zendaya die aber an an Euphoria rankommt möchte ich sagen vielleicht nicht ganz so abgefuckt aber realistisch abgefuckt Hentai ist untertrieben Old Dirty Bastard in England ist Monkey Dust im Kommen auch in Deutschland immer mehr äh ich will keinen Dust von einem Monkey Zendaya ist faszinierend die kann optisch sowohl eine Highschool-Schülerin als auch die Mutter einer Schülerin spielen die Mutter von einer Schülerin dann ist sie sehr jung aber ja die spielt in der Serie eine 17-Jährige aber du siehst immer wieder Flashbacks von wo sie ich würde mal sagen so 14 ist und sie sieht du glaubst sofort dass sie ein kleines Kind ist was Monkey das schau was du schau Rani was du anrichtest Hentai ist die thailändische Henne ich würde auch von einem Haus springen wenn ich den Dust von einem Monkey sniffen würde was machen die Leute wer kommt auf diese Namen heute sollten wir ein bisschen Cockroach-Piss nehmen kann man mit dem Pommelglitsch viermal Deoxys holen und dann einfach an den Meteoriten die Form wechseln ja kannst du alles mit dem Pommelglitsch kannst du buchstäblich alles machen da es ACE ist oder Arbitrary Code Execution und damit aktivierst du kannst den Code vom Spiel umschreiben du kannst dir auch vier Shiny Deoxys auf einmal geben wenn du willst keine Ahnung wie aber es geht das sind diese typischen Badesalze denen gehen die Namen aus hey hast du schon hast du schon Asseltränen probiert Galaxy Code aber ja Zendaya sieht wirklich ich weiß nicht wie alt sie da war wie alt ist Zendaya die ist aber auch nicht so alt ist sie 24 oder sowas 27 Euphoria ist noch nicht so alt äh 2019 27 27 27 27 ja ok quasi so 23 ja die sieht locker wie 17 aus aber manchmal ist die dann sogar in der Serie irgendwie 14 15 und das auch kannst du es locker abkaufen kaufst du hier krass ab Jalapeno Snail Dick der neue harte Stoff bei deinem Discord Duo steht nichts gegen Eigenwerbung ich wollte mal fragen ob das so korrekt ist würde gerne ein Shiny Video reinstellen nur wollte vorher fragen ob dies so korrekt ist ähm kannst alles machen kommt halt drauf an muss halt bereit sein für ich meine ich kontrolliere da niemanden kann sein dass dann du böse böse Nachrichten kriegst von anderen weil denen es nicht gefällt äh ne ich weiß nicht es kommt drauf an wie du sowas sagst wenn du dann da reingehst und sagst hey Leute guckt mal was ich für ein neues Video gemacht habe press like und subscribe ich glaube dann bann ich dich aber wenn du sagst krass guckt mal ich habe vier Shinies gefunden keine Ahnung mach wie du denkst wie du willst aber wenn du halt Eigenwerbung machst dann ist es halt nervig wenn du einfach den Leuten was cooles zeigen willst ist doch okay in den MCU Spider-Man Film spielt sie auch mit da war sie am Anfang 15, 16 ja und das geht ne aber die sind ja noch länger her die Filme sieht halt sehr jung aus also wenn ihr sie nur von Spider-Man und sowas kennt dann wird euch Euphoria ein bisschen abfacken weil naja die ist da doof ey aber eigentlich ist sie noch die sie ist zwar ein Charakter den man trotzdem nicht nachvollziehen kann weil sie nur schlechte Entscheidungen trifft aber es ist nachvollziehbar trotzdem aber andere Charaktere in der Serie sind so zum kotzen wo man sich echt schämt ein Mann zu sein und so oh mein Gott idiots hab schwarz 2 gestartet und im fun tutorial war fairly low einfach shiny echt ja also das wusste ich dass es sein kann aber wann ist dir das passiert mir Gumina das ist voll krass 1 zu 8000 grad läuft Challengers aus Challengers nochmal Sport Romanze ach das ist dieses ach so das ist dieses Tennis Ding das Tennis Ding ja aber ich kann dir versprechen ich hab noch nie so viele steife Penisse im Fernsehen gesehen wie bei Euphoria also wirklich die die machen die nehmen da kein Blatt vor die Augen das ist so krass wir sind die ganze Zeit nur so am oh mein Gott doch nicht im Fernsehen oh mein Gott bin die ganze Zeit nur neidisch in der Serie auf jeden Fall wir sind bei 12984 noch 16 deswegen werden die ganzen Teenies auch von erwachsen gespielt ja musst du auch machen das kannst du das kannst du nicht bringen aber manchmal sieht man's manchmal sind die Schauspieler ist auch klar du kannst dich verlangen dass ein Schauspieler aussieht wie 17 wenn er in Wirklichkeit 25-30 ist manchmal sieht man's halt an den Falten und so ein 17-Jähriger hat keine so krassen Stirnfalten oder Lachfalten aber ich find's immer noch besser als dann irgendwie mit krass viel Schminke das wegmachen weil das sieht man dann auch dann sieht's irgendwie fake aus dann bin ich lieber so ja du bist halt er hat schon viel durchgemacht der Junge Solarbank was sagst du zu hey ich hab alle Scheinere Quasas in jedem Game gefangen in dem es es gibt was soll ich da so sagen ich glaub's dir nicht willst du wissen was ich von dem Titel halte zu lang Tepsi mach einfach was du willst ich werd dir jetzt keine keine Anleitung geben wie du ein Video auf meinem Discord postest mach's oder mach's nicht ich kann dir nur eine Sache versprechen es bringt nichts wenn du denkst du machst das und kriegst dadurch Views kann ich dir versprechen wirst du nicht denn die die drei Views die du dadurch kriegst werden dein Video nicht erfolgreicher machen als es sowieso wird aber wenn du uns einfach nur was cooles zeigen willst dann mach es aber ich verspreche dir es wird klicktechnisch nichts bringen so funktioniert das leider nicht es wäre zu einfach ah ich bin drüber 13004 klingt doch auch gut das sind die Drogen das sind die Drogen heute war ein krasser Stream in dem wir über viele seltsame Sachen geredet haben von Politik über Männer und Bären und Drogen und Penissen und Entenpenissen und äh äh weiß nicht Musik Filme wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder zu einer weiteren Session Dioxys 13.000 harter Tobak aber das Ding muss her ich schreibe heute das Gen 5 Video weiter um besser lustiger und dann am Samstag werde ich wahrscheinlich das Video aufnehmen und am Samstag streame ich eventuell Final Fantasy Du hast mit deinem Dickpick angefangen DU hast mit deinem Dickpick angefangen ich kann nichts dafür wenn ich auf einmal meinen Discord aufmache und Happens schickt mir einfach ein Dickpick in diesem Sinne bitte schickt mir nicht eure Dickpicks ich werde euch anzeigen Anzeige ist raus gegen Happens keiner will dieses krumme Ding sehen und wir sehen uns und wir sehen uns dieses Bild ich hab echt du schickst mir dieses Bild um zu zeigen was du gerade isst und ich denke mir nur so what the fuck warum musst du es so positionieren positionierst du doch anders Halt es in die Luft nimm es so in die Hand aber doch nicht so man auf jeden Fall vielen Dank fürs Dasein wir sehen uns morgen wieder habt euch gerecht und äh Bussi Tudelü